Joy Fielding. Am seidenden Faden. Mehr als zwei Dutzend Frauen sind in den letzten fünf Jahren in der Gegend von Palm Beach verschwunden. Ich weiß es, weil ich die Fälle verfolgt habe. Solange nicht irgendwo eine Leiche gefunden wird, in einem Müllcontainer hinter dem Burger King Restaurant, wie die von Marilyn Greenwood, 24, oder mit dem Gesicht nach oben in einem Sumpf bei Port Everglades treibend wie Christine McDermott, 33, kann die Polizei im Grunde nichts tun. Behauptet sie jedenfalls. Frauen, so scheint es, verschwinden einfach immer wieder. Es ist still im Haus heute Morgen. Alle sind weg. Ich habe viel Zeit, meinen Bericht auf Band aufzuzeichnen. Ich nenne es einen Bericht, aber eigentlich ist es nichts so klar definiertes. Es ist eher eine lose Folge von Erinnerungen, wenn auch die Polizei mich gebeten hat, so präzise und systematisch wie möglich vorzugehen, darauf zu achten, dass ich nichts auslasse, ganz gleich, wie unbedeutend oder wie persönlich es mir erscheinen mag. Sie werden entscheiden, was wichtig ist und was nicht, haben sie mir erklärt. Ich weiß nicht recht, was das Ganze für einen Sinn haben soll. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann das Rad nicht zurückdrehen und den Lauf der Dinge verändern, so sehr ich mir das wünschte. Es gibt nun mal Dinge, über die wir keine Macht haben. Das beste Beispiel dafür ist das Verhalten anderer. So wenig es uns gefällt. Wir müssen die anderen ihre eigenen Fehler machen lassen, auch wenn wir das heraufziehende Verhängnis schon in aller Klarheit sehen. Sage ich nicht genau das stets meinen Klienten? Es ist natürlich viel einfacher, gute Ratschläge zu geben, als sie selbst zu befolgen. Vielleicht ist das einer der Gründe, weshalb ich Familientherapeutin geworden bin. Also, wo soll ich anfangen? Das fragen meine Klienten immer, wenn sie das erste Mal zu mir kommen. Im Allgemeinen fordere ich sie auf, mir das Ereignis zu schildern, das sie bewogen hat, mich aufzusuchen. Sie überlegen ein paar Sekunden, dann beginnen sie langsam, bauen ihre Beweisführung auf wie ein neues Haus, Schichten wie Bausteine, Detail auf Detail, immer eines auf das andere und schließlich sprudeln die Worte nur so hervor, dass ihnen kaum Zeit bleibt, sie alle im begrenzten Raum einer Stunde unterzubringen. Ich habe eine Baumetapher gewählt. Das würde Larry amüsieren. Larry ist der Mann, mit dem ich seit 24 Jahren verheiratet bin. Er ist Bauunternehmer. Einen guten Teil der spektakulären neuen Häuser, die überall in Palm Beach County an den Golfplätzen aus dem Boden schießen, hat er gebaut. Die beruflichen Möglichkeiten waren der angebliche Grund, dass wir vor sieben Jahren von Pittsburgh hierher nach Florida gezogen sind, aber ich habe immer den Verdacht gehabt, dass hinter Larrys Drängen hierher zu ziehen, zumindest teilweise der Wunsch stand, meiner Mutter und meiner Schwester zu entkommen. Es erübrigt sich darüber zu streiten, da meine Mutter uns kaum ein Jahr später folgte und wenige Monate danach auch meine Schwester. Meine Schwester heißt JoLynn. So wird sie jedenfalls genannt. Getauft wurde sie auf den Namen Joanne Linder. Aber unser Vater rief sie JoLynn, als sie noch ein Kind war, und der Name ist ihr geblieben. Er passt zu ihr. Sie sieht aus wie eine JoLynn. Groß und blond und vollbusig, mit einem ansteckenden Lachen, das irgendwo tief in ihrer Kehle beginnt und schließlich wie goldflirrender Blütenstaub ihren Kopf umschwebt. Selbst die honigsüße, schleppende Sprechweise, die sie sich angewöhnt hat, seit sie in Florida lebt, wirkt bei ihr passender, echter irgendwie, als die plattenkühlen Töne des Nordens, in denen sie sich den größten Teil ihrer 37 Jahre ausgedrückt hat. Ich sagte vorhin, unser Vater. Tatsächlich war er nur JoLyns Vater, nicht meiner. Mein Vater starb, als ich acht Jahre alt war. Eines Tages stand er vom Esstisch auf, um sich ein Glas Milch zu holen, bemerkte beiläufig, er habe plötzlich höllische Kopfschmerzen und lag im nächsten Moment tot auf dem Boden. Ein Aneurysma, stellte der Arzt später fest. Meine Mutter verheiratete sich im folgenden Jahr wieder und JoLyn wurde im Jahr darauf geboren, wenige Wochen nach meinem 10. Geburtstag. Mein Stiefvater war ein gewalttätiger und manipulativer Mensch, der sich mehr auf seine Fäuste als auf seinen Verstand verließ, sofern man annehmen will, dass er überhaupt Verstand besaß. Ich bin überzeugt, es ist ihm zu danken, dass JoLyn sich ihr Leben lang gewalttätige Männer suchte, auch wenn er zu ihr, die ganz klar sein Liebling war, immer sehr zärtlich war. Seine Wut ließ er an meiner Mutter aus. Mich bedachte er hin und wieder mit ein paar gut platzierten Kopfnüssen, sonst ignorierte er mich meistens. Wie dem auch sei, meine Mutter verließ ihn, als JoLyn 13 war. Ich war damals schon aus dem Haus und mit Larry verheiratet. Mein Stiefvater starb im folgenden Jahr am Bauchspeicheldrüsenkrebs. JoLyn war die einzige von uns, die um ihn trauerte. Und heute weine ich um meine Schwester, wie ich das im Lauf der Jahre so oft getan habe. Manchmal erinnert mich meine ältere Tochter Sarah an sie, die auch alles auf dem Weg bitterer Erfahrung lernen muss, und das macht mir Angst. Vielleicht ist das der Grund, warum ich ständig etwas an ihr auszusetzen habe. Sarah ist 17 und knapp 1,80 Meter groß. Sie hat wie JoLyn große grüne Augen und einen Wahnsinns-Busen. Ich weiß nicht, woher sie den hat. Um ehrlich zu sein, ich weiß eigentlich nicht einmal, wie ich zu ihr gekommen bin. Manchmal, wenn sie mitten in einer ihrer Tiraden ist, starre ich sie an und frage mich, ist den Leuten im Krankenhaus vielleicht ein Irrtum unterlaufen? Kann dieses hochgewachsene, großäugige, großbusige Geschöpf, das vor mir steht und kreischt wie ein Jochgeier, wirklich meine Tochter sein? Sarah trägt Sachen, die ich vor 25 Jahren ausrangiert habe, diese formlosen, durchsichtigen indischen Gewänder, die ich längst fürchterlich finde. Ganz anders Michelle, meine 14-Jährige, die nur Markenkleidung trägt und jeden Familienkrach aufmerksam aus der Kulisse verfolgt, um später ihren Kommentar dazu zu geben, wie ein spilleriger, pubertärer griechischer Chor. Oder eine zukünftige Familientherapeutin. Ist das der Grund, warum ich relativ wenig Schwierigkeiten mit meiner jüngeren Tochter habe? Warum ich das alles so ausbreite? Sind das denn Dinge, die die Polizei für relevant halten wird? Ich weiß es nicht. Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß eigentlich überhaupt nichts mehr. Mein ganzes Leben erscheint mir wie eines dieser Riesenpuzzles, für die man ewig braucht und dann, gerade wenn man zum Ende kommt, wenn man meint, endlich alles richtig zu haben, zu entdecken, dass alle Schlüsselteile fehlen. Soll ich ganz am Anfang beginnen, mich in aller Form bekannt machen? Guten Tag, mein Name ist Kate Sinclair. Soll ich berichten, dass ich vor 47 Jahren an einem ungewöhnlich warmen Apriltag in Pittsburgh geboren wurde? Dass ich 1,67 Meter groß bin und 56 Kilo wiege? Dass ich hellbraunes Haar habe und Augen, die eine Nuance dunkler sind, ein klein Wusen und schöne Beine und ein etwas schiefes Lächeln? Dass Larry mich liebevoll Funny Face nennt, dass Robert sagte, ich sei schön? Es wäre viel einfacher, am Ende zu beginnen, Fakten aufzuzählen, die bereits bekannt sind, die Toten zu nennen, das Blut ein für allemal wegzuwischen, anstatt den Versuch zu unternehmen, nach Motiven, Erklärungen, Antworten zu suchen, die vielleicht niemals gefunden werden. Aber das will die Polizei nicht. Sie kennen die grundlegenden Fakten bereits, sie haben das Resultat gesehen, sie wollen Einzelheiten und ich habe mich bereit erklärt, sie nach bestem Wissen zu liefern. Ich könnte mit Amy Lokaschs Verschwinden beginnen oder mit dem ersten Besuch ihrer Mutter in meiner Praxis. Ich könnte mit den Ängsten meiner Mutter beginnen, sie werde verfolgt oder mit dem Tag, an dem Saras Lehrerin mich anrief, um mir ihr wachsendes Unbehagen über das Verhalten meiner Tochter mitzuteilen. Ich könnte von Roberts ersten Anruf erzählen oder von Larrys plötzlicher Reise nach South Carolina, aber ich denke, wenn ich einen Moment vor allen anderen wählen müsste, dann wäre es der an jenem Samstagmorgen im vergangenen Oktober, als Jolin und ich friedlich am Küchentisch saßen und unsere dritte Tasse Kaffee tranken. Als meine Schwester die Morgenzeitung aus der Hand legte und seelenruhig verkündete, dass sie beabsichtige, einen Mann zu heiraten, dem gerade wegen Mordes an 13 Frauen der Prozess gemacht wurde. Ja, ich denke, damit werde ich anfangen. Ich erinnere mich, dass es ein sonniger Tag war, einer jener prachtvollen Tage, an denen der Himmel so blau ist, dass er fast künstlich erscheint, die Luft angenehm warm, der Wind nur ein flüsternder Hauch. Ich trank den Rest Kaffee, der noch in meiner Tasse war, mit dem gleichen Genuss, wie eine Kettenraucherin den Rauch ihrer letzten Zigarette einzieht und blickte durch das hintere Fenster zu der hohen Kokospalme hinaus, die sich über das Schwimmbecken hinweg zum Terrakotta-Dach des Hauses neigte. Es war ein Bild wie auf einer Ansichtskarte. Der Himmel, der Rasen, selbst die Baumrinden leuchteten in so kräftigen Farben, dass sie zu pulsieren schienen. Was für ein herrlicher Tag, sagte ich. Ich las gerade die Filmbesprechung und schlürfte den Kaffee, als Jolin aufkreuzte. Statt einer Begrüßung teilte sie mir mit, es gehe ihr mies, zum Teil, weil sie nicht gut geschlafen hatte, vor allem aber, weil sie am Abend zuvor von einem Mann versetzt worden war. In weißen Shorts und gewagten Oberteil sah sie trotz der schlaflosen Nacht toll aus wie immer. Die schulterlangen blonden Locken malerisch zerzaust, den frisch-gefickt-Look nannte sie es, obwohl nur nichts dergleichen passiert war, wie sie missmutig sagte. Da geht's dir nicht besser als mir, hätte ich beinahe gesagt, aber ich tat es nicht. Es war mir noch nie eingefallen, mit Jolin über mein Liebesleben zu sprechen. Zum einen, weil ich mich bei ihr nicht auf Diskretion verlassen konnte, zum anderen vor allem, weil es da nicht viel zu erzählen gab. Jolin ihrerseits war immer mehr als bereit, ja sogar begierig darauf, die Geheimnisse ihres Liebeslebens mit mir zu teilen. Plastische Details ihrer Abenteuer flossen ihr so munter von den Lippen, wie das Wasser einen Gebirgsbach hinunterplätschert. Der ist ja süß, murmelte Jolin. Schau dir nur mal dieses Gesicht an. Sie breitete die Zeitung auf der Glasplatte des runden Küchentisches aus. Den Mann heirate ich, erklärte sie. Ich blickte auf die Titelseite des Lokalteils. Drei Männer waren zu sehen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, der zu einem Gespräch mit Lokalpolitikern nach Florida gekommen war. Ein katholischer Priester, der einer geplanten Demonstration von Schwulen und Lesben seine Unterstützung zugesichert hatte und Colin Friendly, des Mordes an 13 Frauen angeklagt, der in einem Gerichtssaal in West Palm Beach saß. Ich wagte nicht zu fragen, welchen der drei sie meinte. Im Ernst, sagte sie und tippte mit langem, orange-lackierten Fingernagel auf das Foto des Mordverdächtigen. Schau dir nur mal das Gesicht an. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Brad Pitt, findest du nicht? Ich sehe einen kaltbütigen Killer, sagte ich. Wer sagt, dass er jemanden umgebracht hat? Jolin, liest du eigentlich die Zeitung oder siehst du dir nur die Bilder an? Ich habe den Bericht gelesen, Frau Superschlau, versetzte sie, und nirgends steht ein Wort davon, dass er ein Mörder ist. Jolin, er hat mindestens 13 Frauen getötet. Er wird beschuldigt, sie getötet zu haben, aber das heißt noch lange nicht, dass er es auch getan hat. Ich meine, klär mich auf, wenn ich mich täusche, aber ist das nicht der Grund für den Prozess? Ich wollte protestieren, überlegte es mir dann aber anders und sagte nichts. Und was ist mit unschuldig bis zum Beweis der Schuld, hm? fuhr sie fort. Mit Schweigen war bei Jolin nie etwas auszurichten. Du hältst ihn also für unschuldig, sagte ich, auf eine Technik zurückgreifend, die ich oft im Gespräch mit meinen Klienten anwende. Anstatt zu widersprechen, anstatt zu versuchen, sie umzustimmen, anstatt ihnen Antworten zu liefern, die vielleicht richtig sind, vielleicht aber auch nicht, wiederhole ich ihnen einfach ihre eigenen Worte, manchmal, indem ich sie positiver formuliere, um ihnen Zeit zu geben, die Antwort selbst zu finden, manchmal nur, um ihnen zu zeigen, dass ich sie gehört habe. Ich halte es auf jeden Fall für sehr gut möglich. Ich meine, schau dir doch mal nur dieses Gesicht an. Es ist schön. Widerstrebend betrachtete ich die Fotografie. Ich sah einen Mann, Anfang 30, mit dunkelbraunem, welligem Haar, das ordentlich aus dem fein gemeißelten Gesicht gekämmt war, einem Gesicht, das ich unter anderen Umständen vielleicht als gut aussehend bezeichnet hätte. Aber es fiel mir schwer, diesen Menschen objektiv zu sehen, selbst damals schon. Findest du ihn nicht toll? Ich schüttelte den Kopf. Das kann nicht dein Ernst sein. Er sieht aus wie Brad Pitt, nur dass sein Haar dunkler und seine Nase länger und schmäler ist. Ich starrte die 37-jährige Frau an, die mir gegenüber saß. Erst hatte sie sich angehört wie eine aggressive 10-Jährige, jetzt redete sie wie ein verknallter Teenager. Würde sie jemals erwachsen werden? Werden wir überhaupt hier erwachsen? Oder werden wir nur alt? Okay, vielleicht sieht der Brad Pitt ja auch gar nicht so ähnlich, aber du musst zugeben, dass er gut aussieht. Charismatisch. Ja genau, charismatisch. Das musst du wenigstens zugeben. Tut mir leid, aber ich kann jemanden, der 13 Frauen und Mädchen gequält und ermordet hat, nicht toll oder charismatisch finden. Das schaffe ich nicht. Ich dachte an Donna Lokesch, eine meiner Klientinnen, deren Tochter Amy vor fast einem Jahr verschwunden war. Sie war ein mögliches Opfer Colin Friendlies, obwohl man bisher keine Leiche gefunden hatte. Ich sehe einen kleinen Jungen, der verletzt worden ist. Jolins Stimme war ernst und aufrichtig. Du siehst einen Jungen, der verletzt worden ist, wiederholte ich. Wo? Wo siehst du das? Der knallige, orange-rote Fingernagel zog einen kleinen Kreis um Colin Friendlies Mund. Er hat so ein trauriges Lächeln. Ich sah mir das Foto genauer an und stellte überrascht fest, dass sie recht hatte. Findest du es nicht merkwürdig, fragte ich, dass er unter den gegebenen Umständen überhaupt lächelt? Das ist doch nur jungenhafte Verlegenheit, erklärte sie, als hätte sie Colin Friendly ihr Leben lang gekannt. Ich finde es liebenswert. Ich stand auf, ging zur Anrichte hinüber und schenkte mir noch eine Tasse ein. Ich brauchte sie jetzt. Ich werde ihn kennenlernen. Was? Ich werde ihn kennenlernen, wiederholte sie eigensinnig. Ich setze mich nächste Woche in diesen Gerichtssaal und werde ihn kennenlernen. Gleich am Montag. Ich dachte, am Montag wolltest du auf Arbeitssuche gehen. Ich bin seit zwei Wochen Tag für Tag auf Arbeitssuche. Ich habe meine Bewerbungen in der ganzen Stadt verteilt. Hast du mal irgendwo mit einem Anruf nachgehakt? Du weißt, man muss hartnäckig sein. Der Klang meiner Stimme widerte mich genauso an wie Jolin, deren Gesicht Bände sprach. Und du kannst ja, weiß Gott, hartnäckig sein, wenn du willst. Vielleicht will ich aber nicht, gab sie schnippisch zurück. Vielleicht hab ich satt für einen Hungerlohn, für einen Haufen minderbemittelter Idioten zu arbeiten. Vielleicht mache ich mich selbstständig. Als was denn? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich ein Fitnessstudio auf oder eine Hundepension. Irgend so was. Ich gab mir die größte Mühe, keine Miene zu verziehen, während ich diese Neuigkeiten zu verarbeiten suchte. Um sich selbstständig zu machen, braucht man Geld. Das Geld kriege ich schon. Ach ja? Woher denn? Wann? Wenn Mama stirbt, antwortete sie und lächelte so traurig wie der Killer in der Morgenzeitung. Einen Moment war ich wie vom Donner gerührt. Hastie stellte ich meine Kaffeetasse auf die Anrichte und krampfte eine zitternde Hand in die andere. Wie kannst du so was sagen? Sie begann plötzlich zu lachen. Mama ist erst 75 und es geht ihr bestens. Ich würde mich an deiner Stelle nicht darauf verlassen, dass sie so bald das Zeitliche segnet. Bei ihr konnte ich mich noch nie auf etwas verlassen, sagte Jolin. Wo kommt denn das plötzlich alles her? fragte ich. Jetzt war es Jolin, die mich ungläubig anstarrte. So war es immer. Wo bist du eigentlich die ganze Zeit gewesen? Wie lange willst du ihr noch Vorwürfe machen für Dinge, die sie vor 20 Jahren vielleicht getan oder nicht getan hat? Du brauchst es gar nicht so herunterzuspielen. Ja, was zum Donnerwetter hat sie dir denn angetan? Jolin schüttelte den Kopf, schob das blonde Haar zurück und zupfte an dem goldenen Ring, der in ihrem rechten Ohr hing. Nichts. Sie hat alles richtig gemacht. Sie war die perfekte Mutter. Vergiss es einfach. Wieder schüttelte sie den Kopf. Das blonde Haar fiel ihr wieder ins erhitzte Gesicht. Das Telefon läutete. Es war unsere Mutter. Wie auf Kommando, als hätte sie unser Gespräch gehört, als wüsste sie über unsere geheimsten Gedanken Bescheid. Sag ihr, dass wir gerade über sie gesprochen haben, flüsterte Jolin so laut, dass man nicht umhin konnte, sie zu hören. Wie geht es dir, Mama? sagte ich stattdessen. Ihre Stimme war im ganzen Zimmer zu hören. Glänzend, erklärte sie. Das sagte sie immer. Glänzend. Jolin sprach das Wort lautlos mit. Und wie geht es dir, Kind? Gut, danke. Und den Mädchen? Oh, denen geht es bestens. Und mir auch, rief Jolin laut. Oh, ist Jolin bei dir? Ja, sie ist auf eine Tasse Kaffee vorbeigekommen. Grüß sie von mir, sagte unsere Mutter. Grüß zurück, sagte Jolin trocken. Hör mal, Kind, fuhr meine Mutter fort. Ich rufe an, weil ich das Rezept für den Pfirsenkuchen nicht mehr finden kann. Hast du vielleicht eine Kopie davon? Pfirsenkuchen? wiederholte ich. Ja, sagte sie, du weißt doch, ich hab dir erst vor ein paar Wochen einen gebacken und der hat dir so gut geschmeckt. Ach, du meinst den Pfirsichkuchen. Ja, antwortete sie. Hab ich was anderes gesagt? Du hast, ach, lass es nicht so wichtig. Ich schau nachher gleich mal nach und ruf dich dann zurück. Ist dir das recht? Ein Moment blieb sie still. Ja, aber lass mich nicht zu lange warten. Ein Anflug von Erregung hatte sich in ihre Stimme geschlichen. Ist irgendetwas? fragte ich und dachte, lieber Gott, lass alles in Ordnung sein. Schon begann der Tag, sich zu trüben, der Himmel zusehends blasser zu werden. Nein, nein, beruhigte sie mich eilig. Es ist nur wegen Mr. Emerson von nebenan. Er ist mir aus irgendeinem Grund böse. Ich hab keine Ahnung, warum, aber er war in den letzten Tagen ziemlich unfreundlich, weißt du? Unfreundlich? Inwiefern denn? Ich kannte Mr. Emerson, einen liebenswürdigen, weißhaarigen alten Herrn, ein wenig gekrümmt vom Alter, aber immer noch gewandt und umgänglich. Seit meine Mutter vor zwei Jahren in das Palm Beach Lake Seniorenheim übergesiedelt war, lebte er in dem Apartment neben dem Iren. Ich wollte ihm einen Pfirsichkuchen backen als Friedensangebot, fuhr meine Mutter fort, aber jetzt kann ich das Rezept nicht finden. Ich seh nach, ob ich es habe und ruf dich später an, versprach ich ihr. Sag ihr, dass ich heirate, rief Jolin, als ich gerade auflegen wollte. Was? Sie heiratet wieder? Du wirst begeistert sein von ihm, sagte Jolin, während ich meiner Mutter hastig zuflüsterte, es sei nur ein Scherz. Der Montag kam. Ich hatte Klienten von morgens um acht bis abends um sechs mit einer Dreiviertelstunde Mittagspause. Mein Magen sehnte knurrend das Ende der letzten Sitzung vor der Mittagspause herbei. Das Paar, das mir gegenüber saß, war hilfesuchend zu mir gekommen, weil es mit seinem 14-jährigen Sohn, der so trotzig und schwierig war, wie man sich das bei einem Teenager nur vorstellen kann, nicht mehr fertig wurde. Nach zwei Sitzungen hatte er sich geweigert, wiederzukommen. Seine Eltern jedoch blieben bei der Stange und bemühten sich tapfer um einen Kompromiss, mit dem alle leben konnten. So ein Kompromiss hat natürlich nur Erfolg, wenn alle Beteiligten sich an ihn halten und daran dachte der Sohn der beiden überhaupt nicht. Als die Stunde um war, ging ich ins andere Zimmer, nahm mir ein Thunfisch-Sandwich aus dem Kühlschrank und hörte meinen Anrufbeantworter ab. Sieben Nachrichten warteten auf mich. Drei von Leuten, die Termine haben wollten, eine vom Studienberater an Sarahs Schule mit Bitte um Rückruf, zwei von meiner Mutter mit der Bitte, mich so bald wie möglich zu melden und einer von Jolin, die mir mitteilte, dass sie den ganzen Morgen beim Prozess gewesen sei, dass Colin Friendly in Natura noch besser aussehe als auf den Fotos, dass sie mehr denn je von seiner Unschuld überzeugt sei und dass ich am Mittwoch, meinem freien Tag, unbedingt mitkommen müsse, um mich mit eigenen Augen zu überzeugen. Ich schloss einen Moment die Augen, holte tief Luft und rief dann meine Mutter an. Was ist denn los, Mama? Ist was passiert? Ach, es ist dieser verdammte Mr. Emerson. Was ist denn mit Mr. Emerson? Er behauptet, ich hätte ihn mit dem Pfirsichkuchen, den ich ihm gebacken habe, vergiften wollen. Er sagt, er sei die ganze Nacht aufgewesen und habe sich übergeben. Ich bin außer mir, wirklich. Allen im Haus erzählt er, ich hätte ihn vergiften wollen. Ach, Mama, das tut mir aber leid. Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht du bist. Da hast du dir extra solche Mühe gemacht. Ich stellte sie mir vor, wie sie, über die Arbeitsplatte in ihrer kleinen Küche gebeugt, die Pfirsichscheiben in ordentlichen Reihen auf dem Teig anordnete. Könntest du nicht mal mit Mrs. Winschel sprechen? fragte sie. Ich bin zu erregt dazu und ich weiß, wenn du sie anrufen und ihr alles erklären würdest. Mrs. Winschel war die Leiterin des Altenheims. Bitte. Na schön. Und du rufst gleich an? Sobald ich kann. Tausend Dank, Kind. Sei mir nicht böse, dass ich dir so zur Last fahre. Du fällst mir nie zur Last. Ich melde mich später. Ich legte auf, bis ein paar Mal in mein Brot und blätterte in meinem Adressbuch nach Mrs. Winschels Telefonnummer. Aber vorher wollte ich noch in Saras Schule anrufen. Der Studienberater meldete sich genau in dem Moment, als mir ein Riesenstück Thunfisch am Gaumen kleben blieb. Sarah versäumt in letzter Zeit häufig den Unterricht, erklärte er mir ohne Umschweife. In den vergangenen zwei Wochen hat sie viermal in Mathematik gefehlt und zweimal in Spanisch. Du lieber Gott, dachte ich, geht das schon wieder los. Hatten wir das nicht erst letztes Jahr? Ich werde mit ihr reden, sagte ich und kam mir vor wie eine komplette Versagerin, obwohl ich wusste, dass dies natürlich Saras Problem war und nicht meines. Eine tolle Familientherapeutin, dachte ich, während ich die letzten Bissen meines Brots verschlang, die wie schwere Klumpen in meinen Magen fielen. Dann rief ich Mrs. Winschel an, erklärte ihr rasch mein Anliegen und fragte, ob sie nicht einmal mit Mr. Emerson sprechen könne. Ich hatte sowieso vor, sie anzurufen, begann Mrs. Winschel. Gibt es ein Problem? fragte ich widerstrebend. Wir hatten Klagen von einigen anderen Bewohnern, begann sie. Klagen? Über Mr. Emerson? Über ihre Mutter, entgegnete sie. Über meine Mutter? Eine lange Pause folgte. Dann. Es hat in den letzten zwei Monaten einige Schwierigkeiten gegeben. Was für Schwierigkeiten? Ich glaube, am Telefon können wir das nicht besprechen. Vielleicht könnten wir uns bald einmal zusammensetzen. Sie, ihre Mutter und ich. Ach, und sie haben doch eine Schwester, nicht wahr? Mein einziger freier Tag ist der Mittwoch, sagte ich zu Mrs. Winschel, während ich schon überlegte, wie ich es schaffen sollte, Jolin zu überreden, mich zu begleiten. Ich erledigte die restlichen Anrufe, dann warf ich einen Blick in den Warteraum, aber Donna Lokisch, meine nächste Klientin, war noch nicht da. Ich war etwas besorgt. Es war nicht Donners A zu spät zu kommen. Das Telefon läutete und Donners Stimme klang tränerstickt. Bitte entschuldigen Sie. Ich weiß, ich bin zu spät dran, aber gerade als ich gehen wollte, hat das Telefon geklingelt. Was ist denn los, Donna? Ist was passiert? Geht es um Amy? Die Polizei hat eben angerufen, sagte sie, jetzt. Man hat eine Leiche gefunden, es ist möglich, dass es Amy ist. Oh Gott. Ich soll zur Gerichtsmedizin kommen, sie schicken mir einen Wagen, sie haben gesagt, ich soll mit einem Freund oder einer Freundin kommen, aber ich weiß niemanden. Ich bin schon unterwegs. In aller Eile sagte ich meine Nachmittagstermine ab, klebte einen Zettel für diejenigen an die Tür, die ich nicht erreicht hatte und machte mich auf dem Weg zum städtischen Leichenschauhaus. Donna Lohkesch saß auf einem der zwei Stühle aus Stahl und Plastik an der cremefarbenen Betonwand des Kleinempfangsraums. Neben ihr wartete ein uniformierter Polizeibeamter. Sie war seit unserem letzten Zusammentreffen noch dünner geworden und unter ihren braunen Augen lagen dunkle Schatten. Das braune Haar war an einem Pferdeschwanz zusammengebunden, eher praktisch als schick. Sie sprang auf, als sie mich sah und eilte mir entgegen. Mir ist ein bisschen übel, flüsterte sie. Versuchen Sie tief durchzuatmen, riet ich ihr und tat selbst das Gleiche. Der uniformierte Beamte trat auf uns zu und bot mir die Hand. Er war mittelgroß, mit rotblondem Haar und breitem Brustkorb. Mrs. Sinclair, ich bin Officer Gatlin. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich nickte. Ich sage drin Bescheid, dass Sie hier sind, man wird Ihnen eine Fotografie zeigen. Eine Fotografie? Sie wollen mich mein eigenes Kind nicht sehen lassen, sagte Donna. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es wirklich Amy ist, bemerkte ich. Die nächsten Angehörigen bekommen die Fotografie nie zu sehen, erklärte Gatlin. Es wäre zu traumatisch. Deshalb bitten wir sie, entweder einen Geistlichen oder einen Freund der Familie mitzubringen, jemanden, der das Opfer gekannt hat. Ich hatte keine Ahnung, dass ich sie nicht sehen darf, sagte Donna weinend. Kate, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wen ich sonst bitten kann. Es tut mir so leid, dass ich sie da hineingezogen habe, Kate. Bitte verzeihen Sie mir. Ich hatte keine Ahnung, dass ich sie gar nicht sehen darf. Ich werde mir das Bild ansehen, sagte ich schnell, fasste Donners Hand und drückte sie. Ich müsste sie eigentlich erkennen können. Gatlin nickte kurz. Die Tür zum hinteren Raum wurde geöffnet. Ein großer, gutaussehender Mann mit grau-meliertem Haar kam mit einer Fotografie in der Hand herein. Oh Gott, oh Gott, jammerte Donna leise, während sie sich, die Arme um ihren Körper geschlungen, auf ihrem Stuhl hin und her wiegte. Das ist Fred Sheridan, einer der Pathologen, stellte Gatlin vor. Ich stand auf. Sind Sie bereit, Mrs. Sinclair? Ich weiß es nicht, antwortete ich wahrheitsgemäß. Lassen Sie sich ruhig Zeit, sagte Fred Sheridan gedämpft. Zögernd ging ich auf ihn zu. Ich schluckte, schloss die Augen, sprach ein lautloses Gebet. Sie hatte eine rote Spange im Haar, sagte Donna Lokesch unvermittelt. Was? Ich drehte mich nach ihr um, ehe ich Zeit hatte, das Bild richtig wahrzunehmen. Als sie an dem Abend wegging, hatte sie eine rote Spange im Haar. Ist das Amy? fragte Fred Sheridan leise und lenkte mit seiner Frage meine Aufmerksamkeit auf die Fotografie. Das Gesicht, in das ich starrte, war jung und rund und wirkte überraschenderweise wie unberührt. Keine Lachfältchen zupften an den Augenwinkeln, keine Kümmernis hatte ihre Mundwinkel herabgezogen. Tränen sprangen mir in die Augen. Ich wandte mich ab. Sie ist es nicht, flüsterte ich. Donna stieß einen erstickten Schrei aus. Ich allte sofort zu ihr. Sie klammerte sich an meine Hand und neigte schluchzend ihren Kopf darüber. Ihre Tränen berührten warm und feucht meine Haut. Sind Sie sicher? fragte Gatlin. Ja. Das Mädchen auf der Fotografie mochte eine gewisse Ähnlichkeit mit Amy haben, doch ihre Nase war gerade, nicht aufgeworfen und ihre Unterlippe war schmaler, weniger voll. Auf der aschfarbenen Haut waren keine Sommersprossen. Sie hatte keine rote Spange im Haar. Und was geschieht jetzt? fragte ich. Wir werden weiter versuchen herauszubekommen, wer sie ist, antwortete Gatlin, und wir werden weiter nach Amy suchen. Meine Tochter ist nicht durchgebrannt, erklärte Donna mit Entschiedenheit. Ich fahre sie nach Hause, Mrs. Lokesch, sagte der Polizeibeamte. Nein, schon gut, ich bringe sie heim, entgegnete ich. Donna lächelte dankbar. Gatlin öffnete uns die Tür und wir traten in die Sonne hinaus. ins Land der Lebenden, dachte ich. Dauernd warte ich darauf, dass das Telefon läutet, dass Amy zur Tür hereinkommt oder dass man sie irgendwo findet und ihren Mörder schnappt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ja, das muss sehr schwer sein, antwortete ich und wünschte, ich könnte mehr sagen, irgendetwas sagen, was ihren Schmerz lindern würde. Und durch den Prozess wird es noch schwerer, fuhr sie fort, und mir war sofort klar, dass sie von dem Prozess gegen Colin Friendly sprach. Jeden Tag lese ich in der Zeitung, was dieses Ungeheuer den Frauen angetan hat und frage mich, ob er es mit meiner Tochter genauso gemacht hat. Ich kann es wirklich kaum noch ertragen. Ich nahm sie in den Arm. Manchmal möchte ich am liebsten in diesen Gerichtssaal stürzen und mir diesen Kerl selbst vorknöpfen, sagte Donna, damit er mir sagt, ob er Amy getötet hat. Los, sagen Sie es mir, würde ich am liebsten schreien. Sagen Sie es mir, damit ich endlich Gewissheit habe und mich damit auseinandersetzen und mein Leben wieder aufnehmen kann. Ich sagte nichts. Ich kam am Mittwochmorgen kurz vor acht vor dem Gericht an. Jolin war schon lange da, fast am Anfang der langen Schlange, die sich durch das Foyer des prächtigen Marmorgebäudes im Herzen vom West Palm Beach wand. Wir wurden durch die Metalldetektoren geschleust und stiegen in den überfüllten Aufzug zum Gerichtssaal im obersten Stockwerk. Ich wusste nicht, was mich erwartete und war erstaunt, als ich mich beim Aussteigen aus dem Aufzug einer riesigen Glaswand gegenüber sah, der einen spektakulären Blick auf die Stadt, den Küstenkanal und den Ozean dahinter bot. Eine Landschaft wie ein Traum, dachte ich, während ich den langen Korridor hinunterging und schon wusste, dass ich auf dem Weg in einen Albtraum war. Vom Gerichtssaal aus, dessen ganze östliche Wand aus Fenstern bestand, hatte man den gleichen prachtvollen Blick. Colin sitzt dort. Jolin wies mit einer Kopfbewegung zu dem langdunklen Eichentisch der Verteidigung, hinter dem drei schwarze Ledersessel standen. In der Mitte. Sie hockte ganz vorn auf der Kante ihres Stuhls, weit vorgebeugt, um besser sehen zu können, obwohl es bis jetzt noch gar nichts zu sehen gab. Wir waren in der dritten Reihe des Mittelteils, direkt hinter der Anklage und den beiden Stuhlreihen, die für die Familien der Opfer reserviert waren. Von hier können wir Colin besser sehen, erklärte sie. Ich wünschte, sie würde aufhören von diesem Menschen, der zahlreicher Morde angeklagt war, zu sprechen, als wäre er nahe Freund von ihr. Warte nur, bis du siehst, wie gut er aussieht, sagte Jolin. Ohne weiter auf Jolin zu hören, starrte ich durch die Fensterbank zum wolkenlosen, blauen Himmel hinaus. Erst nach einigen Sekunden merkte ich, dass jemand mich anstarrte. Es war ein Mann, der mir schon draußen aufgefallen war, ein Mann mit braunem Haar und teurem Maßanzug. Die Haut seines gut geschnittenen Gesichts hatte unter dem Einfluss von allzu viel Sonne etwas von ihrer Geschmeidigkeit verloren. Sein voller Mund und die hellbraunen Augen waren von feinen Fältchen umgeben. Woher weiß ich, dass er hellbraune Augen hat? fragte ich mich und wandte meinen Blick ab, nur um ihn gleich wieder anzusehen, ungeniert anzustarren und staunend zuzusehen, wie die Jahre von ihm abfielen wie Farbschichten, die von den Mauern eines Hauses entfernt waren. Der erwachsene Mann verschwand. Ein Junge von 18 nahm seinen Platz ein. Robert? flüsterte ich vor mich hin. Jolin stieß mich mit dem Ellbogen in die Rippen. Das ist der Staatsanwalt, Mr. Eves, der da gerade hereinkommt. Ich hasse ihn. Der hat's echt auf Colin abgesehen. Das Herz schlug mir unerklärlich schnell. Mehr als 30 Jahre waren vergangen, seit ich Robert Crow das letzte Mal gesehen hatte. War es möglich, dass er noch immer eine solche Wirkung auf mich hatte? Da, jetzt kommt er, erklärte mir Jolin eifrig. Sie drehte sich auf ihrem Stuhl direkt am Mittelgang nach außen und schlug ein Bein über das andere, um die Wirkung ihres langgeschlitzten Rocks zu maximieren. Gespannte Schweigen senkte sich über den Raum, als Colin Friendly durch eine Tür im vorderen Teil des Saals eintrat und von einem bewaffneten Polizeibeamten zu seinem Platz geführt wurde. Friendly trug einen konservativen blauen Anzug, dazu ein pfirsichfarbenes Hemd und eine Krawatte mit Paisley-Muster. Das wellige schwarze Haar war ordentlich gekämmt. Ich sah, wie sein Blick durch den Saal schweifte, wie der eines Jägers auf der Suche nach Beute, dachte ich schaudernd, als er einen Moment lang Jolin fixierte. Mein Gott, hast du das gesehen? flüsterte sie und packte meine Hand so fest, dass ihre langen Nägel sich in mein Fleisch sporten. Er hat mich direkt angesehen. Ich schnappte nach Luft und bekam keine. Mühelos hatte Colin Friendly den ganzen Sauerstoff im Saal eingesogen. Hast du das gesehen? wiederholte Jolin drängend. Er hat mich bemerkt, er weiß, dass ich seinetwegen hier bin. Herrgott noch mal, Jolin, versetzte ich. Der Richter betrat den Saal einige Minuten später. Pflichtschuldigst standen wir alle auf und nahmen dann wieder Platz. Richter Kellner wirkte mit seinem weißen Haar angemessen richterlich. Nach ihm kamen die Geschworenen, sieben Frauen, fünf Männer, zwei weitere Frauen als mögliche Ersatzleute. Alle trugen sie kleine Abzeichen, die sie als Geschworene auswiesen. Von den 14 waren acht weiß, vier schwarz, zwei irgendetwas dazwischen. Der Gerichtsdiener rief den Saal zur Ordnung und der Richter forderte die Anklage auf, ihren ersten Zeugen zu rufen. Jolin rutschte aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her, während eine ernsthaft aussehende junge Frau namens Angela Riegert vereidigt wurde. Der Staatsanwalt war aufgestanden. Er schloss den obersten Knopf seiner dunkelblauen Anzugjacke, genau so, wie man es im Fernsehen immer sieht. Miss Riegert, wie lange haben Sie Wendy Sapatello gekannt? Wir waren seit der vierten Schulklasse befreundet, sie war meine beste Freundin. Wer ist Wendy Sapatello? fragte ich leise. Eines der Opfer, zischte Jolin aus dem Mundwinkel. Ich starrte zu Boden, unsicher, ob ich noch mehr hören wollte. Und können Sie mir sagen, was am Abend des 17. März 1995 geschah? Wir waren auf einer Party bei einer Freundin, ihre Eltern waren verreist und sie hatte einen Haufen Leute eingeladen. Haben Sie den Angeklagten dort gesehen? Widerstrebend warf Angela Riegert einen Blick auf Colin Friendly und sah sofort wieder weg. Ja, er war hinten im Garten, ich hab ihn gesehen, als wir rausgegangen sind, um frische Luft zu schnappen. Haben Sie mit ihm gesprochen? Er hat mit mir gesprochen. Das wünschst du dir wohl, zischte Jolin verächtlich. Was hat er gesagt? Nicht viel, nette Party, schöner Abend, sowas in der Richtung. War Wendy Sabatello da mit Ihnen zusammen? Ja, sie fand ihn attraktiv. Was geschah dann? Die Zeugin schluckte, bis ich kurz auf die Unterlippe. Wir sind wieder reingegangen. Haben Sie danach noch einmal mit Friendly gesprochen? Nein, ich nicht, aber später sagte Wendy zu mir, sie würde rausgehen, um sich mit ihm zu unterhalten. Und? Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie ist nicht wieder hereingekommen. Nein, als ich sie später gesucht habe, um ihr zu sagen, dass ich nach Hause fahren wollte, war sie weg. Und der Angeklagte? Der war auch nicht mehr da. Der Ankläger lächelte. Ich danke Ihnen, Mrs. Riegert. Er nickte der Verteidigung zu. Ihre Zeugin. Der Verteidiger stand schon, knöpfte, wie erwartet, sein Jackett zu. Er war ein athletisch wirkender Mann mit einem dicken Hals. Die Muskeln seiner Oberarme waren durch das grauseidene Jackett deutlich zu sehen. Miss Riegert, sagte er mit einer gewissen Schärfe, wurde auf dieser Party getrunken. Angela Riegert schien ein wenig zu schrumpfen. Ja. Haben Sie getrunken? Hakte der Anwalt nach. Ich habe ein paar Bier getrunken, ja. Waren Sie betrunken? Nein. Haben Sie Marihuana geraucht? Einspruch, euer Ehren, meldete sich Yves. Die Zeugin steht hier nicht vor Gericht. Es geht um die Feststellung, in was für einer Verfassung sich die Zeugin befand, euer Ehren. Ob sie überhaupt fähig war, meinen Mandanten zu identifizieren. Einspruch abgelehnt? Bitte beantworten Sie die Frage, Miss Riegert. Sie zögerte, schien den Tränen nah. Ja, ich habe ein paar Züge geraucht, bekannte sie. Ein paar Züge von einer Marihuana-Zigarette und einige Gläser Bier. Ja. Waren Sie Hai? Nein. Aber Sie sind hinausgegangen, um frische Luft zu schnappen. Im Haus war es sehr heiß und sehr voll. War es dunkel? Wahrscheinlich, ja. Es war also dunkel, stellte der Verteidiger fest und pflanzte sich direkt vor der geschworenen Bank auf. Es war dunkel, sie hatten Marihuana geraucht und getrunken. Er legte eine Pause ein, um die Wirkung seiner Worte zu erhöhen. Und dennoch behaupten sie, dass sie meinen Mandanten eindeutig identifizieren können. Angela Regert straffte ihre Schultern und starrte Colin Friendly direkt an. Ja, antwortete sie, ich weiß, dass er es war. Ach übrigens, Miss Regert, fragte der Verteidiger, als wäre ihm die Frage noch nachträglich eingefallen. Tragen Sie eigentlich eine Brille? Manchmal. Haben Sie an dem Abend eine getragen? Nein. Ich danke Ihnen, ich habe keine weiteren Fragen. Der Anwalt kehrte mit schnellem Schritt zu seinem Platz zurück. Gut gemacht, bemerkte Jolin und ich musste ihr zustimmen. In weniger als einer Minute hatte Colin Friendlys Anwalt Angela Regerts Aussage erschüttert und mindestens ein Quäntchen berechtigten Zweifels hervorgerufen. Sie können gehen, sagte Richter Kellner zu der Zeugin. Angela Regert holte einmal tief Luft, dann verließ sie den Zeugen stand. Jolin warf ihr einen giftigen Blick zu, als sie an uns vorbei aus dem Saal ging. Ich blickte im selben Moment zum Mittelgang wie Colin Friendly. Flüchtig trafen sich unsere Blicke. Er zwinkerte mir frech zu. Dann sah er weg. Robert hatte auf mich gewartet, als wir nach der Verhandlung aus dem Gerichtssaal gekommen waren. Wie geht es dir? Was tust du hier? fragte ich mit einer Ich war froh, dass Jolin nicht da war, um meine Regression zum Backfisch zu bemerken. Sie stand immer noch an der Tür zum Gerichtssaal und wartete auf eine Chance, sich an einem von Colin Friendlys Anwälten heranzumachen, nachdem sie den größten Teil der Mittagspause damit zugebracht hatte, einen Brief an das Ungeheuer zu schreiben. Colin Friendly müsse wissen, warum sie von seiner Unschuld überzeugt sei, erklärte sie mir. Ich entgegnete ihr darauf, sie gehöre ins Irrenhaus. Was ich in Palm Beach tue oder was ich hier bei Gericht tue? Die Lachfällchen und Robert Crow's Augen kräuselten sich auf eine Weise, die mir verriet, dass er sich seiner Wirkung auf mich wohl bewusst war, genau wie früher und dass es ihn amüsierte, vielleicht sogar ein wenig rührte. Das gleiche könnte ich dich fragen. Ich lebe hier, in Palm Beach. Und du? Ich habe in Yale studiert, bin nach dem Studium nach Florida zu meinen Eltern gezogen, habe ein Mädchen kennengelernt, habe geheiratet, bin nach Boca gezogen, habe mich scheiden lassen, bin nach Delray gezogen, habe wieder geheiratet, bin nach Palm Beach gezogen. Du bist also verheiratet, sagte ich. Er lächelte. Vier Kinder. Und du? Zwei Töchter. Und ein Ehemann? Achso, ja, natürlich, Larry Sinclair. Ich habe ihn während des Studiums kennengelernt. Ich glaube nicht, dass du ihn kennst, babbelte ich und hatte das Gefühl, jemand müsste mir einen Knebel in den Mund schieben. Mein Leben lang hatte ich eine rätselhafte Frau sein wollen, eine dieser Frauen, die immer nur geheimnisvoll lächeln und kaum etwas sagen, wahrscheinlich, weil sie nichts zu sagen haben, aber deshalb von jedermann für tief und unergründlich gehalten werden. Wie dem auch sei, Rätselhaftigkeit war nie meine starke Seite. Meine Mutter sagt immer, man könne mir alles vom Gesicht ablesen. Und was hast du hier bei Gericht zu tun? Ich warf einen Blick zu meiner Schwester hinüber, die immer noch ungeduldig und aufgeregt an der Tür stand. Ehrlich gesagt, das weiß ich selbst nicht genau. Und warum bist du hier? Bist du Journalist? Nicht direkt, ich habe einen Rundfunksender. W-K-E-Y. Ach so, ich hoffte, man merkte mir nicht an, wie beeindruckt ich war. Normalerweise wäre ich nicht hier, aber ich hatte in der Nähe eine Verabredung zum Lunch und da dachte ich, er brach ab. Du bist sehr schön, sagte er. Ich lachte laut, wahrscheinlich um nicht in Ohnmacht zu fallen. Warum lachst du, glaubst du mir nicht? Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht schoss, meine Knie zittrig wurden, meine Körpertemperatur in die Höhe schoss. Na wunderbar, dachte ich, das ist genau der richtige Moment, um mich in einen knallroten, schwitzenden Wackelpudding zu verwandeln. Das wird ihn bestimmt tief beeindrucken. Es ist häuselten sich um den Vornamen meines Mannes und er sah mich lächelnd an. Er spielt mit mir, dachte ich. Und was treibt Larrys Frau, wenn sie nicht gerade Sensationsprozesse besucht, fragte er. Ich bin Therapeutin. Ja richtig, ich erinnere mich, dass du dich immer schon für diese Dinge interessiert hast. Er schaffte es, den Eindruck zu erwecken, als hätte er sich tatsächlich für irgendetwas interessiert, was ich vor 30 Jahren erzählt hatte. Die kleine Kate Laytimer hat sich also zu der Frau entwickelt, die sie immer werden wollte. Jetzt Kate Sinclair. Er sah mir tief in die Augen, neigte den Kopf leicht zur Seite, nahm meine Hand und hob sie langsam zu seinem Mund. Seine Lippen streiften meinen Handrücken. Ich will gar nicht beschreiben, was für Okay, wir können gehen, verkündete JoLynn, als sie neben mich trat. Ihr Blick wanderte zwischen mir und Robert Crow hin und her. JoLynn, sagte ich, darf ich dir Robert Crow vorstellen? Robert, das ist meine Schwester, JoLynn Baker. Ihre Schwester und ich kennen einander aus der Highschool, sagte Robert, als wäre das Erklärung genug. Aus irgendeinem Grund schien ihr das zu reichen. Ach, tatsächlich? Dann können sie sich bei mir für dieses Mini Klassentreffen bedanken, ich habe sie nämlich hierher geschleppt und ich kann ihnen sagen, das war nicht einfach. Sie beugte sich vor, um ihm die Hand zu geben und es war ein Wunder, dass ihr Busen nicht aus dem tiefen Ausschnitt ihres Kleides quoll. Ja, ich kann mich erinnern, dass es ziemlich schwierig ist, Kate zu etwas zu überreden, was sie nicht will. Roberts Lächeln bekam etwas Spitzbübisches. Während unserer Highschool-Zeit hatte er sechs Monate lang versucht, mich zu verführen. Wir sollten jetzt wirklich gehen, sagte Jolin und neigte sich mit einem kleinen Verschwörlächeln zu Robert. Unsere Mutter terrorisiert die Bewohner des Seniorenheims, in dem sie lebt. Wir haben dort eine Besprechung. Interessante Familie, bemerkte Robert Crowe, als Jolin mich mit sich vorzog. Und? Hast du mit ihm geschlafen? fragte sie auf der Fahrt zum Palm Beach Lakes Seniorenheim. Nein, natürlich nicht. Aber du wolltest gern, hakte sie nach. Ich war siebzehn, ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte. Du wolltest gern mit ihm schlafen, aber du warst so ein Tugendschaf, dass du es nicht getan hast. Herr Gott, noch mal Jolin, ich habe seit Jahren nicht mehr an den Mann gedacht. Da ich mich weigerte, mehr über ihn zu sagen, stürzte sich Jolin in eine Rekapitulation des vergangenen Prozestages. Angela Riegards Aussage habe der Verteidigung mehr geholfen als der Anklage. Eine weitere Zeugin wurde auf ähnliche Weise in Stücke gerissen und abserviert, ebenso die restlichen Zeugen des Tages, die sämtlich eine direkte Verbindung zwischen Colin Friendly und den ermordeten Frauen zur Zeit ihres Verschwindens hergestellt hatten. Überhaupt nicht es hatte keinen Sinn mit ihr zu streiten. Jolin glaubte immer genau das, was sie glauben wollte. Sie sah, was sie sehen wollte. Wenn sie Colin Friendly ansah, sah sie einen einsamen kleinen Jungen mit einem traurigen Lächeln und hielt ihn für absolut unschuldig. So sehr Opfer wie jede der Frauen, deren Tod ihm zur Last gelegt wurde. Genauso war es mit Andrew, Daniel und Peter gewesen. Andrew, den sie mit 18 heiratete, brach er erst den einen Arm, dann den anderen. Daniel, den sie sechs Jahre später heiratete, stahl ihr Geld und brach ihr die Rippen. Peter, den sie kurz nach ihrem 32. Geburtstag heiratete, um sich kurz vor ihrem 33. von ihm scheiden zu lassen, warf sie in der Hochzeitsnacht eine Treppe hinunter. Doch es waren Andrew, Daniel und Peter, die sie verließen, nicht umgekehrt. Ich versuchte, sie zu überreden, in eine Therapie zu gehen, aber davon wollte sie nichts wissen. Es ist alles Mamas Schuld, pflegte sie scherzhaft zu sagen. Bei der nachfolgenden Besprechung gab sich Mrs. Winschel, deren tomatenrotes Kostüm ihre samtschwarze Haut vorteilhaft zur Geltung brachte, sich jedoch mit dem Rest ihres vorherrschend kanariengelben Büros bis, keine Mühe, wiederholte Blicke zu ihrer Uhr zu verbergen. Sie habe nicht viel Zeit, erklärte sie zur Öffnung der Besprechung. Wir hätten uns ja beinahe 40 Minuten verspätet. Vielleicht können sie ihren Töchtern erklären, was sie gegen Mr. Ormsby vorzubringen haben, begann Mrs. Winschel. Unsere Mutter sah sie an, zuerst überrascht, dann sagt, Mr. Ormsby sie belästigt, sagte Mrs. Winschel. Fred Ormsby ist einer unserer Hausmeister, erklärte sie mit einem Blick auf die Uhr. Ein sehr netter Mann, fügte unsere Mutter hinzu. Hat er sie nicht mit nächtlichen Anrufen belästigt? Weshalb sollte er das tun? Jetzt war es Mrs. Winschel, die verwirrt aussah. Richtig, weshalb? Er hat es nicht getan. Ich wiederhole nur, was sie mir erzählt haben. Nein, entgegnete meine Mutter, Fred Ormsby ist ein ausgesprochen netter Mann, er würde niemals sowas tun. Sie müssen das missverstanden haben. Dann gibt es also kein Problem? fragte meine Schwester und sprang schon auf. Anscheinend nicht. Mrs. Winschel lächelte unverhohlen erleichtert, dass die Besprechung ein so überraschend schnelles und befriedigendes Ende gefunden hatte. Wenn ihr noch etwas anderes auf dem Herzen lag, so war sie nicht geneigt, darauf jetzt einzugehen. Was sagst du dazu? fragte ich meine Schwester, als wir mit unserer Mutter im Aufzug in die vierte Etage zu ihrem kleinen Einzimmer Apartment hinaufuhren. Julin zuckte die Achseln. Essen wir ein Stück Kuchen zusammen? fragte unsere Mutter. Bestimmt nicht, entgegnete Julin. Willst du uns Weg in die kleine Kochnische, öffnete den Kühlschrank und nahm einen etwas schief geratenen Sandkuchen heraus. Ach, Julin rief sie, du mal mit deinen Scherzen. Was ist denn das? Ich war hinter sie getreten und entdeckte eine große Flasche Geschirrspülmittel im obersten Kühlschrankfach. Mama, was hat das denn im Kühlschrank zu suchen? Julin war mit ein paar schnellen Schritten bei uns. Kühlschrank und stellte es neben die Spüle. Machst du nie einen Fehler? Irgendetwas stimmt da überhaupt nicht, sagte ich, als wir nach Hause fuhren. Sie ist ja völlig daneben. Julin wedelte wegwerfend mit einer Hand. Sie ist nur ein bisschen durcheinander. Ich setzte sie vor dem Mietshaus am Blue Heron Drive ab. Meine Schwester himmelte einen Massenmörder an und meine Mutter bewahrte das Geschirrspülmittel im Kühlschrank auf. Wirklich eine interessante Familie, dachte ich, mich an Roberts Worte erinnernd und lenkte den Wagen wieder Richtung Interstate 95. Ich hatte Julin belogen, als ich behauptet hatte, ich hätte seit Jahren nicht mehr an Robert gedacht. Tatsache war, dass ich häufiger an ihn gedacht hatte, als ich mir selbst eingestehen wollte, häufiger, als mir selbst bewusst gewesen war. Sein Gesicht mochte verblasst, ein verschwommener Schatten geworden sein, aber er war immer da, immer irgendwo im Hintergrund, ein Symbol einfacherer Zeiten, jugendlicher Leidenschaft, verpasster Gelegenheiten. Das Abendessen stand schon auf dem Tisch, als ich nach Hause kam. Ich war Larry dankbar. Er kochte besser als ich, wahrscheinlich weil es ihm Spaß machte und mir nicht. Wie dem auch sei, er hatte irgendein Hühnergericht gemacht, von dem Michelle nichts aß, weil es, wie sie behauptete, zu stark gewürzt war und Sarah nichts nahm, weil sie ihrer Meinung nach zu dick wurde. Ich schlang die ganze Portion auf meinem Teller heißhungrig hinunter. Sarah und Michelle standen auf, während Larry und ich noch beim Essen waren. Michelle um ihre Hausaufgaben zu machen, Sarah um noch einmal in die Schule zu fahren. Sie wollte für eine geplante Modenschau proben, bei der sie vorführen sollte. Sie könne auf keinen Fall zu spät kommen, erklärte sie. Interessant, dachte ich, da Sarah sich sonst kein Pfifferling darum scherte, ob sie pünktlich war oder nicht. Larry und ich plauderten ein wenig über die Ereignisse des Tages. Dann kehrte Schweigen ein. Ich ertappte mich dabei, wie ich ihn beim Essen musterte. Er war ein sympathisch aussehender Mann, mittelgroß und kompakt, das Haar schon ein wenig Schütter, aber er trug es mit Anstand, die Augen graublau, der Teint hell, Arme und Beine eher mager. Was er im Laufe der Jahre an Gewicht zugelegt hatte, hatte sich rund um seinen Bauch angesetzt. Er war im Juli 50 geworden, ohne Wirbel und ohne Depression. Larry war schon im Bett. Ich zog mich aus und schlüpfte zu meinem Mann ins Bett. Im Dunklen berührte ich ihn. Er seufzte, drehte sich um und nahm mich in die Arme, erfreut über meine Berührung. Hallo Funny Face, flüsterte er, als ich seinen Hals küsste und meine Finger in Schnörkeln durch sein krauses Brusthaar langsam abwärts wandern ließ. Er stöhnte ein wenig, als ich noch tiefer griff und sein Geschlecht mit meiner Hand umschloss. Ich konzentrierte mich ganz darauf, ihn geduldig zu streicheln und zu liebkosen, bis ich mit Befriedigung wahrnahm, wie er unter meinen Zärtlichkeiten anschwoll. Dann saß ich auf, begann langsam, steigerte den Rhythmus, ritt ihn mit ständiger wachsender Dringlichkeit, als jagte mich jemand. Und vielleicht war es ja auch so. Während Larry neben mir einschlief, sah ich Robert, der in einem der beiden elfenbeinfarbenen Sessel am Fenster saß. Sein hinterhältiges Lächeln schimmerte durch die Schatten. Sein Bild schwebte mir entgegen, flüsterte mir ins Ohr. Angenehme Träume, sagte er. Wenn ich jetzt versuche, mir über Sarahs Rolle in der ganzen Geschichte klar zu werden, frage ich mich, ob ich irgendetwas hätte anders machen und so das folgende Chaos und Unglück hätte verhindern können. An Fingerzeigen mangelte es zweifelsohne nicht. Die Teilchen zu dem Puzzle, das meine ältere Tochter ist, waren alle vorhanden. Ich brauchte sie nur richtig anzuordnen. Oder hätten vielleicht doch immer ein oder zwei Teilchen gefehlt? Und hätte es etwas geholfen, wenn ich sie gefunden hätte? Als Sarah an diesem Abend wegging, angeblich zur Probe für eine bevorstehende Modenschau in der Schule, hatte ich keine Ahnung, dass sie log. Durch einen Telefonanruf erfuhren wir, dass Sarah in Wirklichkeit gar nicht in die Schule gefahren war, um für die bevorstehende Modenschau zu proben. Eine Freundin, hörbar beschwipst, rief um zwei Uhr morgens an, um uns mitzuteilen, dass Sarah ihre Handtasche bei ihr liegen gelassen hatte. Wie sich zeigte, hatte Sarah bereits bemerkt, dass sie ihre Tasche vergessen hatte und war zurückgefahren, um sie zu holen. Sie wusste daher von dem Anruf und war bei ihrer Rückkehr bestens gewappnet. Wir sollten uns das mal vorstellen, begann sie schon zu klagen, ehe sie richtig durch die Tür war. Sie hatte die ganze weite Fahrt zur Schule gemacht, nur um dann hören zu müssen, dass die Probe abgesagt worden war. Ein paar Freunde von ihr, die wussten, wie wichtig diese Modenschau war, der Erlös sollte einer wohltätigen Einrichtung zugute kommen und sie zu einem echten Hit machen wollten, hätten daraufhin beschlossen, die Probe bei irgendjemandem zu Hause unter eigener Regie abzuhalten. Es hätte überhaupt keine Party stattgefunden. Sie hätten den ganzen Abend geschuftet wie die Sklaven und erst vor einer Stunde Schluss gemacht. Und wenn wir ihr nicht glaubten, schloss sie mit trotziger Gebärde, dann sei das unser Problem und wir könnten ihr nur leidtun. Als sie endlich fertig war, hatte sie sich in einem selbstgerechten Zorn von fast biblischen Ausmaßen hineingesteigert. Wieso wir ihr nicht vertrauten? Was wir doch für erbärmliche Eltern seien und wie wir überhaupt dazu kämen, ihre Freunde auszuhorchen? Sie erhielt zwei Wochen Hausarrest. Ach, ihr könnt mich mal, schrie sie und stürmte aus dem Zimmer. Nimm dich in Acht, warnte ich. Nimm dich selber in Acht, Therapeutin. Sie knallte ihre Zimmertür zu. Dafür gibt's eine Woche extra, rief Larry ihr nach. Ihre Reaktion war ein krachender Tritt gegen die noch zitternde Zimmertür. Sekunden später kam Michelle auf Zehenspitzen aus ihrem Zimmer geschlichen und fixierte Larry und mich mit vorwurfsvollem Blick. Ihr wisst doch, Hausarrest gar nichts bringt, sagte Kinder nur wütend. Sie hat recht, dachte ich. Geh wieder in dein Bett, sagte ich. Aber natürlich war Sarah nicht nur ein Satansbraten, der uns das Leben zur Hölle machte. Sie ist nicht nur ein sehr kreativer junger Mensch, wie sich das in vielen ihrer Tiraden offenbarte, sondern sie ist auch weich und verletzlich, im Grunde sehr warmherzig. Sarah ist ein Kind, das in einem Frauenkörper eingeschlossen ist. Sie ist einfach noch nicht bereit, erwachsen zu werden. Nun also, um meine eigene Frage zu beantworten, ich weiß nicht, ob ich irgendetwas von dem, was später geschah, hätte verhindern können, wenn ich mich gleich zu Beginn anders verhalten hätte. Alle bitten Joe Linz, sie auch am kommenden Mittwoch wieder zum Gericht zu begleiten, lehnte ich mich auch nur im geringsten interessierten. In Wahrheit jedoch hatte ich begonnen, den Fall sowohl in der Zeitung als auch im Fernsehen sehr genau zu verfolgen, weshalb ich schließlich doch nachgegeben und eingewilligt hatte, einen weiteren Tag im Gerichtssaal zu verbringen. Die Tür vorn im Saal wurde geöffnet. Der Gefangene wurde hereingeführt. Er sah sich um, nahm mit einem Blick den ganzen Gerichtssaal auf. Jolin winkte, ein leichtes Klimpern der Finger und warf ihm verstohlen einen Handkuss zu. Colin Friendly verzog den Mund zu einem leichten Lächeln, als er die Hand hob, um den unsichtbaren Kuss aufzufangen und seine Finger sich um ihn schlossen wie um den Hals eines jungen Mädchens. Er trug denselben blauen Anzug wie am vergangenen Mittwoch, schwarzem Leder an. Ihr Haar war frisch gewaschen und fiel ihr in einer blond gelockten Mähne auf die Schultern. Mehr als einmal sah ich, wie die Leute die Hälse nach ihr reckten. Jolin, allen Anschein nach ganz auf den Angeklagten konzentriert, schien es nicht zu bemerken, aber ich wusste, dass sie sich der Aufmerksamkeit, die sie erregte, wohl ist Ronald Loring und war ungefähr 45. Wir haben heute nicht mehr allzu viele Fragen an Sie, Dr. Loring, begann der Staatsanwalt, während er den obersten Knopf seines braunen Nadelstreifen Jacketts schloss und an den Zeugenstand herantrat. Dr. Loring nickte. Sie haben ausgesagt, dass die Opfer alle vergewaltigt worden waren, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wurde bei den Opfern Sperma gefunden? Ja, bei den Leichnamen, die noch hinreichend erhalten waren, haben wir Sperma gefunden, erzählte die Namen der Frauen auf. Und stimmten die sichergestellten Spermaproben mit einer Colin Friendly entnommenen Probe überein? Ja, in vielen signifikanten Merkmalen. Ich warf einen Blick auf Jolin. Sie warf ihren Kopf in den Nacken, schlenkerte mit ihren Locken, tat so, als Identifizierung von Sperma. Es hatte etwas mit Körpersekreten, Blutgruppen und anderen Variablen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, zu tun. Diesen Variablen entsprechend bestand eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Colin Friendly der Mann war, der diese Frauen vergewaltigt hatte. 70%! wiederholte Jolin wegwerfend. Ähnlich verhielt es sich mit den Gebissabdrücken, die bei mehreren Opfern gefunden worden waren. Man hatte einen Abdruck von Colin Friendlys Gebiss genommen. Er stimmte im Wesentlichen, aber nicht eindeutig, mit den Malen an den Körpern der toten Frauen überein. Speichelspuren, die in den Verletzungen zurückgeblieben waren, wiesen auf den Angeklagten hin, jedoch wiederum nicht eindeutig. Dennoch erklärte Dr. Ronald Loring, gebe es für ihn keinen Zweifel daran, dass Colin Friendly den toten Frauen die Bissverletzung beigebracht hatte. Die 13 Frauen, deren Tod Colin Friendly zur Last gelegt wurde, waren von ein und derselben Person ermordet worden, schloss der Gericht Mediziner. Und dieser Mann sei Colin Friendly. So ein Quatsch bemerkte Jolin. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Wie ein ausgehungerter Fisch schnappte ich nach dem Köder. Wie kannst du sowas sagen? Hast du eigentlich überhaupt nichts von dem gehört, was Dr. Loring gerade erklärt hat? Ich habe gehört, dass er von 70 Prozent sprach und nicht von 100 schnauzte sie zurück. Ich habe wesentliche Übereinstimmungen gehört, aber nicht genaue Übereinstimmung. Das hat überhaupt nichts zu sagen, schloss sie. Es kostete mich meine ganze Selbstbeherrschung, sie nicht anzubrüllen. Stattdessen atmete ich ein paar Mal tief durch und nahm meine Handtasche zum Zeichen, dass ich zu gehen beabsichtigte. Jolin ließ mich vorbei und ich trat in den Gang hinaus. Entschuldigen Sie, Miss Baker. Der muskulöse blonde Verteidiger näherte sich meiner Schwester. Er neigte sich zu ihr hinunter, flüsterte ihr etwas ins Ohr und ging dann wieder. Augenblicklich waren wir von Reportern umringt. Das Klicken ihrer Fotoapparate klang wie wildes Hühnergegacker. Ich senkte den Kopf und drängte mich zur Tür durch. Jolin folgte mir, aber so gemächlich, dass die Reporter leicht mit ihr Schritt halten konnten. Was hat Jake Armstrong zu ihnen gesagt? fragte einer von ihnen. Das ist leider vertraulich, antwortete meine Schwester mit einem liebenswürdigen Lächeln und einem Augenaufschlag. Die ewige Kokette. Welche Art ist ihre Verbindung zu Colin Friendly? Ist Colin Friendly ihr Freund? Also wirklich, das wird jetzt zu persönlich. Sagen sie uns, was Jack Armstrong ihnen mitgeteilt hat. Jolin blieb stehen, lächelte jeden der Reporter an, die sich um sie scharten und befeuchtete ihre dunkelroten Lippen für die Kameras. Hört mal Jungs, sagte sie, als wären diese Fremden ihre besten Freunde. Ihr wisst, ich würde es euch sagen, wenn ich könnte. Bitte, habt Verständnis. Damit packte sie mich am Arm und stieß mich in den Korridor hinaus. Herr Gott noch mal flüsterte ich, was soll denn das alles? Ich war nur höflich. Sie schob mich in eine Ecke und lächelte herausfordernd. Es kommt ins Laufen, sagte sie triumphierend, während mir es kalt war. Colin Friendly möchte mich sehen. Er war schon da, als ich um zwanzig nach zwölf im Charlie's Crab ankam. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, sagte ich und setzte mich auf den Stuhl, den der Kellner mir zurechtgerückt hatte. Ein Moment lang sah ich mich in dem großen Lokal um, musterte die dicht besetzte Bar, die gut betuchten Gäste, aufgetakelte Blondinen und starr lächelnde Männer. Wenn man bedenkt, dass die Sitzung immer erst um zwölf schließt, sagte Robert gerade, hast du's in Rekordzeit geschafft. Ich bin früher gegangen, ich hatte nach Julins erschreckender Mitteilung das Weite gesucht, seitdem war ich ziellos mit dem Auto herumgefahren und hatte versucht zu begreifen, was meine Schwester damit beweisen wollte, dass sie sich einem sadistischen Soziopathen an den Hals warf, der höchstwahrscheinlich auf dem elektrischen Stuhl sterben würde. Robert goss mir ein, berührte dann mit seinem Glas das meine. Auf die Vergangenheit, sagte er. Auf die Vergangenheit, das klang ja nicht weiter gefährlich. Und auf die Zukunft. Ich kippte die Hälfte meines Weins hinunter. Da ist jemand entweder sehr durstig oder sehr angespannt, bemerkte er. Der Morgen war nicht ganz einfach. Möchtest du darüber reden? Über alles, aber darüber bestimmt nicht. Du hast ein sehr schönes Lächeln. Ein schiefes Lächeln, versetzte ich. Genau darum ist es so schön. Ich zwinkerte und sah weg. Wir bestellten gegrillten Lachs für ihn, Schwertfisch für mich. Und Gazpacho, sagte ich, mit viel Knoblauch, dachte ich. Tja, dann erzähl mir mal was vom Therapiegeschäft, sagte er. Ich zuckte die Achseln. Was gibt's da schon zu erzählen? Viele Leute, viele Probleme. Was für Probleme? Mit Eltern, mit Kindern, Eheprobleme, Außereheliche. Ich brach ab, trank wieder von meinem Wein. Und du löst diese Probleme? Ich bemühe mich. Wie lange praktizierst du schon? Über 20 Jahre, antwortete ich. Ich fühlte mich sicherer jetzt, da wir uns auf festem professionellem Boden befanden. Ich habe als Sozialarbeiterin bei der Schulbehörde in Pittsburgh angefangen. Nach einer Weile habe ich da aufgehört und mit ein paar anderen Frauen zusammen eine familientherapeutische Praxis aufgemacht. Als wir nach Florida gezogen sind, habe ich meine eigene Praxis eröffnet. Du bist eine interessante Frau, Kate Latetimer, sagte Und was tut deine Frau? Sie kauft ein, trifft sich zum Mittagessen mit Bekannten, geht ins Fitnessstudio und kümmert sich um die Kinder, fügte ich hinzu. Vier, wenn ich mich nicht irre. Zwischen zwölf und neunzehn, ja, zwei Jungen und zwei Mädchen. Da hat sie bestimmt alle Hände voll zu tun. Der Älteste studiert außerhalb, die anderen sind den ganzen Tag in der Obwohl ich es gar nicht wollte? Die üblichen, denke ich. Ist das der Grund, warum du mich zum Mittagessen treffen wolltest? Er lächelte einen Moment vor sich hin, während er mit einem Finger um den Rand seines Glases strich. Nein, wenn ich eine Therapie gewollt hätte, wäre ich zu dir in die Praxis gekommen. Ich habe etwas anderes mit dir vor. Das klingt ja interessant. Ja, ich hoffe, dass du es interessant findest. Der Kellner brachte unser Mittagessen und füllte unsere Gläser auf. Ein paar Minuten lang widmeten wir uns schweigend unserem Essen. Also begann ich, von meinem zweiten Glas Wein gestärkt, was hast du denn für mich geplant? Eine eigene Radiosendung, antwortete er, mir schwebt so eine Art Beratungssendung vor, wo die Leute mich mit dir treffen wollte. Ich wollte deine Ideen dazu hören, aber ich habe überhaupt keine Rundfunkerfahrung. Du kannst reden, du kannst beraten und du hast eine sehr angenehme Stimme. Aber ich habe gar nicht die Zeit, ich habe meine Arbeit und ich habe meine Familie. Es müsste ja keine tägliche Sendung sein, ein oder zweimal die Woche vielleicht. Wir könnten sie zum Beispiel am Mittwoch machen, er lächelte, an deinem freien Tag. Und was müsste ich tun? Einfach du selbst sein, Fragen beantworten, den Leuten helfen, ihre Probleme zu lösen. Warum ausgerechnet ich? Warum nicht du? Du bist eine gescheite Frau. Du bist schön. Überleg dir, was für eine Art von Sendung dich interessieren könnte, mit welchem Konzept du dich wohlfühlen würdest. Ich werde mich gut, ich werde es mir überlegen, hörte ich mich sagen. Wunderbar. Er hob sein Glas. Der Freitag begann eigentlich ganz normal. Sarah war noch im Bett, als Larry, Michelle und ich aus dem Haus ging. Ich hatte gar nicht erst versucht, sie zu wecken. Rechtzeitig zur Schule zu kommen, war schließlich ihre eigene Angelegenheit. Ich wusste, dass ich wegen Sarahs Säumigkeit mit einem Anruf der Schule zu rechnen hatte und war deshalb nicht überrascht, als ich in der Fünf-Minuten-Pause zwischen zwei Sitzungen beim Abhören meines Anrufbeantworters hörte, dass die Schule in der Tat angerufen hatte. Äußerlich war ich ganz gelassen. Innerlich tobte ich. Ich war aber nicht die Einzige. Sämtliche Klienten, die an diesem Tag kamen, waren in Aufruhr. Keiner sprach leise. Keiner bemühte, sich die Fassung zu bewahren. Alle brüllten, entweder schrien sie sich gegenseitig an oder sich selbst oder mich. Abends um sechs war ich restlos fertig. Ich wollte nur noch nach Hause und ins Bett, aber ich wusste, dass das nicht ging. Larry hatte uns zu einem Abendessen mit zufriedenen Kunden angesagt. Ich lächelte. Es tat gut zu wissen, dass irgendjemand irgendwo mit irgendetwas zufrieden war. Ehe ich aus der Praxis ging, hörte ich noch einmal meinen Anrufbeantworter ab und entdeckte mit Bestürzung, dass man noch zweimal aus Saras Schule angerufen hatte, das zweite Mal am Ende des Schultages mit der Meldung, dass Sarah sämtliche Unterrichtsstunden versäumt hatte und ihr zeitweiliger Unterrichtsausschluss drohe. Während ich Richtung Norden fuhr, mich ungeduldig durch das Freitagabend gewühlt schlängelte, nahm ich mir fest vor, bei dem Gespräch mit Sarah absolut ruhig zu bleiben. Was soll das heißen, sie ist nicht da, schrie ich keine zwei Sekunden, nachdem ich das Haus betreten hatte, meine jüngere Tochter an. Was schreist du mich an? fragte Michelle. Sie stand mitten im Zimmer, rechts vom großen Glastisch und zwischen den beiden beigefarbenen Sofas, in der Sprach es aber nicht aus. Vielmehr sagte ich, könntest du mit dem Ding da vom Teppich verschwinden und ging weiter in mein Zimmer. Sie folgte mir. Du hast wohl einen schweren Tag gehabt? Ich lächelte. Sarah hätte mich angeschrien. Michelle sorgte sich um mich. Das kann man wohl sagen. Ich registrierte plötzlich, dass in der Dusche Wasser rauschte und sah zur geschlossenen Tür des Badezimmers, das sich an unser Schlafzimmer anschloss. Wann ist Daddy dann nach Hause gekommen? Vor ein paar Minuten. Er hat 100 geschafft. 100 was? Beim Golf. Er hat es mit 100 Schlägen geschafft. Das ist angeblich gut, erklärte sie mir, warf einen Blick auf den hellen Teppich unter ihren Füßen und stopfte rasch den Rest ihres Eises in den Mund. Ein feiner fadenroter Flüssigkeit ran zu ihrem Kinn hinunter. Es sah aus, als hätte sie sich beim Rasieren geschnitten. Ich sagte, na wenigstens hat einer einen guten Tag gehabt. Er hat gesagt, es war furchtbar heiß, aber es hätte ihm geholfen, sich zu konzentrieren. Ich öffnete die oberen Knöpfe meiner weißen Bluse, streifte meine Schuhe ab und ließ mich aufs Bett fallen. Hat er was von Sarah gesagt? Wieso machst du immer so einen Wirbel um Sarah? Michelle machte ein gekränktes Gesicht. Immer fragst du nach Sarah. Willst du nicht wissen, was ich für einen Tag gehabt habe? Was du für einen Tag gehabt hast? Ja, ich bin auch ein Mensch, genau wie Sarah und ich habe auch meine guten und schlechten Tage, genau wie jeder andere. Augenblicklich hellhörig richtete ich mich in den Kissen auf. Ich war auf eine Szene mit Sarah vorbereitet gewesen, nicht mit Michelle. Aber ja, natürlich. Mich fragt nie jemand, wie es war, fuhr sie fort. Ich habe Daddy gefragt, was er für einen Tag gehabt hat. Ich habe dich gefragt, ob du einen schweren Tag gehabt hast. Ich frage immer jeden. Aber will vielleicht mal jemand wissen, wie es bei mir war? Michelle. Nein, du sagst mir nur, ich soll mit meinem Eis vom Teppich runter gehen. Michelle, interessiert es hier vielleicht jemanden, dass ich in meinen Mathe-Test 85 Punkte bekommen habe, dass ich die Beste in der Klasse war? Nein, keinen Menschen interessiert das. Sie rannte aus dem Zimmer. Ich sprang auf. Michelle, warte doch, natürlich interessiert es uns. Ich stolperte über meine Schuhe, stieß mir die große Zehe an, hummelte hinter ihr her. Sie schlug mir die Tür zu ihrem Zimmer vor der Nase zu. Schatz, lass mich rein, bitte. Ich klopfte leicht an die Tür, dann etwas lauter. Michelle, bitte lass mich rein. Langsam öffnete sich die Tür. Michelle stand weint auf der anderen Seite. Ich ging mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Es tut mir leid, Michelle, wirklich. Ich hab dich so schrecklich lieb. Darf ich dich mal in den Arm nehmen? flüsterte ich. Stumm sank sie an mich. Ich drückte mein Gesicht in ihr weiches braunes Haar. Ihr Geruch war so süß wie der eines neugeborenen Kindes. Die Wärme ihres schmalen Körpers strömte in mich erlaubte. Michelle wischte sich ein paar Tränen aus dem Gesicht, machte aber keine Anstalten, sich von mir zu lösen. Ich hab dich auch lieb. So saßen wir eine Weile und genossen die Nähe und hatten beide nicht den Wunsch, uns voneinander zu trennen. Zum ersten Mal an diesem Tag war ich wirklich ruhig. Larrys Stimme störte den mit. Augenblicklich kehrte mein Zorn zurück. Was fiel Larry ein, ausgerechnet jetzt herum zu schreien? Was ist denn? fragte ich statt einer Begrüßung, als Larry an der Tür zu Michelles Zimmer erschien. Er hatte sich ein großes beige farbenes Badetuch um die Hüften gewickelt und war dabei, sich mit einem zweiten Handtuch das feuchte Haar zu trocknen. Gar nichts. Seine tiefe Stimme füllte den Raum zwischen uns. Hat Michelle dir erzählt, dass ich unter 100 geblieben bin? Ja. Das war vielleicht eine Hitze da draußen, sag ich dir, vorher enthusiastisch fort und folgte mir wie ein reichlich groß geratenes Hündchen in unser Schlafzimmer. Aber ich weiß auch nicht, dieses schwüle Wetter war anscheinend gerade das richtige für mich. Ich habe nur 98 Schläge gebraucht und ich wäre noch besser gewesen, wenn ich nicht bei den letzten beiden Löchern Mist gebaut hätte. Er lachte. Wie war dein Tag? Zum Kotzen. Müssen wir heute Abend ausgehen? Er sah auf seine Uhr. Aber ja, wir müssen in ungefähr zehn Minuten los. In zehn Minuten? Ich muss noch duschen und Michelle was zu essen machen. Du hast keine Zeit mehr zu duschen und Michelle kann sich eine Pizza bestellen. Ohne Dusche gehe ich nicht aus dem Haus, erklärte ich störisch. Und was ist mit Sarah? Wieso fragst du nach Sarah? Weißt du, wo sie ist? Sollte ich? Sie ist anscheinend heute überhaupt nicht in der Schule erschienen. Larrys Heiterkeit trübte sich sofort. Hast du den Anrufbeantworter abgehört? Vielleicht hat sie sich ja gemeldet, sagte er. Ich ging um das Bett herum zu dem weißen Telefon. Nur eine Nachricht wartete auf mich. Sie war von Jolin. Ruf mich an, lautete sie. Meine Schwester anzurufen war nun wirklich das letzte, wonach mir zumute war. Heute war der Tag, an dem die Schöne mit der Bestie zusammentreffen sollte, und ich verspürte nicht das geringste Verlangen mir, den Verlauf dieser Zusammenkunft haarklein schildern zu lassen. Wir können doch nicht ausgehen, ohne zu wissen, wo sie ist. Doch, können wir. Er schlüpfte in ein weiß-blau gestreiftes Hemd. Wir gehen einfach. Ich lasse mir doch von dieser Göre nicht den Abend verderben. Wir knüpfen sie uns vor, wenn wir zurückkommen. Ich will trotzdem noch duschen, sagte ich, schon auf dem Weg ins Badezimmer. Ich schlüpfte im Gehen aus meinen Sachen und ließ sie einfach liegen, wo sie hinfielen. Genau wie Sarah, dachte ich. Dann sperrte ich die Tür hinter mir ab, drehte die Dusche auf und stellte mich aufatmend unter das heiße Wasser. Wir hatten auf der Hinfahrt gestritten und wir stritten auf der Rückfahrt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie du so unhöflich sein konntest, sagte er, als wir die Donald Ross Road entlang rasten. Ich war nicht unhöflich, widersprach ich. Du findest es nicht unhöflich, wenn man sich alle zehn Minuten davon macht, um zu telefonieren? Ich habe genau dreimal telefoniert. Viermal. Also gut, viermal. Ich habe viermal telefoniert. Schuldig im Sinne der Anklage. So verdachte ich an Colin Friendly und Jolin. Michelle hatte mir erzählt, dass meine Schwester ein zweites Mal angerufen hatte. Ich wusste, ich würde sie am Morgen zurück rufen müssen, um mir die gruseligen Einzelheiten ihres Knastrendevous anzuhören, ob ich wollte oder nicht. Und was hast du damit erreicht? Beharrte Larry. Nichts. Sarah ist immer noch nicht zu Hause. Und soll ich dir mal was sagen? Sie wird auch nicht zu Hause sein, wenn wir kommen. Und das ist wahrscheinlich gut so, denn sonst würde ich ihr eigenhändig den Hals umdrehen. Zu Hause angekommen, ging Larry schnurstracks ins Schlafzimmer, unüberhaupt nach Sarah zu sehen. Er wusste, dass sie nicht zu Hause war, und ich wusste es auch, obwohl ich dennoch in ihrem Zimmer nachsah. Sie hat nicht angerufen, sagte Michelle, die schon im Bett war. Es war fast Mitternacht und ihre Stimme klang schläfrig. Ich trat zu ihr ans Bett, beugte mich über sie und küsste sie auf die Stirn. Sie seufzte, als ich ihr das Haar aus dem Gesicht strich und drehte sich um. Schlaf schön, klüsterte ich. Larry war schon im Bett und tat so, als schliefe er. Meine Wut war verraucht. Eine Depression machte sich breit. Entschuldige, es tut mir leid, sagte ich. Es war die Wahrheit und er wusste es. Aber ein großer Trost war es nicht. Ich legte mich neben Larry ins Bett, ohne mich auszuziehen, um bereit zu sein, wenn Sarah nach Hause kam. Die Konfrontation sollte auf gleicher Ebene stattfinden. Als es zwei Uhr wurde, ohne dass sie kam, stand ich auf und ging in ihr Zimmer hinüber. Durch die Dunkelheit starrte ich auf ihr ungemachtes Bett. Wo bist du, flüsterte ich und kämpfte gegen die wachsende Beunruhigung an. Ich wollte auf keinen Fall an all die schlimmen Dinge denken, die ihr zugestoßen sein konnten. Ich wollte sie nicht blutend in einem Straßengraben liegen sehen, Opfer eines betrunkenen Autofahrers, der geflüchtet war. Ich wollte sie nicht geschunden und geschlagen in irgendeiner dunklen Gasse liegen sehen, Opfer eines brutalen Räubers. Ich wollte nicht ihre Schreie unter den grausamen Händen eines Sadisten hören, der ihr Gewalt antat. Ich wollte nicht ihr schönes Gesicht auf ein Foto gebannt sehen, aschgrau und leblos, auf einem kalten Stahltisch im Hinterzimmer des Gerichtsmedizinischen Instituts. Ich wollte all diese Bilder nicht sehen, aber ich Als ich aufwachte, saß Larry auf der Bettkante und blickte zu mir herunter. Ich denke, wir sollten die Polizei anrufen, sagte er. Wir beschlossen zuerst, Saras Freunde anzurufen. Wir versuchten es bei sechs Namen, ehe wir aufgaben. Ich hatte die Hand schon auf dem Hörer, um die Polizei anzurufen, als das Telefon läutete. Sarah, schrie ich beinahe. Jolin, antwortete meine Schwester. Meine Schultern erschlafften, mein Kopf fiel nach vorn. Meine Schwester war die letzte, mit der ich reden wollte. Jolin, es tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen. Sarah ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Nein, natürlich nicht, unterbrach mich Jolin. Sie ist bei mir. Was? schrie ich. Sarah ist bei Jolin, berichtete ich Larry hastig. Er schüttelte den Kopf und ließ sich aufs Bett fallen. Das hättest du längst gewusst, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, mich mal zurückzurufen. Was? Ich habe gestern Abend zweimal bei euch angerufen. Aber von Sarah hast du kein Wort gesagt. Ich habe angenommen, würdest mich zurückrufen. Ich wollte protestieren, ließ es dann aber bleiben. Die Hauptsache war, dass wir jetzt wussten, wo erst musst du versprechen, dass du nicht böse wirst, begann Jolene und sofort verkrampfte sich jeder Muskel in meinem Körper. Sag mir jetzt bloß nicht, dass sie den ganzen Tag bei dir war. Es war sehr lehrreich für sie, sie war noch nie vorher in einem Gerichtssaal gewesen. Das ist eigentlich eine Schande, wenn man sich überlegt. Sie wird schließlich demnächst 18. Du hast sie mitgenommen. Was hast du erwartet? Du hast sie zu deinem Rendezvous mit Colin Friendly mitgenommen? Nein, das natürlich nicht. Sie hat draußen gewartet. Warte nur, bis ich dir alles erzähle, Kate. Es war unglaublich. Du hast meine Tochter ins Gefängnis mitgenommen, wiederholte ich wie betäubt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es da ist, babbelte Jolene, die offenbar keine Ahnung hatte, dass ich sie am liebsten umgebracht hätte. Ich war richtig nervös, aber Sarah war ganz toll. Sie hat mich beruhigt und mir gesagt, dass ich toll aussehe und so. Sie hat sich wie eine richtige Freundin verhalten. Sarah ist nicht deine Freundin, erinnerte ich sie. Sie ist eine Nichte und halb so alt wie du. Was hat denn das Alter damit zu tun, versetzte Julian gereizt. Ehrlich Kate, du hast einfach zu wenig Vertrauen zu deiner Tochter. Sie sagt, dass du sie ständig wie ein Kind behandelst und damit hat sie recht. Ich behandle sie wie ein Kind, weil sie sich wie ein Kind benimmt. Du redest genau wie unsere Mutter. Irgendeine muss sich ja wie eine Erwachsene verhalten. Kann ich jetzt mal mit ihr sprechen? Sie getan. Sie hat die Schule geschwänzt, entgegnete ich. Sie ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Sie war bei mir und ich habe versucht euch zu erreichen mehrmals. Glaubt mir, sie hat gestern mehr über das wirkliche Leben gelernt als in der Schule. Sie schreibt bestimmt einen Aufsatz darüber und bekommt ein A. Weck sie jetzt bitte auf und bring sie nach Hause, sagte ich. Bald dem Zimmer. Es war fast vier Uhr am Nachmittag, als ich Julins Wagen vorfahren hörte. Larry, der Angst hatte zu explodieren, wenn er auch nur eine Minute länger auf die Rückkehr Saras wartete, war um zwei Uhr zum Golfplatz gefahren. Michelle war mit ihren Freundinnen unterwegs und ich war allein im Haus. Julin drängte sich an mir vorbei, sobald ich die Tür öffnete. Wo ist Sarah? fragte ich und sah zu dem alten Toyota hinüber, aus dem Öl auf den Asphalt meine Auffahrt tropfte. Im Auto. Ich versuchte durch das schmutzige Glas der Windschutz Scheibe zu sehen. Hör mal, ich weiß, ich hätte Sarah nicht bitten sollen mit zu kommen, ohne es erst mit dir zu klären, sagte sie ganz überraschend für mich. Es war nicht Gefängnis gefahren, sagte ich, um die Geschichte abzukürzen. Ja, wir sind ins Gefängnis gefahren. Sie legte eine Pause ein. Als der Beamte ihn zu seinem Platz geführt hat, hat er mich die ganze Zeit angeschaut und gelächelt. Du weißt schon, dieses traurige kleine Lächeln, das so typisch für ihn ist. Er hat sich gesetzt und seinen Hörer genommen und ich habe meinen gesagt, wie dankbar er für meine Unterstützung ist und wie gut es ihm tut, mich jeden Tag im Gerichtssaal zu sehen und zu wissen, dass ich hätte jemand an einer Schnur gezogen, riss ich meinen Kopf in die Höhe. Erkennt dich doch vom Gericht. Ihr Ton klang plötzlich aggressiv. Und was hast du ihm über mich erzählt? Dass du meine Schwester und Therapeutin bist. Darüber hat er gelacht. Er hat gesagt, er müsste dich gelegentlich mal kennenlernen. Mich schauderte. Ich spürte, wie mir kalt wurde. Und Sarah fand da ganz hinreißend. Guter Gott, er hat gesagt, das nimm's mir nicht übel, aber es interessiert mich wirklich nicht, was dieses Ungeheuer sonst noch zu sagen hatte. Ich trat zur Haustür, riss sie auf und schrie der schattenhaften Gestalt im Auto zu. Sarah, komm auf der Stelle herein. Wer hat bloß nicht böse, wenn du sie getan hat, begann Jolin. Ich finde, mir nur die Körpergröße und die Fülle ihres Busens vertraut. Die vorher langen braunen Haare waren auf Schulterlänge geschnitten und aschblond gebleicht. Die indische Seidenbluse und die Bluejeans waren mit einem engen weißen T-Shirt und einem rot-weiß karierten Miniröckchen vertauscht worden. Die Kleider sind von mir, bemerkte Jolin überflüssiger Weise. Diese Hippie Klamotten passen nicht zu der neuen Frisur. Sie sieht aus wie eine Nutte, dachte ich, viel zu entsetzt, um etwas zu sagen. Ohne ein Wort ging Sarah an mir vorbei, direkt zu ihrem Zimmer. Sie sah aus wie Jolin. Wir bemühten uns, kein Aufhebens von Sarahs Frisur zu machen, da wir überzeugt waren, jede negative Bemerkung würde sie nur weiter in die Opposition treiben und jedes positive Wort würde falsch ausgelegt werden. Ich wagte ein kleinlautes und was ist es für ein Gefühl blond zu sein? Larry brummte irgendetwas davon, dass jeder hin und wieder ein bisschen Abwechslung brauche. Es blieb wie üblich Michelle überlassen, rund heraus die Wahrheit zu sagen. Mensch, was hast du denn mit deinen Haaren gemacht, schrie sie, sobald sie ihre Schwester sah, das sieht ja scheußlich aus. Interessanterweise schrieb sie tatsächlich, genau wie Jolint vorausgesagt hatte, einen Aufsatz über ihren Tag bei Gericht. Und natürlich bekam sie ein A, dies zu den Konsequenzen. Etwa um diese Zeit begann Larrys allmählicher Rückzug aus der Familie. Anfangs miet er nur Sarah. Je weniger Kontakt mit ihr, sagte er sich, desto geringer die Gefahr offenen Konflikts und neuen Kummers. Er sorgte also dafür, dass er nicht da war, wenn Sarah zu Hause war. Seine Arbeitstage wurden länger, seine Verabredungen zum Golfspiel häufiger. Hinzu kamen die Sorgen mit meiner Mutter und meiner Schwester, die in meinen Augen, jede auf ihre eigene Art, völlig verrückt geworden waren. Meine Schwester saß weiterhin jeden Tag zur moralischen Aufrüstung Colin Friendlys im Gerichtssaal und besuchte ihn so oft wie möglich im Gefängnis. Meine Mutter rief mich mindestens 15 Mal am Tag an, sowohl in der Praxis als auch zu Hause. Ihr Anruf war der erste, den ich morgens entgegennahm und der letzte, der mich abends erreichte. Einmal schrie und schimpfte sie, zwei Minuten später war sie die gute Laune selbst. Oft weinte sie. Ich nahm es meinem Mann war nicht übel, dass er mit meiner Mutter und meiner Schwester am liebsten nichts zu tun haben wollte. Sie waren schließlich nicht seine Familie. Seine eigenen Verwandten waren ruhige, angenehme Leute, die uns nie irgendwelche Schwierigkeiten gemacht hatten. Es machte mir also wirklich nichts aus, dass Larry in jenen Wochen selten zu Hause war. Auf eine perverse Art war ich wahrscheinlich sogar froh darüber. Ein Mensch weniger, um den und alle zeigten sich von ihrer besten Seite. Larry war ein vorbildlicher Gastgeber, trangierte mit Körner Hand die Pute und unterhielt sich angeregt mit meiner Mutter, die heiter und gesprächig war und keine Spuren ihres jüngsten Verfolgungswahns zeigte. Julin erschien sehr konservativ gekleidet, in weißer Seidenbluse und schwarzer Samthose und verkniff es sich den ganzen Abend, Colin Friendly oder den Prozess, der gerade eine Woche ausgesetzt wurde, zu erwähnen. Sarah, in deren Aschblonde Mähne sich die ersten braunen Wurzeln hineinschoben, half in der Küche und widmete sich aufmerksam ihrer Großmutter. Wer ist denn das niedliche kleine Ding? flüsterte meine Mutter irgendwann am Abend und ich lachte, weil ich glaubte, sie mache einen Scherz. Erst später wurde mir klar, dass sie es wirklich nicht gewusst hatte. Als die Feier zu Ende ging, erklärte Michelle den Abend zu einem durchschlagenden Erfolg. Fast wie bei einer normalen Familie, sagte sie, als sie mir ihre Wange zum Gute-Nacht-Kuss bot. Was Robert anging, so hatten wir zwar über Anrufbeantworter ab und zu Kontakt, aber zu einem Gespräch kam es nie. Am Montag nach Thanksgiving wartete eine Nachricht, als gehen wir zusammen zum Mittagessen. Ich bin gespannt auf deine Ideen. Zufällig hatte ich aber meiner Mutter versprochen, mit ihr am Mittwoch einkaufen zu gehen. Diese Verabredung hier allerdings war eine geschäftliche Angelegenheit, sagte ich mir. Wir können ja immer noch morgens unsere Einkäufe machen. Am Mittwochmorgen holte ich sie um zehn uhr ab. Sie war schon unten im Foyer, stand allein an der Tür ihre Handtasche fest an sich gedrückt und sah sich misstrauisch um. Ich winkte ihr. Sie machte ein verdutztes Gesicht, als wäre sie überrascht, mich zu sehen. Dann eilte sie heraus. Alles in Ordnung? fragte ich, als ich ihr ins Auto half und sah, dass sie ihre Handtasche immer noch fest an sich drückte, als müsste sie sie vor diebischen Händen bewahren. Mutter? fragte ich noch einmal, nachdem ich mich ans Steuer gesetzt hatte. Ist irgendwas? Geht es dir gut? Ich muss dir was zeigen, flüsterte sie. Dann fahr erst mal los. Langsam widerstrebend fuhr ich auf den Palm Beach Lakes Boulevard hinaus. Was denn? fragte ich. Was willst du mir zeigen? Ich zeig's dir, wenn wir dort sind. Ich wollte protestieren, aber da merkte ich, dass sie mir schon gar nicht mehr zuhörte. Ihre ganze Aufmerksamkeit war darauf konzentriert, die Straße vor uns zu beobachten. Sie blickte auf ihre langen, von der Arthritis ein wenig knotigen Finger hinunter, dann zeigte sie sie mir stolz, wie verwundert über das, was sie sah. Gefällt es dir? Die Verkäuferin bei Sakes hat behauptet, dieser Lack wäre der letzte Schrei. Ich griff zu ihr hinüber und rieb über einen ihrer Fingernägel. Der sogenannte Lack färbte ab. Das ist kein Nagellack, sagte ich und fragte mich, was diese Verkäuferin ihr da angedreht hatte. Es ist kein Nagellack? Nein, das ist Lippenstift. Ich rieb über ihre anderen Finger. Du hast dir die Nägel mit Lippenstift gemalt. Sie schüttelte den Kopf. Nein, Mama begann ich und brach ab. Wir sprachen nichts mehr, bis ich den Wagen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums am Military Trail anhielt. Kaum hatte ich den Motor abgestellt, drehte sich meine Mutter mit erregblitzenden Augen und nervös flatternden Händen zu mir. Warte, bis du das siehst. Sie griff in ihre Handtasche und holte etwas heraus, das sie vorsichtig in ihrer geschlossenen Handhielt. Was ist es denn? Ich hörte die Nervosität in meiner Stimme. Meine Mutter lächelte stolz, öffnete dann langsam ihre Hand und enthüllte ein kleines weißes Ei. Hast du so etwas schon mal gesehen? fragte sie ehrfürchtig. Mir war, als legte sich eine Klammer um mein Herz. Sie hatten einige davon heute Morgen auf dem Frühstückstisch vor sie fort und ich konnte mich gar nicht an ihnen satt sehen. Als da niemand her geschaut hat, habe ich heimlich eines in meine Handtasche gesteckt, um es dir zu zeigen. Sieh doch nur, wie vollkommen es geformt ist. Hast du so etwas schon mal gesehen? Es ist ein Ei, Mama, sagte ich behutsam, den Blick ungläubig auf ihre Hand gerichtet. Ein Ei? Du isst sie jeden Tag. Meine Mutter sah mich sekundenlang mit starrem Blick an. Aber ja, natürlich, sagte sie dann, ohne dass ihr Gesichtsausdruck sich veränderte. Sie steckte das Ei wieder in ihre Handtasche. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ich wohl erkennen müssen, dass meine Mutter ernstlich krank war. In der Rückschau scheint es mir unglaublich, dass ich die deutlichen Anzeichen der Alzheimer'schen Krankheit nicht erkannte. Wäre sie die Mutter eines meiner Klienten gewesen, so hätte ich das zweifellos viel früher gesehen oder zumindest die Möglichkeit in Betracht gezogen. Aber sie war ja meine Mutter und sie war erst 75 Jahre alt. Der Vormittag entwickelte sich dann doch noch recht angenehm. Meine Mutter benahm sich normal, es gelang uns mehrere der Dinge, die wir auf der Liste hatten, ohne größere Schwierigkeiten zu finden, meine Nervosität über das bevorstehende Zusammentreffen mit Robert legte sich. Ich hatte sogar ein paar Ideen für die Sendung, die ich jetzt im Stillen schon meine Radiosendung nannte. Die Verabredung zum Mittagessen war also ganz legitim, sagte ich mir beschwichtigend, als ich mit meiner Mutter über den Parkplatz zu einem kleinen Geschäft ging, das auf Golfzubehör spezialisiert war. Ich suche Golfschläger für meinen Mann, sagte ich Schlechtes Gewissen, sagte ich mir, hat nichts damit zu tun, dass ich meinem Mann die besten Schläger kaufen wollte, die gegenwärtig auf dem Markt waren. Hier haben wir etwas ganz Neues, schauen Sie, die Schläger sind einfach fantastisch. Er zog einen langen Schläger mit einem harten hölzernen Kopf aus dem Köcher und begann mir von seinen besonderen Tugenden vorzuschwärmen, wobei er mit der Hand so zärtlich und wie viel kostet so eine Garniturschläger, fragte ich. Tja, lassen Sie mich rechnen, begann er und ließ seinen Blick durch den Laden schweifen, als hätte er den Preis nicht schon im Kopf. Plötzlich riss er die Augen auf und schrie, um Gottes Willen Vorsicht! Ich hörte das Schwirren des Golfschlägers, bevor ich sah, was geschah, spürte den Luftzug, als der Schläger an mir vorbeisauste und um höchstens zehn Zentimeter mein Kopf verfehlte. Mehrere junge Männer erschienen plötzlich wie aus dem Nichts. Sie packten meine Mutter, als wollten sie sie niederringen und rissen ihr den Golfschläger, den sie wie einen Baseballschläger schwank, aus den Händen. Kate, schrie sie entsetzt, als rum. Sie wollte mir nichts antun. Dir etwas antun? wimmerte meine Mutter, und ihr Kopf wackelte hin und her, als wäre er nur mit Dräten an ihrem Körper befestigt, so dass die lose Haut ihres Gesichts und ihres Halses zu schlottern begann. Was redest du denn da? Ich würde dir doch niemals etwas antun. Ich wollte nur den Schläger ausprobieren. Es ist wird, das ist alles. Wie geht es dir? Alles in Ordnung? fragte ich sie. Du weißt doch, dass ich dir niemals etwas antun würde, beteuerte meine Mutter, als ich sie aus dem Geschäft führte. Natürlich weiß ich das, versicherte ich ihr. Erst als ich hinter dem Steuer meines Wagens saß, hörten meine Knie auf zu zittern. Und erst als ich sie in ihrer Wohnung abgesetzt hatte, konnte ich wieder atmen. Jetzt verrat mir doch mal, was das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist. Über den Tisch hinweg sah ich Robert Crow an und suchte nach den Anzeichen von Ironie in den wachen hellbraunen Augen. Ich fand keine. Ich versuchte zu lachen, aber unter der Intensität seines Blicks blieb mir das Lachen in der Kehle stecken. Nervös hob ich meine Hand zum Gesicht, senkte sie, griff über den Tisch, um mir noch ein Brötchen zu nehmen, mein drittes. Er legte seine Hand auf die meine. Du wirkst ein bisschen nervös, spielte er mit mir. Ich weiß nicht recht, wie weit ich dich ernst nehmen soll, antwortete ich aufrichtig. Und das macht dich nervös? Ich weiß gern, woran ich bin. Dann nimm mich sehr ernst, erwiderte er und zog seine Hand weg. Ich war verwirrter denn je. Auf diese Art kryptischen Geplänkels hatte ich mich seit 25 Jahren nicht mehr eingelassen. Gerade das mochte ich an meinem Mann so sehr, dass ich bei ihm von Anfang an gewusst hatte, woran ich mit ihm war. Da hatte es kein ängstliches Warten auf seinen Anruf gegeben, keine emotionalen Achterbahnfahrten. Wieso einer glücklichen Ehe, wiederholte ich und versuchte zu ignorieren, wie gut Robert in seinem dunkelgrünen Anzug aussah. Da gibt es kein Geheimnis, das weißt du genau. Du bist seit beinahe einem Vierteljahrhundert verheiratet, erinnerte er mich. Du bist selbst seit mehr als 20 Jahren verheiratet, entgegnete ich. Wer hat gesagt, dass ich glücklich bin? Ich schwieg. Ich sah mich in dem dämmerig erleuchteten Restaurant um, das in Tönen von Burgunder rot und pink gehalten war, und fragte mich, wo unser Essen so lange blieb. Wir saßen seit fast einer halben Stunde an diesem Ecktisch. Wir hatten bereits eine ganze Reihe von Ideen für meine sogenannte Radiosendung durchgesprochen, ob nur auf ein Thema beschränken oder die Telefonleitungen offenhalten sollten, um die Themen von den Anrufen bestimmt zu lassen. Wir waren zu keinem festen Ergebnis gekommen. Ganz klar, dass das Konzept noch weiterer gründlicher Erörterung bedurfte. Ganz klar, dass weitere solche Arbeitsessen notwendig werden würden. Du bist nicht glücklich? Die Frage rutschte mir sehr. Meine Frau ist ein feiner Mensch. Wir haben vier wohlgeratene Kinder und ich verdanke ihr meinen beruflichen Erfolg. Ich schulde ihr sehr viel. Liebst du sie? Ich wusste, dass die Frage naiv klang, vielleicht sogar banal, aber letztlich war das die einzige Frage, auf die es wirklich ankam. Definiere den Begriff Liebe. Ich schüttelte den Kopf. Liebe ist für jeden etwas anderes. Ich war heilfroh, als der Kellner mit unserem Essen kam. Ich fiel über meine Spaghetti mit Meeresfrüchten her, als hätte ich seit Wochen nichts mehr zu essen bekommen. Wir versanken beide in Schweigen. Wie hält man eine Beziehung lebendig? fragte er ruhig und trank einen Schluck Wein. Ich seufzte, tiefer als beabsichtigt. Liebst du deinen Mann? fragte er. Ja, antwortete ich trank lange, sah mich suchend im Saal um, wünschte irgendeine Ablenkung herbei, einen stolpernden Kellner, der sein Tablett fallen ließ, einen lautstarken Krach an einem Nachbartisch, eine Mutter, die ihrer Tochter einen Golfschläger an den Schädel donnerte. Also, das geht dich wirklich nichts an. Nein, natürlich geht es mich nichts an, stimmte er zu. Ich frage trotzdem. Ich bemühte antwortete ich. Nicht so oft wie früher, wette ich. Nach 25 Jahren Ehe ist das eine ziemlich risikolose Wette. Und du bist damit glücklich? Ich bin nicht unglücklich damit, erwiderte ich, seine frühere Bemerkung wiederholend. Er lächelte. Meine Frau und ich haben seit drei Jahren nicht mehr zusammen geschlafen, sagte er. Was würdest du sagen, wenn ich dein Klient wäre. Hast du nicht neulich gesagt, wenn du eine Therapie bei mir machen wolltest, würdest du dir einen Termin geben lassen? Entgegnete ich in dem Bemühen, das Gespräch in andere Bahnen zu lenken. War dein Mann dir mal untreu? Nein. Du scheinst sehr sicher zu sein. Ich bin sehr sicher, antwortete ich, und das stimmte. Es gab nicht mehr vieles, dessen ich sicher war, aber das wusste ich mit Gewissheit. Larry würde mich niemals betrügen. Dieses Gespräch ist ziemlich gefährlich, sagte ich schließlich. Was ist daran gefährlich? Ich bin an einer Affäre nicht interessiert, sagte ich und hoffte, es klänge überzeugend. An einer Affäre? Du glaubst, ich suche eine Affäre? Ist es denn nicht so? Ich hab dich nie vergessen, Kate, sagte er mit einer Stimme so weich wie eine Decke, die mich einhüllen wollte. Ich brauche dich nur anzusehen und habe das gleiche kribbeln wie damals. Ich will dich, Kate, sagte er, ich habe dich immer gewollt und ich glaube, dass du mich auch willst. Er wollte meine Hände fassen. Ich zog sie rasch weg und ließ sie auf meinen Schoß sinken. Ich weiß nur, dass in meinem Leben etwas fehlt. Plötzlich hast du wieder vor mir gestanden, genauso schön, wie ich dich in Erinnerung hatte und nicht nur schön, sondern witzig und gescheit und verdammt sexy. Es war ein Gefühl, als hätte ich meine Jugend wieder gefunden, nur noch besser. Es ist ein Gefühl, das ich völlig vergessen hatte und ich möchte es nicht wieder verlieren. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ist das so unrecht? Du lieber Gott, sagte ich abwehrend, das war ja die reinste Hymne. Es ist mein Ernst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du brauchst gar nichts zu sagen, denk einfach darüber nach. Es würde mir schwer fallen, es nicht zu tun, erwiderte ich. Er lächelte, runzelte die Stirn, lächelte kommenheißend die Arme. Ich merkte, dass wir nicht mehr allein waren, dass jemand zu uns an den Tisch getreten war. Was tust du denn hier? Roberts Stimme klang, als wäre er hoch erfreut über diese unerwartete Störung. Wie schnell er umschalten konnte. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich habe im Büro angerufen. Deine Sekretärin hat mir gesagt, du würdest wahrscheinlich hier sein. Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr. Ich wusste natürlich schon, ehe ich mich umdrehte, dass es Roberts Frau war. Im Gegenteil, es ist genau der richtige Moment. Wir waren gerade fertig, versicherte ich ihr mit einem flauen Gefühl, als Robert uns einander vorstellte. Brandy Crow war eine attraktive Frau, etwa in meinem Alter. Sie war relativ klein, vielleicht 1, Meter 58 und sie war stark geschminkt, besonders um die Augen herum, die klein und grau und völlig faltenlos waren. Ihr Chanel Kostüm hatte den gleichen pinkfarbenen Ton wie das Tischtuch. Du kommst gerade richtig zum Nachtisch, sagte Robert unbefangen. Er zog ihr einen Stuhl heraus und winkte dem Kellner. Ich trinke einen Kaffee mit euch, wenn ihr nichts dagegen habt. Sie lächelte mich an. Ist das ein neuer Anzug? fragte sie ihren Mann. Er schüttelte den Kopf, aber die leichte Röte, die unerwartet sein Gesicht färbte, verriet ihn. Er hat sich also für unser Mittagessen einen neuen Anzug gekauft, dachte ich, und drehte an einem Knopf meines neu gekauften rot-weißen Kleides. Arbeiten Sie beim Sender? fragte Brandy Crowe, Brandy Crowe war verwundert. Ach ja? Wie soll das denn aussehen? Wir bestellten Kaffee und Zitronencremekuchen und Robert erklärte, was ihm vorschwebte. Das klingt wirklich großartig, sagte sie begeistert. Ich würde da bestimmt zuhören. Es ist noch längst keine sichere Sache, sagte ich. Wenn mein Mann sich etwas in den Kopf setzt, bekommt er es auch. Sie neigte sich zu ihrem Mann hinüber und hätschelte seine Hand. Wie ist diese Idee eigentlich entstanden? fragte sie. Tja, weißt du, ich kenne Kate aus der Highschool, antwortete Robert. Ich konnte nicht umhin, seine kühle Gelassenheit zu bewundern. Ach wirklich? Aus Pittsburgh meinst du? Ich hörte schweigend zu, während Robert von unseren zufälligen Zusammentreffen im Gericht erzählte, beobachtete die Reaktion seiner Frau, suchte nach Zeichen der Intimität zwischen ihnen, nach verräterischen Hinweisen darauf, ob sie noch miteinander schliefen oder nicht, nach geheimen Blicken, verstohlenen Berührungen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich gehen, ich bin mit meinem Mann verabredet, log ich mit einem Blick auf meine Uhr, um die Lüge glaubhaft zu machen. Vielleicht könnten wir uns hier mal zum Abendessen treffen, schlug Roberts Frau vor. Ich murmelte irgendetwas, das offenbar nach Zustimmung klang, weil sie daraufhin sagte, sie würde anrufen, um etwas auszumachen. Dann ging ich und kaufte meinem Mann die teuerste Garniturgolfschläger, die ich finden konnte. In den folgenden Wochen begegnete man Colin Friendly überall, im Fernsehen, auf den Titelseiten der Zeitungen, auf den Umschlagseiten sowohl der regionalen als auch der nationalen Zeitschriften. Der Prozess näherte sich seinem Ende und in einem Punkt waren sich fast alle einig, Colin Friendly würde schuldig gesprochen werden. Meine Schwester war selbstverständlich unerschütterlich in ihrem Glauben, dass man Colin Friendly nicht nur nicht schuldig sprechen würde, sondern dass er tatsächlich nicht schuldig sei. Kommst du am Mittwoch mit ins Gericht? Nein, ausgeschlossen. Bitte, es würde mir eine Menge bedeuten. Wieso? fragte ich. Du Mann nicht. Ich möchte, dass du mit eigenen Ohren hörst, was Colin zu sagen hat. Ich bin überzeugt, wenn du ihm zuhörst, ich meine, wirklich zuhörst, wie du das bei deinen Klienten tust, dann wirst du deine Meinung über ihn ändern. Das bezweifle ich. Es ist mir wirklich wichtig, Kate. Warum ist es wichtig? Es blieb ein Moment still. Weil ich ihn liebe. Also komm. mal. Das ist nicht wahr. Ich sitze seit fast zwei Monaten jeden Tag in diesem Gerichtssaal. Ich weiß alles über ihn. Du weißt nichts. Ich besuche ihn jede Woche. Du sprichst durch eine Glaswand mit ihm. Ja, das stimmt und er spricht mit mir und wir verstehen uns. Wirklich. Er sagt, dass ich ihn besser kenne als jeder andere. Ja, weil er alle anderen umgebracht hat, schrie ich völlig außer mir. Wieder trat eine Pause ein, eine längere diesmal. Das war deiner wirklich nicht würdig, erklärte Jolin. Ich hatte gedacht, dass du bei deiner Ausbildung ein bisschen mehr Verständnis für andere hast. Hör mir mal zu, Jolin, sagte ich, es von einer anderen Seite versuchend. Du bist die Einzige, die mir in diesem Zusammenhang wichtig ist. Ich möchte den Kopf, sagte nichts. Er hat gesagt, ich sehe so süß aus wie die erste Erdbeere im Frühjahr. Ich musste lächeln, obwohl ich es nicht wollte. Du lächelst? Ich merke, dass du lächelst. Das ist doch wirklich nett, oder? Ich meine, wann hat Larry das letzte Mal so was zu dir gesagt? Das ist eine Weile her, dachte ich. Du kannst also aufhören, dich meinetwegen zu sorgen. Mir passiert bestimmt nichts. Wenn Colin und ich diese Geschichte miteinander durchstehen können, dann können wir alles meistern. Ich möchte, dass du dich für uns freust, Kate. Und ich brauche dich. Kannst du nicht dieses eine Mal wenigstens noch mitkommen? Dann fahre ich auch mit dir zusammen am Wochenende zu Mama. Komm, sag ja. Ich schloss die Augen und drückte meine Stirn in meine Hand. Okay, ich komme mit, sagte ich leise. Danke, Kate, erwiderte sie, es wird dir bestimmt nicht leid tun. Da täuschte sie sich, das wusste ich, dennoch sagte ich, gut, wir sehen uns am Mittwoch. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen. Der Angeklagte beugte sich zu dem schlanken schwarzen Mikrofon vor dem Zeugen stand und sprach mit leiser Stimme, während sein Blick einmal durch den Saal schweifte, bevor er bei den Geschworenen zur Ruhe kam. Colin Friendly. Wie alt sind Sie, Mr. Friendly? 32. Sind Sie oder waren Sie verheiratet? Noch nicht, er lächelte Jolin direkt an. Jolin drückte mir die Hand. Mir drehte sich der Magen um. Mr. Friendly, sagte der Anwalt, Ihnen sind die Beschuldigungen gegen Sie bekannt? Ja. Ist irgendetwas an diesen Beschuldigungen wahr? Nein. Haben Sie Mary Postle Wade vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Christine McDermott vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Tammy Fischer vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Kathy Doran vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Janet McMillan vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Ich ertappte mich dabei, dass ich jeden einzelnen Namen an meinen Fingern abhakte, während mir immer kälter wurde. Haben Sie Susan Arnold vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Marilyn Greenwood vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Mernie Smith vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Haben Sie Judy Rehnquist vergewaltigt und ermordet? Ohr. Schau dir seine Augen an, da sieht man doch gleich, dass er die Wahrheit sagt. Ich sah mir seine Augen an, sah nur Böses. Haben Sie Tracy Seacott vergewaltigt und ermordet? Fuhr Jake Armstrong fort. Nein, Sir. Haben Sie Barbara Weston vergewaltigt und ermordet? Nein, Sir. Ich starrte die Geschworenen an. Alle Augen waren auf den Angeklagten gerichtet. Alle Konnte es unter diesen Leuten auch nur einen geben, der mit meiner Schwester übereinstimmte? Und wenn es einen gab, konnte es dann vielleicht auch mehrere geben? Bestand auch nur die geringste Chance, dass Colin Friendly freigesprochen werden würde? Dass er diesen Gerichtssaal als freier Mann verlassen würde? Haben Sie Wendy Sabatello vergewaltigt und ermordet? fragte der Verteidiger nun fast am Ende seiner Liste. Nein, Sir. Haben Sie Maureen Elfer vergewaltigt und ermordet? schloss er, die letzte der 13 unglücklichen Frauen nennend. Nein, Sir, lautete die automatische Antwort. Haben Sie Amy Lokisch vergewaltigt und ermordet? fragte ich im Stillen. Haben Sie ihr die Nase zertrümmert, mit dem Messer auf sie eingestochen und sie schließlich halbtot in einem unwirtlichen Sumpf liegen lassen? Werden wir je erfahren, was ihr zugestoßen ist? Ich könnte niemals einem anderen etwas zu leide tun, sagte Colin Friendly, als spräche er mich direkt an. Ich danke ihn, Mr. Friendly, sagte sein Anwalt. Keine weiteren Fragen. Jake Armstrong kehrte zu seinem Platz zurück, knöpfte sein Jackett auf, nickte Howard Eves zu, der sofort aufstand, seinerseits damit beschäftigt, sein Jackett zu knöpfen. Sie könnten also niemals einem anderen etwas zu leide tun, wiederholte Eves, noch ehe er ganz aufgestanden war. Nein, Sir, auch nicht ihrer Mutter? Meiner Mutter? Colin Friendly geriet kurz ins Stottern. Jetzt schau mal, was dieser gemeine Kerl gemacht hat, flüsterte Jolin. Er hat ihn ganz nervös gemacht. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, mein Schatz, tröstete sie, er kann dir nichts anhaben. Haben sie nicht ihrer Mutter das Nasenbein gebrochen, sodass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste? Einspruch euer Ehren, rief der Verteidiger, das ist irrelevant und präudizierend. Howard Eves lächelte und strich sich über das schüttere Haar. Colin Friendly selbst hat diese Fragen herausgefordert, als er soeben erklärte, er könne niemals einem anderen etwas zu Leide tun. Der Staat kann den Gegenbeweis antreten. Es geht um die Glaubwürdigkeit euer Ehren. Ich lasse die Frage zu, erklärte Richter Kellner. Haben sie also ihrer Mutter das Nasenbein gebrochen, sodass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste? Colin Friendly senkte den Kopf. Das ist so lange her, Sir, ich wollte ihr nichts antun. Ist es nicht richtig, dass sie ihre Mutter so heftig geschlagen haben, dass sie beinahe eine Woche im Krankenhaus bleiben musste? Meine Schwester zischte entrüstet. Diese alte Hexe, sie hat nichts anderes verdient nach dem, was sie Colin angetan hat. Wo ist ihre Mutter jetzt, Mr. Friendly? Das weiß ich nicht, Sir. Ist es nicht richtig, dass sie vor ungefähr sechs Jahren verschwunden ist? Kann sein. Hatten sie mit dafür, dass Mr. Friendlys Mutter irgendetwas Widriges zugestoßen ist. Im Übrigen steht er nicht ihres Verschwindens wegen hier vor Gericht. Stattgegeben. Gut gemacht, sagte meine Schwester, als Jack Armstrong sich widersetzte. Howard Eves ließ sich davon nicht erschüttern. Er wandte sich den Geschworenen zu, während er seine Fragen an den Angeklagten richtete. Mr. Friendly, haben Sie irgendeine der ermordeten Frauen gekannt? Nein, Sir. Sie sagen also, dass Sie Ihres Wissens nach mit keiner der ermordeten Frauen zu irgendeiner Zeit Kontakt gehabt haben. Das ist richtig, Sir. Und alle Zeugen, die Sie eindeutig identifiziert haben, irren sich, sagte Howard Eves. Es klang mehr wie eine Feststellung, weniger wie eine Frage. Ja, Sir. Das ist schon reichlich seltsam, finden Sie nicht, dass so viele Menschen sie fälschlich identifiziert haben. Viele Leute sehen so aus wie ich, sagte Colin Friendly. Finden sie? Dieser verdammte Eves, flüsterte Jolin. Aber ich glaube nicht, dass die Geschworen sich davon beeindrucken lassen. Siehst du die Frau da, die in der Mitte der zweiten Reihe? Ich glaube, die ist auf unserer Seite. Ich richtete meinen Blick auf die Geschworene in der Mitte der zweiten Reihe. Sie war jünger als die anderen, vielleicht dreißig, mit heller Haut und ungepflegten blonden Haar, das dem Durchschnittsgesicht auch keine besondere Note gab. War sie der Typ Frau, der sich von einem Kerl wie Colin Friendly einwickeln ließ? Mich schauderte. An die Möglichkeit, dass die Geschworenen sich nicht auf einen Spruch einigen könnten, hatte ich bisher noch nicht gedacht. Mir und meine Schwester weiterhin beständig zwischen Gerichtssaal und Gefängnis Besucherraum? Ich säufte tief. Noch einmal würde ich das nicht durchstehen. Ist was? fragte Jolin und ließ ihren Blick kurz durch den Saal wandern. Es ist heiß hier drin. Nein, überhaupt nicht. Dir ist nur heiß, weil dein Freund hier ist. Was? Ich fuhr herum. Robert lächelte mich von seinem Platz weiter hinten im Saal an. Oh Gott, dachte ich, als mir prompt der Schweiß auf die Stirn trat. Wann war er gekommen? Reg dich ab. Kein Mensch verrät dein kleines Geheimnis. Ich hab keine Geheimnisse, zischte ich zähneknirschend. Jolin lächelte. Der Ankläger drückte Colin Friendly gerade ein Stapel Fotografien in die Hand. Diese Bisswunden auf Christine McDermott gesäß stammen nicht von ihnen. Sie haben der kleinen Tammy Fischer nicht die Kehle durchgeschnitten. Ich könnte sowas niemals tun. Colin Friendly sah meine Schwester direkt an. Du musst mir glauben, Jolin. Ich glaube dir, Colin. Sämtliche Köpfe im Saal drehten sich in unsere Richtung, als meine Schwester aufstand. Setzen Sie sich, junge Frau, befahl der Richter mit Donnerstimme, während rund um uns herum erregt getuschelt wurde. Es spielt keine Rolle, was die anderen denken, fuhr Colin fort. Hauptsache, du glaubst mir. Die Wellen der Erregung schlugen höher. Ich hielt unwillkürlich den Atem an. Oh Gott, dachte ich, lass das alles nur ein bösen Traum sein. Ich liebe dich, Jolin, sagte Colin Friendly laut, um den zunehmenden Lern zu übertönen. Ich möchte werden, jetzt brach die Hölle los. Lautes Gelächter mischte sich mit Pfiffen und Geschrei, Reporter rannten zur Tür, alle waren plötzlich auf den Beinen. Im nächsten Augenblick drängte ich mich an meiner Schwester vorbei in den Gang und rannte aus dem Saal. Wir machen eine halbe Stunde Pause, hörte ich den Richter verkünden, als ich Oh Gott, rief ich, so sehr außer mir, dass ich kaum atmen konnte. Warst du drin? Hast du das gesehen? Ja, antwortete Robert. Er nahm mich bei den Schultern. Kate, beruhige dich doch. Sie hat diesem Ungeheuer tatsächlich gesagt, dass sie ihn heiraten will. Mitten im Gerichtssaal ist meine Schwester aufgestanden und hat der ganzen Welt mitgeteilt, dass sie einen Verrückten liebt und ihn heiraten will. Kate, das ist doch alles nicht so schlimm, das wird schon wieder. Ich schluchzte jetzt. Warum tut sie das, Robert? Was will sie denn beweisen? Was ist nur los mit ihr? Er nahm mich in die Arme. Ich weiß nicht, was für ein Problem sie hat, aber du darfst dich davon nicht niedermachen lassen. Sterben soll er, rief ich weinend, sterben soll er und endlich aus unserem Leben verschwinden. Schhh, sagte Robert tröstend, als ich mein Gesicht an seine Brust drückte. Reg dich nicht auf, es ist ja bald vorbei. Er hielt mich fest an sich gedrückt und streichelte mir mit einer Hand übers Haar. Sein Mund berührte meine Wangen, er küsste meine Tränen weg, versicherte mir ohne Worte, dass alles gut werden würde, dass er da sei, um dafür zu sorgen, voll auf den Mund und ich erwiderte seine Küsse mit einer Leidenschaft, die mich völlig überraschte. Plötzlich war ich wieder die Schülerin von damals und er der angehende Student und unser Leben fing gerade erst an und die Welt war heil und in Ordnung. Nur stimmte das eben nicht. Wir waren nicht mehr in der Schule, wir hatten unser Leben zur Hälfte hinter uns und meine Welt war dabei, aus den Fugen zu geraten. Das ist das Letzte, was ich brauche, sagte ich zu Robert und befreite mich aus seiner Umarmung. Aber noch in dem Moment, als ich meine Fassung wieder gewann und aus dem Raum ging, vorbei an den Reportern, die sich im Korridor drängten und lärmend meine Schwester umringten, wusste ich, dass es zu spät war, dass meine Welt ihre alte Ordnung nie wieder gewinnen würde. Ich versuchte, mich in meine Arbeit zu vergraben. Leicht war es nicht. Wo immer ich hinsah, überall begegnete ich meiner Schwester und ihrem Verlobten, wie sie ihn im Fernsehen und vor der Presse zu bezeichnen pflegte. Quälend starrten mich ihre Bilder von den Titelseiten sämtlicher Zeitungen und Boulevardblätter in der Stadt an. Die mehr um ihret als um meinet willen, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht und ich machte mir ernste Sorgen um den Geisteszustand und das Wohlbefinden meiner Schwester. Sarahs Schule hat angerufen, bemerkte ich eines Abends, als Larry gemütlich die Beine hoch vor dem Fernseher saß und sich ein Hockeyspiel anschaute. Die Mädchen waren in ihren Zimmern und machten Hausaufgaben. Und was erst aufgefallen? Er lächelte. Ich werde mich deswegen bestimmt nicht aufregen. Nein, du regst dich ja nie auf. Was soll das jetzt wieder heißen? Das soll heißen, dass ich mir allmählich wie eine alleinerziehende Mutter vorkomme. Wie bitte? Würdest du das bitte etwas näher erklären? Das heißt, dass du nie zu Hause bist? Ich bin nie zu Hause? Du bist ständig auf dem Golfplatz. Ich bin ständig auf dem Golfplatz. Macht es dir eigentlich wirklich nichts aus, dass unsere Tochter in der Schule versagt? Sie versagt? In den letzten beiden englischen Klassenarbeiten hat sie völlig versagt. Na schön, soll ich mit ihr reden? Und was genau willst du sagen? Er war schon aufgestanden. Keine Ahnung, mir wird schon was einfallen. Sag er einfach, dass ihre Lehrerin angerufen hat und über ihr verhalten ziemlich beunruhigt Manchmal bist du wirklich unglaublich mies. Er schaltete den Fernsehapparat aus und ging. Wohin gehst du? Schlafen. Ich dachte, wir reden miteinander. Das Gespräch ist beendet. Wieso? Weil du es sagst? Ganz recht. Ich folgte ihm ins Schlafzimmer. Du benimmst dich ja sehr erwachsen. Halt endlich die Klappe verdammt nochmal, schrie er und legte sich ins Bett. Und dann sagte er kein einziges Wort mehr. Ganz gleich, was ich sagte oder tat, welches Mittel ich anwandte, um ihn zu provozieren und wieder in den Streit hineinzuziehen, er reagierte nicht. Ich beschuldigte ihn, ein erbärmlicher Ehemann, ein schlechter Vater, ein gleichgültiger Sohn zu sein. Er seufzte und drehte sich um. Ich beschuldigte ihn, für sein Golfspiel mehr übrig zu haben, als für seine Familie. Er klappte sich das Kissen über die Ohren. Ich sagte, er wäre egoistisch, kindisch und gemein. Er zog sich die Decke über den Kopf. Ich sagte, er wäre eine einzige passive Aggression. Er täuschte Schlaf vor. Ich sagte, er solle zur Hölle fahren. Er begann zu schnarchen. Ich stürmte aus dem Zimmer. Wir sprachen drei Tage lang nicht miteinander. Es den Wochenenden mehr zu Hause gewesen wäre, aber ich kann mit aller Aufrichtigkeit sagen, dass ich ihm sein Golfspiel nicht missgönnte. Vielleicht war ich sogar ein bisschen neidisch. Larry hatte wenigstens eine Zuflucht. Ich hatte nichts dergleichen. Die Arbeit half mir nicht. Ich war so beschäftigt damit, in der Praxis ständig beherrscht zu sein, dass ich Sarah würde die High School mit Erfolg abschließen und ein Studium an der Universität ihrer Wahl beginnen. Meine Mutter würde sich in die Frau zurück verwandeln, die ich mein Leben lang erkannt und geliebt hatte. Meine Schwester würde endlich aus den Schlagzeilen verschwinden und wieder zur Vernunft kommen. Colin Friendly würde sterben und wir könnten wieder ein normales Leben führen. War das zu viel verlangt? Aber selbst als Larry genau das tat, was ich mir wünschte, reichte es nicht. Es ist ja gut, sagte er eines Abends, als ich mich an seiner Schulter ausweinte. Der Prozess war an diesem Nachmittag abgeschlossen worden und obwohl alle glaubten, dass es zu einer schnellen Entscheidung käme, berieten die Geschworenen jetzt schon seit mehr als fünf Stunden und dann küssten wir einander, leicht und zärtlich zunächst, dann feuriger. Es war Wochen her, seit wir das letzte Mal miteinander geschlafen hatten und das letzte Mal, als ein Mann mich so geküsst hatte, war es nicht Larry gewesen, sondern Robert. Oh Gott, sagte ich schuldbewusst. Larry hielt mein Schuldbewusstsein für Leidenschaft. Sein Mund lag auf dem meinen, seine Hände suchten meinen Busen und knöpften meine Bluse auf. Du hast mir gefehlt, sagte er, als er mir die Bluse von den Schultern streifte und auf den Teppich fallen ließ. Du mir auch, antwortete ich, während er durch die Spitze meines Büstenhalters meine Brüste streichelte. Das kitzelt, sagte ich mit einem Gefühl leichter Irritation. Seine Finger machten sich an den Haken meines Büstenhalters zu schaffen. Lass mich, ich mach das schon, sagte ich. Nein, lass es mich machen, drängte er leise. Ein paar Sekunden mühte er sich vergeblich, dann verlor ich die Geduld und griff hinter mich, um die widerspenstigen Haken zu öffnen. Das wollte ich doch tun, sagte er. Komm, jetzt beschwer dich nicht, wollte ich sagen, aber er verschluss meinen Mund mit und entzog mich seinem saugenden Mund. Seine Hände glitten abwärts. Ich fühlte gar nichts, keine Spur sexueller Erregung, nur wachsende Gereiztheit. Ich versuchte zu fantasieren, ich war eine junge Sklavin, die auf einer Auktion verkauft wurde. Es waren vielleicht ein Dutzend Männer da, die meinen Rock hoch hoben, um die Ware zu inspizieren, mich mit gierigen Augen betrachteten. Es passierte gar nichts. Larry zog mir das Höschen hinunter, vergrub seinen Kopf zwischen meinen Schenkeln. Ich wartete auf ein Gefühl des Loslassens, empfand aber nichts als Frustration. Das tut weh, sagte ich nach einigen Minuten. Entspann dich, versetzte er, du bist so verkrampft. Du bist nicht an der richtigen Stelle, sagte ich und hörte, wie gereizt meine Stimme das Telefon läutete. Geh nicht ran, bat Larry leise. Froh über die Unterbrechung griff ich hinüber und drückte den Hörer an mein Ohr. Hallo, sagte ich und Larry wandte sich ab. Kate, oh Gott, Kate, es war Jolin, sie schluchzte. Was ist denn, was ist passiert? Die Geschworenen haben eben ihr Urteil verkündet. Ich hielt den Atem an, schluchzte sie aus Augen, Gott sei Dank. Neben mir glitt Larry aus dem Bett. Er ist mein ganzes Leben, oh Gott, Kate, was soll ich jetzt nur tun? Jetzt erklär mir noch mal, wer diese Leute sind und warum wir mit ihnen zum Essen gehen, sagte Larry, als wir auf den großen Parkplatz fuhren, der zu Prezzos gehörte, einem italienischen Schickeria Restaurant. Wir fuhren langsam an den geparkten Autos entlang und hielten nach einem freien Platz Ausschau. Es regnete leicht. Robert und Brandy Crow, sagte ich, ich kenne ihn noch aus Pittsburgh. Richtig, Larry nickte, doch sein Ton war uninteressiert und du hast ihn zufällig im Gericht wieder getroffen. Richtig, bestätigte ich, da ist einer, ich wies auf ein Auto, das gerade ausparkte. Und was ist der Anlass zu diesem verstärkt. Wir hatten keinen Schirm mitgenommen. Nirgends fühlt man sich einsamer als in einer unglücklichen Ehe, dachte ich, und fragte mich dann, wann ich angefangen hatte, meine Ehe als unglücklich zu empfinden. Ich warf einen Blick auf meinen Mann, in der Hoffnung, den Schimmer eines Lächelns in seinem Gesicht zu sehen, ein Zeichen des Trosts, ein Hoffnungsstrahl, der unsere Zukunft Auto, das im Regen stand. Robert und ich auf dem vorderen Sitz des schwarzen Buicks, seines Vaters, seine Lippen auf den Meinen, seine Zunge tief in meinem Mund, seine Hände auf der Suche nach meinen Brüsten. Sag ja, flüsterte er und nochmals drängender, bitte sag ja. Larry ließ den Motor an. Ich setz dich jetzt vor dem Restaurant ab. Aber dann verlieren wir unseren Parkplatz. Vielleicht finden wir einen, der näher ist. So war es. Wir fanden direkt vor dem Restaurant einen freien Platz. Jetzt sag mir noch mal, wie diese Leute heißen, Bad Larry, als wir die schwere Glastü des Restaurants aufstießen. Robert und Brandy Crow. Mein Blick huschte nervös durch den lauten, menschengefüllten Raum. Ich entdeckte Robert in einer Nische auf der anderen die Hand zum Gruß ausgestreckt. Sie müssen Larry sein. Ich freue mich sehr, sie kennenzulernen, sagte er. Larry lächelte, schüttelte Robert die Hand. Sie hat mir erzählt, dass sie einander aus der Highschool kennen. Das ist richtig. Larry und ich rutschten auf die in grün und beige gepolsterte Bank, Robert und Brandy gegenüber. Wir haben im Auto gewartet, weil wir hofften, es Wetter und ich miet Roberts Blick, indem ich mich auf seine Frau konzentrierte. Ein gelbes Valentino-Modell statt des pinkfarbenen Chanel-Kostüms, die Augen, jedoch wie beim Mittagessen mit blauem Lidschatten getönt, offensichtlich ihre persönliche Note. Das schwarze Haar war aus dem Gesicht gebürstet und wurde von einem schwarzen, perlbestickten Reif zurückgehalten. Sie versuchte, zehn Jahre jünger auszusehen, als sie war und sah als Folge davon zehn Jahre älter aus. Traurig, dachte ich und hoffte, ich beging nicht den gleichen Fehler. Du siehst blendend aus, sagte Robert, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich neigte mich über die Speisekarte und dankte ihm, ohne aufzusehen. Ich hatte bereits jede Einzelheit seiner Erscheinung registriert, als ich ihn von der Tür aus gesehen hatte, die braune Hose, das helle, beigefarbene Hemd, das Haar, das ihm lässig in die Stirn fiel, das wunderbare Lächeln. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, wie mein Mann gekleidet war. Schuldbewusst warf ich einen Blick auf ihn. Larry trug ein altes, dunkelgrünes, geblümtes Hemd, das mir immer sehr gut gefallen hatte, jetzt aber eher trist wirkte, sogar eine Spur schäbig. Sein lichterwerdendes Haar schien schütterer als sonst und seine Stirn war rot und schälte sich an einigen Stellen, Folge von zu viel Golf und zu wenig Sonnenschutzmittel. Ein toller Zufall eigentlich, dass ihr euch dabei Gericht begegnet seid, sagte Brandy. Und was sagt ihr dazu, dass der Kerl auf den elektrischen Stuhl geschickt wird, fragte Robert, geschickt das Thema wechselnd? Mich freut's, antwortete ich aufrichtig. Wie hat deine Schwester es aufgenommen? Wie zu erwarten. Ihre Schwester, fragte Brandy. Jolen Baker, antwortete ich, in der Annahme, das wäre Erklärung genug. So war es auch. Oh mein Gott, flüsterte sie. Dann warf sie ihrem Mann einen vorwurfsvollen Blick zu. Das hast du mir gar nicht erzählt. Der Kellner kam mit unseren Getränken und der Speisekarte. Das Gespräch wandte sich wieder dem Wetter zu, dann dem Sport und den Freuden des Lebens in Südflorida. Ich heuchelte Interesse an dem Geplänkel, trug wahrscheinlich sogar meinen Teil dazu bei, aber in Gedanken war ich ganz woanders. Ich war in Jolins unordentlicher kleiner Wohnung, in der ich den größten Teil des Morgens damit zugebracht hatte, mir ihr hysterisches Wüten über ein Rechtssystem anzuhören, das auf so herzlose Weise einen Menschen für Verbrechen, die er nicht begangen hatte, zum Tode verurteilen konnte. Brandy Crow legte ihrem Mann lachend den Arm um die Schultern und ich ballte die Hände im Schoß zu Fäusten. Und was halten Sie davon, dass Ihre Frau bald ein großer Radiostar wird? fragte sie Larry. Ein großer Radiostar? wiederholte Larry. Larry wandte sich mir zu, wartete offensichtlich auf eine Erklärung. Naja, es ist ja noch nichts entschieden, stammelte ich. Ich dachte, ihr wärt euch schon ganz einig, sagte Brandy zu ihrem Mann. Ich habe ihrer Frau ein Angebot gemacht, sagte Robert zu Larry. Ich glaube, sie möchte es schwarz auf weiß sehen, ehe sie irgendwelche Vorankündigungen macht. Was für ein Angebot? Eine Radiosendung zu moderieren, zu der sich die Leute über Telefon zuschalten können, erklärte Brandy Crow. Meine Frau ist Therapeutin, sagte Larry. Eben, versetzte Robert. Sie würde Ratschläge und Tipps geben. Ich habe schon eine Idee, die ich ganz gut finde. Zum ersten Mal an diesem Abend lächelte ich völlig ungekünstelt. Und was für eine Idee ist das? Roberts Lächeln war beinahe so strahlend wie meins. Eine wöchentliche Sendung von ungefähr zwei Stunden, bei der wir Liebeslieder mit Ratschlägen für die Hörer verbinden würden, die an der Liebe leiden. Ich sprach hastig, mit einer nervösen Unsicherheit in der Stimme. Bis zu diesem Moment war ich mir gar nicht bewusst gewesen, wie aufregend ich die Idee fand, wie versessen ich darauf war, etwas Neues auszuprobieren. Wir geben jede Woche ein anderes Thema vor und suchen dazu passende Lieder aus, die wir zwischen den Anrufen der Leute, die mich um Rat fragen, spielen. Die Musik kann dazu dienen, einen bestimmten Aspekt zu illustrieren oder zu unterstreichen. Oder das Lied kann noch gleich der Rat sein, wie zum Beispiel Stand by Your Man oder Take This Job and Show It, je nachdem, worum es in der Sendung geht. Die Themenliste ist endlos. Alkoholsucht, Einsamkeit, Ehe, Untreue. Ich brach ab und hustete hinter vorgehaltener Hand. Was meint ihr? Larry zuckte die Achseln. Mal was anderes. Brandy lächelte. Interessant. Großartig, sagte Robert. Wann hast du denn Zeit, sowas zu machen? Larrys Frage wirkte wie eine kalte Dusche und dämpfte unsere Begeisterung. Nun, wir würden uns natürlich nach Kates Terminkalender richten müssen, begann Robert. Du hast sowas doch noch nie gemacht, sagte Larry. Darum geht's ja gerade, entgegnete ich. Es wäre eine Herausforderung. Hast du in deinem jetzigen Leben nicht Herausforderung genug? Ich schwieg. Was war nur los mit ihm? War er schon immer so ein Spielverderber gewesen? Nein, Geh bloß nicht mit dem Kerl ins Bett, sagte Larry. Sein Ton war ruhig und gemessen, sein Zorn direkt und gezügelt. Was? Was redest du da? Das möchte ich gern von dir wissen, versetzte Larry, als wir in den Wagen stiegen. Der strömende Regen hatte nachgelassen, aber es nieselte immer noch leicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Schläfst du mit ihm? Was? Du hast mich genau verstanden. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist also nur irgendein Kerl, den du zufällig von der Highschool kennst, sagte Larry. Ja? Dem du ganz zufällig eines Tages bei Gericht begegnet bist und der dir sofort eine eigene Sendung anbietet, einfach so, aus heiterem Himmel. Mehr oder weniger? Worauf hat der Kerl es wirklich abgesehen? Ich bin kein Idiot. Dann hör auf, dich wie einer zu benehmen, meine Stimme zitterte. Ich hätte allerdings nicht sagen können, ob aus Entrüstung oder Schuldgefühl. War ich wirklich so durchsichtig? Und machte es mich schon schuldig, nur an eine Affäre gedacht zu haben? Larry ließ den Motor an und wir fuhren nach Hause, ohne ein Wort miteinander zu reden. Ungefähr um diese Zeit hatte ich das erste Mal diese Träume. Es waren zwei, die immer wieder kehrten. Im ersten Traum liege ich beuchlings in meinem Schlafzimmer auf dem Boden. Meine Hände sind auf dem Rücken gebunden. Meine Schwester hockt rittlings auf mir, auf- und niederwippend, als ritte sie ein Pony, während ein gesichtsloser Fremder alle meine Schubladen ausräumt und ein, wie es scheint, endloses Sortiment an Büstenhaltern und Höschen in die Luft schleudert, ohne sich darum zu kümmern, wo sie niederfallen. In meinem zweiten Traum gehe ich auf einen sonnigen Bürgersteig. Ich fühle mich ungewöhnlich beschwingt und bin überzeugt davon, dass es nur einer kleinen Anstrengung bedarf, um mich in die Lüfte zu erheben. Ich beginne also, wie wild mit den Armen zu flattern, strecke mich, Kind voraus, weit nach vorn, als setze ich zum Sprung von einer Schanze an. Und plötzlich heben sich meine Füße vom Boden und ich hänge in der Luft, vielleicht einen halben Meter über der Erde. Lass mich, rufe ich und spüre doch schon, dass meine Füße zum Boden zurückkehren. Mein Flug misslungen ist, meine Kraft verbraucht. Es ist nicht allzu schwierig, dahinter zu kommen, was diese Träume bedeuten. Der wahrgenommene Kontrollverlust, die äußeren Kräfte, die mich fesseln, mein Bestreben, mich zu befreien, aus meinem Leben abzuheben, die verschleierten Bezüge auf Larry und Robert, der gar nicht verschleierte Bezug auf meine Schwester. Die Träume störten meinen Schlaf, weckten mich um drei Uhr morgens und ließen mich nicht mehr los, bis es Zeit zum Aufstehen war. Interessanterweise begann genau um diese Zeit Larry und ich wieder miteinander zu schlafen. Ich erwachte eines Nachts verschwitzt und keuchend von meinen Bemühungen zu fliegen und er saß aufrecht im Bett neben mir. Meine Unruhe hätte ihn geweckt, sagte er sachlich und ich entschuldigte mich, worauf er sagte, das sei nicht nötig. Ich lächelte dankbar und sagte, dass ich ihn liebe. Er nahm mich in die Arme und sagte, er liebe mich auch. Es täte ihm leid, dass er zu der Missstimmung zwischen uns beigetragen habe. Ich entschuldigte mich für meinen Teil daran und dann liebten wir uns. Es war schön und vertraut und tröstlich und ich hoffte, es würde den Träumen ein Ende machen. Aber das tat es nicht. Ich wollte Robert. Was den realen Robert anging, so war er zum Glück unerreichbar. Er nahm zunächst an einer Medienkonferenz in Las Vegas teil, dann widerstrebend an einer Kreuzfahrt, die zugunsten irgendeiner wohltätigen Vereinigung, die seine Frau unterstützte, organisiert worden war. Er würde etwas länger als drei Wochen weg sein, sagte er am Telefon, bevor er abreiste und bis dahin, versicherte ich mir in der Zwischenzeit wiederholt, würde ich wieder zur Vernunft gekommen sein. Ich gab die Hoffnung nicht auf, dass dieser Moment der Besinnung auch bei Jolin eintreten würde, die im Januar wöchentlich nach Starkey fuhr, wohin man Colin Friendly verlegt hatte. Freitags fuhr sie hin, übernachtete in einem Motel nicht weit vom Gefängnis entfernt, verbrachte dann am Samstag die erlaubten sechs Stunden mit ihrem Verlobten, ehe sie die fünfstündige Heimfahrt antrat. Über die Regeln, die im Staatsgefängnis herrschten, hatte sie kaum ein freundliches Wort zu sagen. Ob wir wüssten, dass der Stadt Florida Ehepaare nicht einmal den ehelichen Verkehr erlaubte, ob das nicht grausam und gemein wäre, aber das würde sie selbstverständlich nicht an der Ausführung ihrer Heiratspläne hindern, erklärte sie unerschütterlich. Nichts mag erklären, wieso ich am folgenden Freitagabend neben meiner Schwester saß, als sie ihren klapprigen alten Toyota, den Florida Turnpike hinaufjagte nach Starkey, zur staatlichen Strafvollzugsanstalt. Ich schaute durch die Windschutzscheibe hinaus in den tintenblauen Himmel über der flachen, schnurgeraden Straße, an der mit schöner Regelmäßigkeit ganze Batterien von Schildern auftauchten. Die meisten kündeten von der bevorstehenden Ankunft in Disney World, das ungefähr 35 Kilometer südwestlich von Orlando am Rand Kissimmees lag. Hast du Lust, da mal hinzufahren? fragte Jolin. Wohin? Nach Disney World. Wir könnten am Sonntag hinfahren. Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Am Samstag das Gefängnis, am Sonntag Disney World. Spielverderberin. Sie richtete ihren Blick wieder auf den Highway, der sich eintönig vor uns in die Ferne dehnte. Oder wir könnten zu so einer Alligator-Farm fahren. Du weißt schon, wo immer irgendein armes Kind von der Brücke fällt und aufgefressen wird. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Natürlich ist es mein Ernst. Solche Sachen liebe ich. Ich habe Larry versprochen, dass ich morgen Abend wieder zu Hause bin. Mensch, bist du fad, sagte Jolin verdrossen. Immerhin bin ich ja hier, oder nicht? Sie lachte geringschätzig. Was ist denn mit seiner Berufung? Der oberste Gerichtshof von Florida, der automatisch alle Todesfälle prüft, hatte Colin Frantleys Urteil bereits bestätigt. Die Anwälte gehen mit ihrer Berufung vor den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Und wenn die Berufung abgelehnt wird? Dann besteht die Möglichkeit einer Anhörung vor dem Gouverneur und seinem Kabinett. Wenn diese Anhörung abgelehnt und das Todesurteil vom Gouverneur unterschrieben wird, wenden wir uns mit einem zweiten Antrag an den obersten Gerichtshof von Florida mit der Begründung, dass neues Beweismaterial vorliegt. Auch wenn das nicht stimmt? Wenn dieser Antrag abgelehnt wird, vor Julian Ford, ohne auf meine Frage einzugehen, werden die Anwälte behaupten, dass dem Angeklagten kein gerechter Prozess gemacht worden sei und dass er das Recht auf ein neues Verfahren habe. Wenn das schief geht, wenden wir uns ein drittes Mal an den obersten Gerichtshof von Florida und stellen einen Antrag auf Hinrichtungsaufschub. Und wenn das fehlschlägt? Sehr ermutigend bist du nicht gerade. Jolin straffte die Schultern und umfasste das Lenkrad fester. Wenn das fehlschlägt, gehen wir vor das Berufungsgericht und erklären dort, dass der Angeklagte einen Hinrichtungsaufschub verdient oder dass das Urteil ungerecht ist. Wenn das Berufungsgericht sich weigert, etwas zu unternehmen, wenden wir uns an die nächsthöhere Instanz in Atlanta und beantragen dort Exekutionsaufschub. Und wenn das auch nicht klappt, sagte sie leiser, bleibt noch die Möglichkeit einer letzten Beschwerde beim obersten Gerichtshof. Wenn das nicht hilft, kommt Colin auf den elektrischen Stuhl. Soll ich dir darüber auch was erzählen? Fragte sie und fuhr zu sprechen fort, ehe ich etwas dagegen einwenden konnte. Unglaublich, sagte ich, während ich versuchte, die drastischen Bilder loszuwerden, die sich mir in ihrem minutiösen Bericht aufdrängten. Keine vier Minuten nach Betreten der Todeszelle ist der Gefangene tot. Die Leiche wird in einen schwarzen Sack gesteckt und begraben. Mangelnder Effizienz kann man dem Stadt Florida bestimmt nicht vorwerfen. Ich glaub's nicht, sagte ich. Meinst du vielleicht, ich habe mir das alles ausgedacht, sagte sie? Davon spreche ich nicht. Und wovon sprichst du dann? Ich bin ganz überwältigt von dir, sagte ich. Was soll das denn heißen? Ich bin überwältigt davon, was du alles weißt. Sie zuckte die Achseln. Ich habe ein bisschen was gelesen, das ist alles. Ich kann lesen, falls du das nicht wissen solltest. Aber du erinnerst dich an jedes Detail. Das ist das Erstaunliche. Was ist daran so erstaunlich? Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Das ist doch nichts Besonderes. Außerdem habe ich gewissermaßen ein persönliches Interesse an dieser Thematik. Hast du mal daran gedacht, nochmal ein Studium aufzunehmen und Juristin zu werden? Der Einfall kam mir, während ich sprach. Spinnst du? Nein, das ist mein Ernst, versicherte ich, mich für die Idee erwärmend. Ich bin sicher, du würdest eine ausgezeichnete Juristin werden. Du bist intelligent. Du hast ein großartiges Gedächtnis. Du hast all diese Fakten und Zahlen eben auf Anhieb parat. Und argumentieren kannst du absolut erstklassig. Du hättest überhaupt keine Mühe, die Geschworenen von deinem Standpunkt zu überzeugen. Ein Studium ist nicht alles, entgegnete sie abwehrend. Nein, natürlich nicht, stimmte ich hastig zu. Aber du bist ein Naturtalent. Ich meine, du hättest dich eben hören sollen, du hast das wirklich raus. Ich wette, du wärst große Klasse. Du könntest nochmal anfangen zu studieren, deinen Abschluss als Juristin machen und dann selbst Colin verteidigen. Wenn jemand ihn vor dem elektrischen Stuhl retten kann, dann du. Meine Schwester, die Anwältin, dachte ich. Mein Schwager, der Serienmörder. Ein zögerndes Lächeln breitete sich auf Jolins Gesicht aus. Ja, wahrscheinlich wäre ich wirklich eine gute Anwältin. Bestimmt. Sie holte tief Luft und hielt das Lächeln noch einen Moment fest, ehe sie es fallen ließ. Nein, sagte sie leise. Es ist zu spät. Unsinn. Es ist nie zu spät, widersprach ich, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmte. Wenn wir wieder zu Hause sind, können wir uns doch auf jeden Fall mal erkundigen, welche Voraussetzungen du erfüllen müsstest und was das Studium kosten würde. Larry und ich könnten dir das Geld leihen und du zahlst es uns zurück, sobald du die dicken Honorare kassierst. Die dicken Honorare? fragte ich mich, wohlwissend, dass ich mich aus dem Reich der Vernunft in Fantasie-Regionen begeben hatte. Als Jolin mich am nächsten Morgen um halb acht weckte, war sie bereits fix und fertig, geduscht, geschminkt, die blonde Haarpracht zu ungebärdiger Fülle geföhnt, weiß gekleidet in Minirock und knappes Oberteil. Beeil dich, drängte Jolin etwas später, als ich den Reißverschluss meiner dunkelblauen Hose zuzog und eine orangefarbene Bluse aus meiner Reisetasche holte. Das willst du anziehen? fragte sie und lachte. Ja, wieso? Ist das nicht in Ordnung? Doch, doch, perfekt. Sie lachte wieder und wartete mit Ungeduld, während ich die Bluse zuknöpfte und mir dann rasch mit der Bürste durch die Haare fuhr. Punkt halb neun verließen wir das Motel, um ins Gefängnis zu fahren. Besuchszeit war von neun bis drei und Jolin wollte nicht eine Minute dieser sechs Stunden versäumen. Sie nahm die Kühltasche mit den verschiedenen Käsesorten und den Geflügelsalat-Sandwiches Collins Lieblingsessen, die sie selbst gemacht hatte, und schob mich durch die Moteltür hinaus zum Wagen. Das Zuchthaus lag 18 Kilometer westlich von Starkey. Die Straße führte durch eine weite Ebene. Rechts und links weideten Kühe. Manche standen. Manche lagen im Gras. Kann sein, dass es Regen gibt, bemerkte Jolin. Ich blickte durch die Windschutzscheibe zum wolkenlosen blauen Himmel hinauf. Regen? Wenn alle Kühe stehen, heißt das, dass es sonnig wird. Wenn sie alle liegen, gibt's Regen. Wenn ein paar stehen und ein paar liegen, dann ist das Wetter veränderlich. Wer hat dir das denn erzählt? fragte ich. Das hab ich von Daddy. Ich bemühte mich, meine Überraschung über das plötzliche Auftauchen meines Stiefvaters in unserem Gespräch nicht zu zeigen. Er ist manchmal mit mir aufs Land gefahren und dann haben wir auch Kühe weiden sehen. Genau wie hier. Und er hat jedes Mal gesagt, wenn die Kühe alle stünden, würde es schön werden und wenn sie alle legen, naja, du weißt schon. Dann erschien plötzlich das Gefängnis vor uns, erkennbar an den riesigen Schildern vor den doppelreihigen Maschendrahtzäunen, die mit Stacheldraht gekrönt waren. Jolint fuhr den Wagen auf den ausgeschilderten Parkplatz, schaltete den Motor aus und ließ die Schlüssel in ihre Strohtasche fallen. Wir sind angekommen, verkündete sie feierlich und stieß ihre Tür auf. Ich folgte ihr zum Haupttor. Wir gingen schnell. Um den lästigen Insektenschwärm zu entkommen und ohne einen Moment den Posten zu vergessen, der uns, mit dem Gewehr in der Hand, vom Wachtturm hoch über unseren Köpfen beobachtete. Als wir uns dem Tor näherten, öffnete es sich und wir gingen hindurch. Sofort schloss es sich wieder hinter uns und mir wurde ziemlich mulmig. Ein weiteres Tor öffnete sich geräuschvoll und lockte uns weiter ins Innere. Wir sind auf dem Weg in die Hölle, dachte ich, als ich das zweite Tor hinter uns zuschlagen hörte und meine Schwester auf dem betonierten Gehweg zum Gefängnis selbst folgte. Ein Mann, der groß und kräftig in einer verglasten Zelle vor einer verwirrenden Schalltafel saß, lächelte Jolin entgegen, als sie zielstrebig auf ihn zuging. Hallo Tom, sagte sie unbefangen. Hallo Jolin, wie geht's denn heute? Gut, danke Tom, antwortete Jolin. Ich möchte sie mit meiner Schwester Kate bekannt machen. Hallo Kate, sagte Tom. Hallo Tom, erwiderte ich die Begrüßung. Sie kennen ja den Ablauf, sagte Tom zu Jolin. Na klar, bestätigte Jolin und überreichte ihm die Handtasche und die Kühltasche. Die nächsten zehn Minuten brachte Tom damit zu, jeden einzelnen Gegenstand in unseren diversen Taschen zu begutachten. Er inspizierte den Inhalt der Kühltasche, packte die Käsestücke aus und zerbrach sie in kleinere Teile, klappte die Geflügelsalat-Sandwiches auf und prüfte den Belag. Ehe er sich unsere Handtaschen vornahm, unsere Führerscheine studierte, als müsse er jede Einzelheit auswendig lernen, unsere Gesichter gewissenhaft mit denen auf den Fotos verglich, obwohl er meine Schwester ja offensichtlich von früheren besuchen kannte. War nett, sie wiederzusehen, sagte Tom zu meiner Schwester und winkte uns weiter zu einem dritten abgesperrten Tor und einem Metalldetektor. Hat mich gefreut, sie kennenzulernen, Kate. Wir mussten unsere Schuhe, unsere Gürtel und unsere Sonnenbrillen ablegen, Schlüssel, Stifte und Kleingeld abgeben und nachdem wir den Metalldetektor passiert hatten, begleitete uns ein Wärter durch ein weiteres, klirrendes Tor und dann einen langen, beigefarbenen Korridor mit glänzendem Linoleumbelag hinunter. Die Häftlinge müssen den Boden jeden Tag bohnern, erzählte mir Jolin. Es folgte eine kurze Treppe, dann ein weiteres Tor, das von einem Posten in einer Glaszelle bewacht wurde und plötzlich befanden wir uns im Herzen der Anstalt, einer Stelle, an der sich vier Korridore kreuzten und die allgemein Grand Central genannt wurde. Zu unserer Rechten befand sich ein Gitter vom Boden bis zur Decke, hinter dem die Zellentrakte waren. Da drüben steht der elektrische Stuhl. Jolin wies durch das Gitter zu einer geschlossenen Tür am hintersten Ende des langen, breiten Korridors. Mehrere Häftlinge in blauen Arbeitshosen und blauen Hemden gingen an uns vorüber. Wir folgten dem Wärter in den Besucherraum, der am Hauptkorridor gelegen war. Der Raum war groß und unansehnlich. Dreißig oder vierzig Stahltische mit Stühlen standen darin. Siehst du den Wasserkühler da drüben? Jolin wies auf einen großen Wasserkühler aus Glas in einer Ecke des Raumes. Ich nickte. Behalte ihn mal im Auge, riet sie mir. Warum? Macht er Kunststücke? Warte, bis die Häftlinge reinkommen, dann wirst du schon sehen. Sie sah auf ihre Uhr und zeigte nach links. Sie müssen sie jeden Moment reinbringen. Ich muss mal schnell auf die Toilette, sagte sie abrupt, stellte die Kühltasche auf einen der Tische und lief davon. Ich sah mich um, tat so, als wollte ich mich ganz nebenbei mit meiner Umgebung vertraut machen, richtete jedoch meine Aufmerksamkeit vor allem auf die anderen Männer und Frauen, die hier auf ihre Freunde oder Verwandten warteten. Es waren vielleicht ein Dutzend Leute, ungefähr zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer, etwa zwei Drittel Schwarze und ein Drittel Weiße. Die jüngeren Frauen trugen alle Röcke. Keine allerdings war so auffallend gekleidet wie meine Schwester. Alles in Ordnung? fragte ich meine Schwester, als sie mit leicht erhitztem Gesicht zurückkehrte. Oh ja, keine Sorge. Du bist so schnell weggelaufen, dass ich schon Angst hatte, es wäre was passiert. Sie fegte meine Besorgnis mit einer leichten Handbewegung zur Seite. Ich musste nur was holen. Was holen? Sie ließ sich auf einem der Stühle nieder und stützte beide Ellbogen auf den Stahltisch. Mit einer Kopfbewegung bedeutete sie mir, mich auf den Stuhl gegenüber zu setzen. Ich habe Colin ein kleines Geschenk mitgebracht, zischte sie halblaut, ohne den Posten an der Tür aus den Augen zu lassen. Ein Geschenk? Psst! Nicht so laut! Was für ein Geschenk! Ich sah sofort in Büstenhaltern geschmuggelte Pistolen, in Torten versteckte Messer, obwohl ich wusste, dass das völlig absurd war. Wir hatten zwei Metalldetektoren passiert und in Jolins Kühltasche befand sich nichts als Käse und belegte Brote. Ich hatte auch kein Geschenk bemerkt, als Tom ihre Handtasche durchsucht hatte. Was für ein Geschenk? fragte ich noch einmal. Sie schob eine Hand in ihre Strohtasche und holte etwas heraus, wobei sie sorgfältig darauf achtete, dass der Wärter es nicht sehen konnte. Als sie sicher war, dass niemand zu uns darüber sah, öffnete sie ihre Hand und zeigte mir sechs selbst gedrehte Zigaretten. Marihuana? Pst! Sofort ließ sie den Behälter wieder in ihre Tasche fallen. Musst du denn so laut schreien? Bist du verrückt geworden? sagte ich scharf. Sowas mit hierher zu nehmen? Hör endlich auf, so zu brillen und benimm dich nicht wie ein hysterisches Schulmädchen. Das tun doch alle hier. Ich sah mich nervös um. Aber wie hast du das denn reingeschmuggelt? Tom hat unsere Taschen doch mit der Lupe durchsucht. In meiner Muschi, antwortete sie und kicherte. Mach den Mund zu, es kommen Fliegenreien. In deiner Scheide? In meiner Scheide, äffte sie mich nach und verzog dabei verächtlich den Mund. Mein Gott, Kate, du musst so ziemlich die Einzige sein, die heutzutage noch Wörter wie Scheide benutzt. Ich glaube das nicht. Du würdest dich wundern, wenn du wüsstest, was hier alles los ist. Und wie bringt Colin die in seine Zelle? Das willst du bestimmt lieber nicht wissen. Ich glaube mir wird schlecht. Dir darf jetzt nicht schlecht werden. Jetzt kommen sie. Vergiss nicht den Wasserkühler im Auge zu behalten. Ich blickte schnell von der Tür zum Wasserkühler und wieder zurück zur Tür, wo jetzt mehrere Gefängniswärter, große, bullige, vage, bedrohlich aussehende Männer, ungefähr zehn Männer in den Raum führten. Alle trugen sie die blaue Gefängniskleidung bis auf eine Ausnahme. Colin Friendly. Er trug wie ich eine blaue Hose und ein orangefarbenes Hemd. Jetzt verstand ich, warum Jolin über meine Kleiderwahl gelacht hatte. An den orangefarbenen T-Shirts erkannte man hier in der Anstalt die Häftlinge, die im Todestrakt saßen. Peinlich berührt griff ich an den Kragen meiner orangefarbenen Bluse, während ich beobachtete, wie meine Schwester von ihrem Stuhl aufsprang, um dem zum Tode verurteilten Serienmörder zu umarmen, wie seine Hände ihren Rücken hinunterglitten, um ihr Gesäß zu umfassen, wie er den Saum ihres kurzen Röckchens hochzog und flüchtig ihre nackten Gesäßbacken entblößte. In diesem Moment begriff ich, dass Jolin draußen in der Toilette nicht nur das geschmuggelte Marihuana aus seinem Versteck geholt hatte, sondern auch ihr Höschen ausgezogen hatte. Mein Gott, stöhnte ich leise, als die beiden sich aus ihrer Umarmung lösten und auf mich zukamen. Colin Friendly erschien mir größer, als ich ihn in Erinnerung hatte, und wenn er auch etwas dünner wirkte, so war er doch entschieden muskulöser als noch vor wenigen Wochen. Wahrscheinlich trainiert er, dachte ich, als ich unsicher aufstand und überlegte, wie ich reagieren sollte, wenn er mir zum Gruß die Hand reichen würde. Er tat es nicht. Colin, sagte Jolin, an seinem Arm hängend, ich möchte dich mit meiner Schwester Kate bekannt machen. Kate, das ist Colin, die Liebe meines Lebens. Freut mich, sie kennenzulernen, Kate, sagte er ungezwungen. Ihre Schwester erzählt viel von Ihnen. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, was an diesem Morgen oder überhaupt während unseres Besuchs gesprochen wurde. Ich erinnere mich nur an Bruchstücke unseres Gesprächs, einige unvergessliche Worte, ein oder zwei beklemmende Sätze, während ein Gesprächsthema ins andere überging, eine Stunde in der nächsten verschwand. Ihr seht nicht aus wie Schwestern, sagte Colin Friendly, als wir uns widersetzten. Jolin neben Colin, Hand in Hand mit ihm, obwohl eigentlich jede Berührung verboten war. Den Häftlingen waren Umarmungen zur Begrüßung und zum Abschied gestartet, mehr nicht, aber die drei Aufseher, die zugegen waren, drückten beide Augen zu. Verschiedene Väter, sagte ich. Ja, das hat Jolin mir erzählt. Ist es nicht der tollste Mann, der dir je begegnet ist, sagte Jolin und kicherte wie eine 14-Jährige. Sie neigte sich zu ihm hinüber, sodass ihr Busen seinen Arm berührte und strich ihm eine dunkle Locke aus der hohen Stirn. Er lachte mit ihr. Du bist jedenfalls die tollste Frau, die mir je begegnet ist. Das steht fest, sagte er, ohne eine Spur von Verlegenheit, als wäre ich nicht Zeugin ihres Gesprächs, als wären sie die beiden einzigen in diesem Raum. Du hast keine Ahnung, wie eifersüchtig im Trakt alle auf mich sind. Die wissen, dass jeden Samstag die schönste und erotischste Frau der Welt auf mich wartet. Ich habe auch extra deine Lieblingsunterwäsche angezogen, sagte sie zu ihm, und ich hielt die Luft an, als ich sah, wie seine Hand unter ihren kurzen Rockroch und ein Lachen in seinen kalten blauen Augen aufblitzte. Sie müssen gut auf ihre kleine Schwester aufpassen, sagte er, ohne mich anzusehen, bis ich hier raus bin. Ich erwiderte nichts, versuchte wegzusehen, bemerkte ähnliches Grabschen und Tatschen an den anderen Tischen. Sie müssen dafür sorgen, dass sie richtig isst, viel an die frische Luft kommt und genug Schlaf kriegt. Du solltest dir über mich wirklich keine Sorgen machen, sagte Jolin. Du hast doch hier drin mit diesen ganzen Perversen, weiß Gott schon, Sorgen genug. Er lachte. Ein Vorteil im Todestrakt ist, dass jeder seine eigene Zelle hat. Sie sind wirklich ein Glückspilz, sagte ich. Langsam drehte Colin den Kopf zu mir und sah mich mit stechendem Blick an. Ihre Schwester hat mir schon erzählt, dass sie einen Hang zum Sarkasmus haben. Ich verstehe jetzt, was sie meint. Ich schwieg, überrascht und bestürzt, dass meine Schwester tatsächlich mit diesem Menschen über mich gesprochen hatte. Sie können mich nicht akzeptieren, stimmt's? fragte er etwas später und ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass es ihm ernst war. Wundert Sie das? fragte ich zurück. Es enttäuscht mich, antwortete er. Sie sind ein verurteilter Mörder, erinnerte ich ihn. Er ist unschuldig, behauptete Jolin. Ich bin unschuldig, wiederholte er zwinkernd. Ich nickte und schwieg. Jetzt zischte Jolin mir plötzlich über den Tisch hinweg zu und wies mit dem Kind zu dem Wasserkühler in der anderen Ecke des Raums. Ich sah, wie einer der Häftlinge mit seiner Frau dahinter verschwand, während ein anderer Häftling und seine Frau sich vor dem Kühler aufstellten, vielleicht um den Blick zu versperren, vielleicht um Wache zu stehen, vielleicht auch nur, um zu warten, bis sie an der Reihe waren. Sekunden später begann der Kühler heftig zu wackeln. Das Wasser in seinem Inneren schwappte wild, wie die Wellen eines aufgewühlten Meeres, von einer Seite zur anderen. Was passiert, wenn sie erwischt werden? fragte ich. Du denkst immer nur an die Konsequenzen, sagte Jolin. Außerdem ist der Staat selbst daran schuld. Er bräuchte nur den ehelichen Beischlaf zu gestatten. Ein Mann muss tun, was er tun muss, erklärte Colin Friendly und drückte den Oberschenkel meiner Schwester. Ihr habt doch nicht, begann ich und brach ab. Ich wollte es lieber nicht wissen. Das heben wir uns für unsere Hochzeitsnacht auf, sagte Colin und sie lachten. Hast du deine Schwester schon gefragt? Was soll sie mich gefragt haben? Ich wollte dich bitten, meine Trauzeugin zu sein, sagte Jolin hoffnungsfroh. Ich schluckte, sah weg, hätte am liebsten losgeheult. Das kann doch nicht ihr ernst sein, dachte ich, obwohl ich wusste, dass es sehr wohl ihr ernst war. Ich glaube nicht, dass das gut wäre. Lassen Sie sich einfach ein bisschen Zeit zum Überlegen, riet Colin. Sein Blick durchbohrte mich fast. Wir wären Ihnen jedenfalls dankbar für Ihre Unterstützung. Ich wäre jedenfalls dankbar, wenn ich wüsste, was Amy Lokesch zugestoßen ist, entgegnete ich, nicht nur meine Schwester und ihren sogenannten Verlobten schockierend, sondern ebenso sehr mich selbst. Amy Lokesch? Zum ersten Mal an diesem Tag stotterte Colin. Jolin verdrehte angewidert die Augen. Was soll der Quatsch, Kate? Wer zum Teufel ist Amy Lokesch? Sie ist ein 17-jähriges Mädchen, das vor ungefähr einem Jahr verschwunden ist. Ich dachte, Sie wüssten vielleicht etwas darüber. Das ist ja lächerlich, wütete meine Schwester. Colin, du brauchst Ihre blöden Fragen nicht zu beantworten. Im nächsten Moment war Jolin aufgesprungen und auf dem Weg zur Toilette. Im Gehen zog sie ihren Rock über ihr Gesäß herunter. Ist das nicht das Appetitlichste, was man je gesehen hat? meinte Colin, Jolin mit Blicken folgend. Warum lassen Sie meine Schwester nicht einfach in Frieden? Sagen Sie, bitte, versetzte er lässig. Was? Vielleicht hatte ich ihn nicht richtig verstanden. Er wandte sich mir zu. Sie haben mich genau gehört. Sagen Sie, bitte. Ein höhnisches Lächeln spielte um seine Lippen. Oder besser noch, bitte, bitte. Wenn Sie wollen, dass ich Ihre Schwester in Frieden lasse, müssen Sie was dafür tun. Also, sagen Sie, bitte, bitte. Na los, sagen Sie es schon. Sie können mich mal, sagte ich stattdessen. Er lachte und fuhr sich mit der Zunge über die Oberlippe. Vielleicht irgendwann mal. Mir wurde eiskalt. Mein Herz hämerte wie wild. Sein rasender Schlag pulsierte so laut in meinen Ohren, dass ich kaum den Klang meiner eigenen Stimmen hören konnte. Das alles ist für Sie doch nur ein krankes Spiel, stimmt's? Ich mache keine Spielchen, ich gehe immer aufs Ganze. Haben Sie Amy Lokesch getötet? Fragte ich, bemüht, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Colin Frantley beugte sich zu mir herüber und stützte seine Ellbogen auf den Tisch. Ein niedliches kleines Ding mit Grübchen und einer roten Plastikspange im Haar? Ich umklammerte die Tischkante, spürte sie kalt an meinen Händen. Oh Gott. Ich dachte an Donna Lokesch, fragte mich, ob ich den Mut finden würde, ihr Gewissheit über das Schicksal ihrer Tochter zu geben. Sie war noch ein Kind, wie konnten sie sich an ihr vergreifen? Na, Sie wissen doch, was man sagt, gab Colin Frantley lässig zurück. Wenn Sie alt genug sind, um zu bluten, sind Sie auch alt genug, um geschlachtet zu werden. Er machte eine Pause von mehreren Sekunden, um diese Obszönität wirken zu lassen. Kennen Sie den John Prince Park? fragte er dann. Gleich östlich vom Kongress, zwischen der Lake Worth und Lantana Road. Sie sollten da bei Gelegenheit mal hingehen. Da gibt's Picknickplätze und einen Fahrradweg, sogar einen Spielplatz. Wirklich nett. Direkt am Osbornsee. Kennen Sie den Osbornsee? Nein. Schade. Richtig malerisch. An den Ufern sind immer viele Angler. Man kann sich auch Boote mieten. Das sollten Sie mal ausprobieren, Kate. Mieten Sie sich ein Boot und fahren Sie raus. Bis zur Mitte des Sees ungefähr. Da, wo er am tiefsten ist. Was wollen Sie damit sagen? Ihren Töchtern würde es bestimmt gefallen, sagte er mit einem breiten Lächeln. Sie haben doch eine Tochter in Amys Alter, richtig? Ein echt schönes Mädchen, wenn ich mich recht erinnere. Ich hielt den Atem an. Und eine kleinere haben Sie auch noch. Michelle, stimmt's? Vielleicht können wir eines Tages alle zusammen was unternehmen. Sie, ich, Sarah und Michelle. Das wäre bestimmt nett. So eine Mutter-Tochter-Nummer wäre was ganz Neues für mich. Schwein, murmelte ich. Ja, das sagen alle. Ich hoffe, Sie schmoren in der Hölle. Er lächelte. Heißt das, dass Sie nicht zur Hochzeit kommen? Ich weiß nicht mehr, was ich darauf sagte, ob ich überhaupt etwas sagte. Ich wollte nur zuschlagen, dieses höhnische Grinsen von seinem Gesicht wischen, ihn bis zur Leblosigkeit prügeln. Stattdessen floh ich, so wehrlos wie seine Opfer, und rannte weinend zum Parkplatz hinaus. Insektenschwärme überfielen mich, Möwen kreischten über mir. Es begann leicht zu regnen. Als Jolin kurz nach drei endlich kam, war ich klatschnass. Meine orangefarbene Bluse klebte wie Frischhaltefolie an meinem Körper, das Haar hing mir in Strähnen vom Kopf wie Seetang. Die Kühe hatten recht, sagte meine Schwester, als sie die Wagentür aufsperrte. Auf der Langfahrt nach Hause sprach keine von uns ein Wort. Vier Tage später stand ich am Ufer des Ostbornsees und beobachtete, wie die Polizei von kleinflachen Booten aus das Wasser absuchte. Ein Taucherteam, mit Atemgeräten ausgerüstet, befand sich bereits seit Stunden im Wasser. Amy Lokisch war seit fast einem Jahr verschwunden. Wenn Colin Friendly sie nicht beschwert oder einbetoniert hatte, wäre sie ein paar Tage später, nachdem er sie ins Wasser geworfen hatte, an die Oberfläche getrieben. Aber es war keine Leiche gefunden worden, wie man mir bei der Polizei sogleich versicherte, als ich von meinem Gespräch mit dem Serienmörder berichtet hatte. Er hält sie zum Narren, hatte ein Polizeibeamter zu mir gesagt. Dennoch erklärten sie sich bereit, den See abzusuchen. Als es Mittag wurde, waren alle Taucher mit verneinendem Kopfschütteln in die Boote zurückgekehrt und es war klar, dass die Polizei ihre Suche beenden würde, nachdem nichts weiter als ein alter Autoreifen und mehrere einzelne Schuhe gefunden worden waren. Colin Friendly hatte Amy Lokesch vielleicht getötet, aber er hatte ihre Leiche nicht in den Osborne-See geworfen. Der Polizeibeamte hatte Recht gehabt. Er hatte mich zum Narren gehalten. Jetzt reg dich mal nicht gleich auf, sagte Larry, während ich nervös in der Küche hin und her lief. Bitte sag du mir nicht, dass ich mich nicht aufregen soll. Mrs. Winchel wird sich das bestimmt noch einmal überlegen. Nein, ganz sicher nicht. Sie sagt, wenn der alte Mr. Amazon nicht den Brandgeruch bemerkt hätte, dann hätte niemand den Topf entdeckt, den Mutter auf dem Brenner stehen lassen hatte und das ganze Haus wäre in Flammen aufgegangen. Jeder vergisst mal, das Gas auszudrehen. Genau das Gleiche hatte ich früher am Nachmittag zu Mrs. Winchel gesagt. Das Palm Beach Lakes Seniorenheim ist eine betreute Wohngemeinschaft, sagte ich. Mrs. Winchel wörtlich wiederholend. Es ist kein Pflegeheim. Es ist nicht dafür eingerichtet, sich um Alzheimer-Patienten zu kümmern. Großmama hat Alzheimer? fragte Sarah, die gerade in die Küche kam. Das wissen wir noch nicht, antwortete Larry. Was tust du da? fragte ich. Ich mache mein Zimmer sauber. Es ist ein einziger Saustall. Ich habe nirgends Platz zu lernen. Du willst lernen? Wir haben in ein paar Wochen eine wichtige Prüfung. Du lernst für eine Prüfung? Ich habe mir gedacht, ich versuch's mal. Sarah lächelte. Wird Großmama wieder gesund? Ich hoffe es, sagte ich. Aber jetzt muss ich ihr erst einmal eine neue Bleibe suchen. Zu meinem Erstaunen trat Sarah plötzlich zu mir und nahm mich liebevoll in die Arme. Es wird bestimmt alles gut, Mama, tröstete sie mich, wie ich zuvor meine Mutter getröstet hatte. Ich drückte sie fest an mich und genoss es, ihre Haut an der Main zu spüren, als ich mein Gesicht in die schön geschwungenen Beuge ihres Halses drückte. Wann hatte sie mir das letzte Mal erlaubt, sie so zu halten? Als ich mir diese Frage stellte, wurde mir bewusst, wie sehr ich ihre Umarmung vermisst hatte. Ich hab dich lieb, flüsterte ich. Ich dich auch, sagte sie. Ein paar Minuten lang schien es, als würde alles gut werden. Am Mittwochmorgen genoss ich in aller Ruhe meine zweite Tasse Kaffee und freute mich auf einen Tag, an dem ich mich nach Strich und Faden verwöhnen würde. Um zehn eine langersehnte Massage, um halb zwölf eine Kosmetikbehandlung, gefolgt von einem Termin beim Friseur sowie Hand- und Fußpflege. Ich hatte seit Ewigkeiten keinen solchen Tag mehr gehabt. Das Telefon läutete. Ich überlegte, ob ich hingehen sollte und gab aber nach dem dritten Leuten nach. Hallo? Hoffentlich nicht die Masseuse, dachte ich, um den Termin abzusagen. Ich wollte ihnen nur sagen, wie nett es neulich war, sie zu sehen. Es war eine Männerstimme. Wer spricht da? Die Muskeln an meinem Hals verkrampften sich. Wie war's am Osborne-See? fragte Colin Friendly. Ich sagte nichts. Mein Blick schoss automatisch zu den Fenstern, zur Schiebetür aus Glas. Und wie geht es meinen hübschen zukünftigen Nichten? Ich knallte den Hörer auf, meine Hände zitterten. Hol dich der Teufel, schrie ich. Lass meine Kinder aus dem Spiel, du mit deinen dreckigen Fantasien. Ich sank auf einen Stuhl, wütend, dass er solche Macht über mich hatte. Von dir lasse ich mich bestimmt nicht fertig machen, sagte ich und griff nach dem Telefon, um die Anstaltsleitung ins Dorki anzurufen. Aber da klingelte das Telefon schon wieder. Ich starrte den Apparat an, ohne mich zu rühren. Dann nahm ich langsam den Hörer ab, hob ihn zögernd an mein Ohr, wappnete mich gegen das Stottern und sagte nichts. Hallo? rief eine Frau. Hallo, ist da jemand? Hallo? fragte ich zurück. Mrs. Winschel? Ja. Ich wollte nur fragen, ob Sie inzwischen eine Unterkunft für Ihre Mutter gefunden haben, begann sie ohne Umschweife. Ich teilte ihr höflich mit, dass ich mich bei mehreren guten Pflegeheimen in der Umgebung erkundigt hatte, dass jedoch im Moment leider keine Plätze frei seien. Mit teilnahmsvoller, jedoch fester Stimme, sagte Mrs. Winschel, dann müsse ich eben im weiteren Umkreis suchen und empfahl mir mehrere Pflegeheime, eines in Delray. Ich schenkte mir eine frische Tasse ein und verscheuchte alle Gedanken an Mrs. Winschel und Colin Friendly. Impulsiv griff ich zum Telefon und rief meine Schwester an, mit der ich seit unserem misslungenen Ausflug ins Gefängnis nicht mehr gesprochen hatte. Dein Verlobter hat mich heute Morgen angerufen, sagte ich statt einer Begrüßung. Ja, ich weiß. Ach, du weißt es? Ja, er hat mir gesagt, dass er sich entschuldigen möchte, falls es Missverständnisse gegeben hat. Missverständnisse? Wiederholte ich ungläubig. Ich habe ihm gleich gesagt, dass es nur Zeitverschwendung ist. Wenn er mich noch einmal anruft, beschwere ich mich beim Gefängnisdirektor. Dann lassen Sie ihn überhaupt nicht mehr telefonieren, warnte ich. Danke für deinen Anruf, sagte Jolin eisig. Ich bin noch nicht fertig. Sie wartete. Ich konnte förmlich sehen, wie sie angewidert die Augen verdrehte. Mrs. Winschel hat mir mitgeteilt, dass Mama nicht im Palm Beach Lakes bleiben kann. Und? Deshalb müssen wir ihr etwas anderes suchen. Schweigen. Meinetwegen kann sie zum Teufel gehen. Jolin! Und du auch! Sie legte auf. Jolin! Ich knallte den Hörer heftig auf. Verdammt nochmal! Warum kann ich keine normale Schwester haben? Brüllte ich wütend. Und brüllte immer noch, als ich schon im Auto saß und nach Derry zum Pflegeheim fuhr. Brüllte und donnerte mit Vollgas den Highway hinunter, was mir prompt einen Strafzettel einbrachte. Haben Sie eine Ahnung, wie schnell Sie gefahren sind? fragte der Polizist, der mich an den Straßenrand gewinkt hatte. Nicht schnell genug, dachte ich. Mrs. Sullivan war eine mondgesichtige Frau von etwa 60 Jahren mit einer angenehmen Stimme. Freundlich führte sie mich zuerst durch den kleinen Park, der gut gepflegt und hübsch gestaltet war, und dann durch das Haus selbst, ein relativ neues Gebäude, flach und weiß. Es erinnerte mich an Häuser am Mittelmeer. Wie ein Pflegeheim sehe es nicht aus, versuchte ich mir einzureden und ignorierte beharrlich den leicht medizinischen Geruch, der in den Korridoren hing, die gedämpften Jammerlaute, die hinter einigen der geschlossenen Türen zu hören waren, die leeren Blicke und halboffenen Münder der Bewohner, die in Rollstühlen an den Wänden aufgereiht saßen. Wenn ich nicht bereit war, sie in ein Pflegeheim zu geben, blieb nur eine Alternative. Was würdest du dazu sagen, wenn meine Mutter eine Weile zu uns ziehen würde? übte ich wenig später vor dem Rückspiegel im Auto und sah, wie mein Mann erschrocken die Augen aufriss. Es wäre ja nur vorübergehend. Ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Bestimmt nicht länger, das verspreche ich. Ich wusste, dass er zustimmen würde. Mochte er noch so große Vorbehalte haben, Larry würde alles tun, um mich glücklich zu machen. Das wusste ich. Also was soll ich tun? fragte ich mich wiederholt, während ich ziellos durch die Straßen von Derry fuhr. Das elfstöckige Bürogebäude, in dem der Radiosender WKEY seine Räume hatte, tauchte plötzlich vor mir auf wie eine Fata Morgana in der Wüste. War das die ganze Zeit schon mein Ziel gewesen? Das ist aber eine nette Überraschung, sagte Robert, als ich in sein Büro trat und schloss die Tür hinter mir. Ich drehte mich herum und ließ mich von ihm in die Arme nehmen. Sein Gesicht verschwamm, als er mich küßte. Mein Körper drängte sich mit einer Begierde, von der ich nichts geahnt hatte, an ihn. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue, hörte ich mich sagen. Doch die Worte kamen nicht über meine Lippen. Er trat zurück, nur einen kleinen Schritt, und zog mich mit sich wie ein Magnet. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du kommst? Ich hab's selbst nicht gewusst. Ich hab gleich eine Verabredung zum Mittagessen. Er küßte mich auf den Mundwinkel, auf die Nasenspitze. Ich hätte mir die Zeit freigehalten. Das nächste Mal. Wann ist das nächste Mal? Er küßte meine Stirn, meine Wangen, meinen Hals. Wann? wiederholte er. Ich weiß nicht. Mein Leben ist im Moment völlig durcheinander. Es scheint dir aber gut zu tun. Du siehst unglaublich sexy aus. Ich sagte nichts. Du machst mich ganz verrückt, weißt du das? Dann küßte er mich wieder, diesmal voll auf die Lippen. Unsere Münder waren geöffnet, unsere Zungen spielten miteinander, und plötzlich war ich wieder 17. Und er drückte mich an die harte Backsteinmauer der Schule, sein Knie schob meine Beine auseinander, während seine Hand sich unter meine Bluse stahl. Nein, ich kann nicht, sagte ich, und wich zurück, schlug mir dabei den Kopf am Fenster seines Luxusbüros an und wurde auf diese Weise unsanft in die Gegenwart zurückgeholt. Du bist zum Mittagessen verabredet, sagte ich schnell, während ich mich bemühte, wieder zu Atem zu kommen, und meine Bluse in meinen Rock stopfte. Und ich muss los. Wir haben noch ein paar Minuten. Er drängte mich gegen das Glas. Sag mir, was du willst, flüsterte er. Ich weiß nicht, was ich will. Er küsste mich. Es war einer dieser tiefen, sehnsuchtsvollen Küsse, bei dem ein ganz schwach wird. Sag mir, was du gern hast. Ich mag es, wenn du mich küsst, sagte ich. Mit der Zunge streifte er über meine Lippen. Was magst du noch? Seine Zunge wurde drängender, stieß zwischen meine Zähne vor. Sag mir, was du noch magst. Ich weiß es nicht. Sag mir, was ich tun soll, was du gerne hast. Ich weiß es nicht. Sag mir, wann wir zusammen sein können. Ich weiß es nicht. Wie wäre es nächste Woche? Ich nehme mir den nächsten Mittwoch frei. Wir fahren irgendwo hin und lieben uns den ganzen Tag. Nächste Woche Mittwoch kann ich nicht. Doch, du kannst. Nein, ich kann nicht. Wann dann? Ich weiß es nicht. Abrupp löste er sich von mir. Er zog seine Krawatte gerade und lächelte traurig. Wir sind keine Teenager mehr, Kate, sagte er. Jedes Spiel hat seine Grenzen. Ich spiele nicht. Was tust du dann? Mir geht einfach alles ein bisschen zu schnell. Nach 30 Jahren entgegnete er und ich lächelte. Hör zu. Er ging zu seinem Schreibtisch mit der schwarzen Marmorplatte zurück und lehnte sich dagegen. Ich möchte dich nicht zu irgendetwas drängen, das du nicht willst. Ich weiß nicht, was ich will, unterbrach ich. Ich glaube, du weißt es doch. Die Sprechanlage auf seinem Schreibtisch summte. Er beugte sich vor und drückte auf einen Knopf. Ja? Die Stimme seiner Sekretärin schallte durch das Zimmer und prallte von den Glaswänden ab. Melanie Rogers ist hier. Ich hoffe sehr, du meldest dich bald wieder, sagte Robert, als ich zum Korridor hinaustrat. Dann schloss ich die Tür seines Büros hinter mir. Meine Mutter zog am Freitagabend zu uns. Sie hatte einen weiteren Zusammenstoß mit dem armen Mr. Emerson gehabt. Diesmal hatte sie ihn mit seinem eigenen Spazierstock angegriffen und ihm einen so kräftigen Schlag auf den Kopf verpasst, dass er gestürzt war. Wir hatten keine Wahl. Sie musste zu uns ziehen. Sie kann über das Wochenende mein Zimmer haben, bot Sarah an, die vorhatte, bei einer Freundin zu übernachten und mit ihr zusammen für die bevorstehende Geschichtsarbeit zu pauken. Ohne dass ich erst darum bitten musste, gab sie mir sogar Namen, Adresse und Telefonnummer der Freundin und erlaubte mir, Mrs. Börling, die Mutter des Mädchens, anzurufen. Meine Mutter schien verwirrt durch den Umzug. Sie fragte immer wieder, wann es Zeit sei, nach Hause zu fahren. Ich erklärte ihr, dass sie einige Zeit bei uns wohnen würde. Sie sagte, das ist schön, Kind, und fragte fünf Minuten später wieder, wann es Zeit sei, nach Hause zu fahren. Um halb vier erwachte ich von den Geräuschen, die meine durch das Haus irrende Mutter verursachte. Ich brachte sie wieder zu Bett und kehrte in mein eigenes zurück. Das wiederholte sich jede Stunde, bis ich um halb sieben aufgab und mich anzog. Um sieben fuhr Larry zum Golfplatz. Meine Mutter fragte, wer der nette Mann sei und wohin er fahre. Als Michelle aufstand, erbot sie sich, mit meiner Mutter einen Spaziergang zu machen und sie gingen Hand in Hand aus dem Haus. Ich machte mein Bett und ging dann in Sarahs Zimmer hinüber. Sarah hatte wirklich toll aufgeräumt, dachte ich staunt, als ich den Morgenrock meiner Mutter aufhob, um ihn dann in den kleinen Wandschrank zu hängen. Beinahe hätte ich die Bücher nicht gesehen. Sie waren hinter irgendwelchen Kleidern in der hinteren Ecke versteckt und ich wollte den Schrank schon wieder zumachen, als ich sie bemerkte. Ich weiß nicht, was mich veranlasste, sie mir näher anzusehen. Vielleicht fand ich es einfach seltsam, dass Bücher in einem Kleiderschrank lagen. Vielleicht trieb mich schlichtes Misstrauen gegen Sarah, wie dem auch sei. Ich nahm die Bücher hoch und als ich sie aufschlug, sah ich bestätigt, was ich bereits wusste. Es waren ein Geschichtsbuch und ein Weltatlas. Brauchte Sarah diese Bücher denn nicht für die bevorstehende Klassenarbeit? Ich lief in die Küche und rief bei den Sperlings an. Das verstehe ich nicht, sagte Mrs. Sperling Sekunden später zu mir. Kurz nachdem Sarah gekommen war, bekam sie einen Anruf. Sie sagte, sie hätten sie gebeten, nach Hause zu kommen, weil irgendwas mit ihrer Großmutter nicht in Ordnung sei. Sie sagte, sie würden sie draußen abholen. Ich hörte mir das alles schweigend an. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, fuhr Mrs. Sperling fort. Sie glauben doch nicht, dass ihr etwas zugestoßen ist? Nein, ich bin sicher, dass ihr nichts passiert ist, sagte ich. Meine Stimme war so ausdruckslos, als hätte jemand sie platt gedrückt und alles Leben aus ihr herausgepresst. Haben sie eine Ahnung, wo sie sein kann? Ich weiß genau, wo sie ist, antwortete ich. Sie ist auf einer Hochzeit. Larry, meine Mutter und Michelle gingen am nächsten Nachmittag ins Kino. Ich setzte mich aufs Sofa und wartete auf Sarah. Um genau drei Minuten nach sechs kam sie zur Tür herein, ihren abgeschabten, braunen Lederrucksack lässig über einer Schulter. Sie trug dieselbe enge Jeans und dasselbe knappe, quergestreifte T-Shirt, in den sie vor zwei Tagen aus dem Haus gegangen war. Das Haar hing ihr in mehreren Schattierungen von Blondlose um das Gesicht. Oh, hallo! Sie blieb stehen, als sie mich sah und ein Hauch von Röte flog über ihr Gesicht. Du hast mir in Schrecken eingejagt, ich hab dich gar nicht gesehen. Warum machst du kein Licht? Ich hab auf dich gewartet. Meine Stimme war überraschend, gespenstisch, ruhig. Wann hörst du endlich auf, mich zu belügen, Sarah? Bei der Frage blieb sie wie angewurzelt stehen. Ihr Rücken wölbte sich, wurde steif wie der einer Katze, wenn sie sich bedroht fühlt. Wo warst du, fragte ich. Ich habe mit Mrs. Börling telefoniert. Sarah senkte den Kopf und blickte zu Boden. Einer Freundin von mir ging es furchtbar schlecht, begann sie. Sie brauchte dringend jemanden, mit dem sie reden konnte. Ich hatte Angst, sie bringt sich um. Sie hat sich an mich gewandt, weil sie weiß, dass du Therapeutin bist. Wahrscheinlich hat sie geglaubt, ich hätte was von deinem Wissen mitbekommen und könnte ihr helfen. Und konntest du ihr helfen, fragte ich. Ich glaube schon, sie lächelte, ihres Sieges schon gewiss. Es tut mir wirklich leid, dass ich lügen musste, aber ein bisschen lernen konnte ich trotzdem. Ich glaube, ich bin gut vorbereitet für die Arbeit morgen. Du hast gelernt, fragte ich. Ohne Bücher? Ich hatte meine Bücher dabei, sie klopfte auf ihren Rucksack. Deine Bücher sind in deinem Zimmer, entgegnete ich, des Theaters müde. Ich weiß, wo du warst, Sarah, sagte ich und in meiner Stimme war so viel Wut und Enttäuschung, dass sie zitterte. Ich weiß, dass du bei Jolin warst und ich weiß, dass du auf ihrer gottverdammten Hochzeit warst. Plötzlich war es totenstill im Zimmer. Wenn ich Tränen, Bitten um Verzeihung und Entschuldigung erwartet hatte, so hatte ich mich verrechnet. Sarah starrte mich mit unverhohlener Verachtung an. Wenn du die ganze Zeit gewusst hast, wo ich war, sagte sie mit leiser Stimme und überhaupt nicht Verzeihung heischend, warum dann dieses ganze blöde Theater? Ich gehe jetzt in mein Zimmer, sagte Sarah. Kein Taschengeld mehr, kein Ausgang an den Wochenenden, bis zum Ende des Schuljahres bist du entweder in der Schule oder zu Hause, sagte ich. Ach, fahr zur Hölle, sagte Sarah. Entweder richtest du dich nach den Regeln in dieser Familie oder du suchst dir eine andere Unterkunft. So einfach ist das. Sarah sah mir direkt in die Augen. Du kannst mich mal. Ich sah mich, wie ich buchstäblich durch das Zimmer flog, die Füße in der Luft, die Arme lang ausgestreckt. Im nächsten Moment landete ich auf Sarah und meine Fäuste schlugen wie Hämmer auf ihren Hinterkopf, ihren Nacken, ihre Schultern, jeden Teil ihres Körpers, den sie erreichen konnten. Sarah schrie, hob die Hände, um sich vor meinen Schlägen zu schützen, versuchte zu fliehen. Wir schrien und weinten beide, während ich sie unablässig mit beiden Fäusten bearbeitete. Hör auf, Mama schrie sie, hör doch auf! Entsetzt sprang ich zurück und starrte Sarah in das erschrockene, tränennasse Gesicht. Sarah, es tut mir so leid, begann ich. Du blöde Kuh, sagte sie. Ohne zu überlegen, holte ich aus und schlug ihr ins Gesicht so heftig, dass meine Handfläche brannte und das Geräusch des Schlags durch das ganze Haus schallte. Ich sah, wie ein Tränenstrom der Wut die Jahre von Sarahs Gesicht spülte. Aus dem Teenager wurde das Kind, dann der Säugling an meiner Brust. Ach, mein Baby, dachte ich, als sie sich zu ihrer vollen Amazonengröße aufrichtete und zurückschlug. Fassungslos starrte ich meine große Tochter an. Meine Wange brannte. Mein Inneres stand in Flammen. Wenn du mich noch einmal schlägst, sagte ich langsam und überraschend ruhig, hast du hier nichts mehr zu suchen. Du bist verrückt, schrie Sarah. Ist dir das klar? Du bist verrückt! Etwa um diese Zeit kam Larry mit meiner Mutter und Michelle nach Hause. Sie ist verrückt geworden, schrie Sarah, als Michelle meine Mutter ins Vestibül schob. Ich rufe die Polizei an. Ich rufe den Kinderschutzbund an. Irgendwie schaffte Larry es, uns alle in unsere Zimmer zu verfrachten, ganz wie der Ringrichter, der die Kontrahenten in ihre Ecken verweist. Nach einer Weile wurde es still im Haus und dunkel. Geht's dir besser? fragte Larry, als er später im Bett neben mir lag. Ich lag auf der Seite und starrte in den diffusen Mondschein, der durch die Vorhänge sickerte. Nein, sagte ich. So einfach war das. Du brauchst keine Schuldgefühle zu haben, sagte Larry in den folgenden Tagen häufig zu mir. Aber natürlich hatte ich Schuldgefühle. Wie wäre es anders möglich gewesen? Ich hatte mein eigenes Kind geschlagen, nicht einmal, sondern mehrmals. Wie hatte ich das tun können? Du hast ihr gezeigt, dass sie sich nicht alles erlauben kann, sagte Larry. Ich habe ihr nur gezeigt, dass ich mich nicht beherrschen kann. Man sagt nicht blöde Kuh zu seiner Mutter. Ich habe sie geschlagen. Sie hat zurückgeschlagen. Sonderbarerweise machte mir von allem, was an diesem Abend geschehen war, die Tatsache, dass Sarah mich georfeigt hatte, am wenigsten aus. Vielleicht, weil ich immer schon der Meinung war, dass man, wenn man jemanden schlägt, darauf gefasst sein muss, wiedergeschlagen zu werden. Meine Mutter hatte nie zurückgeschlagen. Ich bin nicht besser als mein Stiefvater, sagte ich zu Larry. Hör doch auf, dich deswegen fertig zu machen, sagte er. Ich bin Therapeutin, Herrgott nochmal. Ja, du bist Therapeutin, wiederholte er, und keine Heiliger. Ist denn je was Ähnliches vorgekommen? Nein, es ist ein einziges Mal passiert. Sie hat dich provoziert und du hast die Beherrschung verloren. War Gewalt übertragbar? Wurde sie von einer Generation an die nächste weitergegeben wie eine Erbkrankheit? Gab es kein Entkommen? Ich sagte für die nächsten beiden Tage alle Termine ab und blieb die meiste Zeit im Bett. Sarah tat, als existierte ich nicht. Sie ging zur Schule, kam nach Hause, blieb bis zum Abendessen im Arbeitszimmer, aß schweigend und ging nach dem Abendessen wieder ins Arbeitszimmer. Am nächsten Tag läutete es an der Tür. Es war Jolin. Bitte lass das auch nur ein Traum sein, flehte ich, während ich ihren konservativen dunkelblauen Hosenanzug und das zurückgebundene Haar registrierte. Ich bin inkognito, erklärte sie, mein Blick bemerkend. Die Reporter machen mich wahnsinnig. Na sowas, sagte ich. Was willst du hier, Jolin? Oh, oh, du bist sauer, ich höre es an deiner Stimme. Wie scharfsichtig von dir. Du kannst doch nicht überrascht sein, ich habe dir seit Monaten von meinen Heiratsplänen erzählt. Wie konntest du nur, fragte ich vorwurfsvoll. Ich liebe Colin, ich bin überzeugt, dass er unschuldig ist. Ich rede nicht von deinem unmöglichen Ehemann, schrie ich sie an. Ich spreche von meiner Tochter. Mensch, sei doch nicht so verbissen, Kate, ich habe eine Trauzeugin gebraucht. Du hast abgelehnt, also habe ich Sarah gefragt und sie war so nett, ja zu sagen. Es war doch ein erfreulicher Anlass, eine Hochzeit. Was willst du hier, Jolin? fragte ich wieder. Ich suche Mutter. Ich sah ins Wohnzimmer hinüber. Mutter saß noch genauso da, wie ich sie vor ein paar Stunden hingesetzt hatte. Sie hatte sich nicht gerührt, nicht einmal beim Klang von Jolins Stimme. Ich ging in die Küche und machte Kaffee. Woher das plötzliche Interesse an Mutter? Darf ich nicht interessiert sein? Ich zuckte die Achseln und sah schweigend zu, wie der Kaffee langsam in die Glaskanne tropfte. Na, willst du mich nicht fragen, wie es hinter dem Wasserkühler war? erkundigte sich Jolin ungeduldig. Nein. Ach, tu doch nicht so. Du platzt doch vor Neugier. Nein, du platzt vor Mitteilungsbedürfnis. Das ist ein Unterschied. Es war der reine Wahnsinn, sagte sie. Naja, nicht im technischen Sinn. Ich meine, es war ziemlich eng da hinten und wir mussten uns beeilen, aber das hat's irgendwie umso aufregender gemacht. Unter normalen Umständen ist Colin ein toller Liebhaber. Das hat man sofort gemerkt. Darf ich fragen, worüber du mit Mutter sprechen willst? Jolin spitzte die Lippen und schien über das Für und Wider einer offenen Antwort nachzudenken. Na ja, ich kann's dir ja sagen, da es ursprünglich sowieso deine Idee war. Meine Idee? Das mit dem Jurastudium. Was? Jolin richtete ihren Blick auf unsere Mutter. Meinst du, sie rückt die Kohle raus? Ich griff in den Schrank, nahm zwei Becher und füllte sie mit dem frischgebrauten Kaffee. Die Kohle wofür? Na, für die Studiengebühren und so. Ich reichte Jolin einen Becher und trang vorsichtig einen ersten Schluck. Das meiste ist verbraucht, versuchte ich zu erklären. Den Rest werden wahrscheinlich die Arztkosten auffressen. Das ist wieder typisch. Warum konnte sie nicht einfach sterben? Jolin! Was ist mit dir und Larry? Bitte? Du hast gesagt, ihr würdet mir das Geld leihen und ich könnte es später zurückzahlen, wenn ich verdiene. War das ernst gemeint? Ich zögerte. Ah ja, es war nur so dahingesagt, damit du dir hilfreich und gut vorkommen kannst, aber du denkst überhaupt nicht daran, es wirklich zu tun. Mir kommt das alles so unüberlegt vor, entgegnete ich. Ich verstehe nicht, was es da groß zu überlegen gibt. Du hast doch den Vorschlag gemacht, dass ich Jura studieren soll und jetzt setze ich ihn um. Ich werde mit Larry reden, sobald sich die richtige Gelegenheit bietet. Ach, was soll der Quatsch? Du weißt doch genau, dass ich die richtige Gelegenheit nie bieten wird. Im nächsten Moment war Jolin auf dem Weg zur Haustür. Ich verstehe das nicht, sagte sie, hilflos mit den Armen wedelnd. Sie knallte die Tür zu. Ich fahre vielleicht nächste Woche nach South Carolina, sagte Larry, als wir Seite an Seite im Bett lagen, ohne einander zu berühren, die Hände auf unseren Bäuchen gefaltet, den Blick zum Ventilator erhoben, der sich leise so rund über uns drehte. Um deine Mutter zu besuchen? Ja, und um Golf zu spielen, mein Bruder hat angerufen und mich für ein paar Tage eingeladen. Es tut dir bestimmt gut, meinte ich. Hast du mal über Jolins bitte nachgedacht? Hör zu, Kate, nach dem letzten Stückchen, das sich deine Schwester da erlaubt hat, denke ich überhaupt nicht daran, ihr so einen Geldbetrag zu geben. Es ist doch kein Geschenk, es ist ein Darlehen. Ja klar, als ob sie allen Ernstes ein fünfjähriges Studium durchziehen würde, als ob ich mein Geld wiedersehen würde. Natürlich wäre es ein Risiko, stimmte ich zu. Und im ersten Moment habe ich den Gedanken auch lächerlich gefunden, aber dann habe ich ein bisschen eingehender darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht doch nicht so absurd ist. Vielleicht hält sie diesmal wirklich durch. Außerdem habe ich ja den Vorschlag gemacht. Ich habe ihr die Idee in den Kopf gesetzt und sie überredet, es zu versuchen. Ich verstehe nicht, dass du dich so leicht einwickeln lässt. Sie schafft das jedes Mal bei dir. Erst bist du stocksauer auf sie und willst sie nie wiedersehen und im nächsten Moment bist du bereit, ihr dein letztes Hemd zu geben. Sie ist meine Schwester. Sie ist ein hoffnungsloser Fall und das war sie schon immer. Aber jetzt ist sie außerdem noch gefährlich. Gefährlich? Ja, gefährlich! Frauen, die sich mit Serienmördern einlassen, sind leichtsinnig. Frauen, die Serienmörder heiraten, sind verrückt. Und Frauen, die ihre minderjährigen Nichten in ihren Wahnsinn hineinziehen, sind gefährlich. Ich habe nur gedacht, wenn ich ihr irgendwie helfen könnte, ihr ist nicht zu helfen. Er setzte sich auf und beugte sich, auf einen Ellbogen gestützt über mich. Kate, du weißt doch so gut wie ich, dass man Menschen wie Jolin nicht aus dem Dreck ziehen kann. Sie können einen höchstens zu sich hinunterziehen. Er senkte den Kopf, um mich zu küssen. Ich drehte mich auf die Seite, das Gesicht zum Fenster. In einer Woche bist du mich los, sagte er traurig und legte sich wieder hin. Dann hast du ein paar Tage für dich und kannst dir in Ruhe überlegen, was du tun willst. Er sagte nicht, in welcher Hinsicht. Er brauchte es gar nicht. Wir wussten beide, wovon er sprach. Am nächsten Tag rief ich Robert an und berichtete ihm von Larrys Plänen. Wir verabredeten uns für den folgenden Samstag im Brikas. Wir würden ein Zimmer mit Blick aufs Meer nehmen. Der Brief kam wenige Minuten, nachdem Larry zum Flughafen gefahren war. Ich betrachtete ihn ein paar Sekunden lang, ohne ihn zu öffnen, wunderte mich über die fremde Handschrift, das Fehlen eines Absenders. Ich nahm ihn in die Küche und schnitt mich an den scharfen Papier, als ich den Umschlag aufriss. Ein wenig Blut tropfte auf das Papier. Jetzt ist es amtlich, liebe Katie, begann der Brief. Wir sind eine Familie. Mein Blick flog zum unteren Teil des weißen Blatts. Meine Hände zitterten, mein Herz raste. Alles, liebe Colin, stand da widerlich, klar und deutlich. Nein, rief ich laut, während ich, jetzt ist es amtlich, wir sind eine Familie, ein zweites Mal las und mich zwang, weiterzulesen. Ich muss sagen, ich finde das großartig. Wie dem auch sei, ich wollte sie nur wissen lassen, wie leid es mir getan hat, dass sie zur Hochzeit nicht kommen konnten. Aber Sarah hat ihnen alle Ehre gemacht. Sie haben wirklich eine hinreißende Tochter. Man könnte sagen, sie ist so süß wie die erste Erdbeere im Frühling. Tränen der Wut traten mir in die Augen. Ich wischte sie weg und las weiter. Ich weiß, sie haben nicht gerade einen Narren an mir gefressen, Kate, aber ich dafür an ihnen. Ich hoffe, ich kann es ihnen eines Tages beweisen. Inzwischen muss ich mich damit begnügen, an sie zu denken. Alles Liebe, Colin. Nein, 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 schrie ich immer lauter und zerriss den Brief in tausend Fetzen, die wie Konfetti zu Boden fielen. Zu spät wurde mir bewusst, wie dumm es war und ich versuchte, die Schnipsel wieder einzusammeln, doch dieses Unterfang gab ich gleich wieder auf. Das hast du wirklich toll gemacht, beschimpfte ich mich. Das war echt clever. Ich atmete einmal tief durch. Dieses Beweisstück hatte ich vernichtet, völlig sinnlos, die Polizei anzurufen. Stattdessen rief ich meine Schwester an. Du hast ihm einfach unsere Adresse gegeben, rief ich, sobald ich ihre Stimme hörte. Er hat gesagt, er wollte nochmal versuchen, sich mit dir zu versöhnen, erklärte Jolin. Was ist nur los mit dir, Kate? Er gibt sich solche Mühe. Kannst du ihm nicht wenigstens eine Chance geben? Ich legte auf. Sie rief sofort zurück. Weißt du inzwischen, ob du mir das Geld für das Studium leist? Fragte sie. Ich habe noch nicht mit Larry gesprochen, log ich. Warum nicht? Was war das für ein Gespräch? Er musste für ein paar Tage verreisen, er kommt Montag zurück, dann rede ich mit ihm. Montag ist es zu spät. Zu spät? Wieso? Diesmal legte sie auf. Typisch, sagte ich laut. Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass ich losfahren musste, wenn ich rechtzeitig in der Praxis sein sollte. Die Golfschläger, die ich Larry zu Weihnachten geschenkt hatte, standen wie ein stummer Vorwurf im Vestibül an der Wand. Er hatte seine alten Schläger mitgenommen. Die bringen mir mehr Glück, hatte er gesagt, ohne mir einen Abschiedskuss zu geben. Als ich abends zu Hause ankam, war ich total erschöpft und hatte einen ersten Anflug starker Kopfschmerzen. Ich wollte nur in einen heißen Jacuzzi und dann ins Bett. Das klapprige rote Auto stand mitten in unserer Auffahrt, sodass ich weder rechts noch links vorbeikam. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich setzte zurück und suchte mir einen Parkplatz auf der Straße. Jolin, ich mach das Abendessen, rief sie aus der Küche. In ihrer Stimme schwangen Töne von Wärme und Intimität. Wozu sind Familien da? schien sie zu fragen. Riecht gut. Ich straffte die Schultern und zwang mich weiterzugehen. Michelle war direkt hinter mir. Jolin stand vor dem Herd und rührte in einer großen Kasserolle mit Gemüse und kleinen Hühnerstücken. Sie hatte eine weiße Jeans an und einen losen, schwarzen Pulli mit V-Ausschnitt. Sarah, in Blue-Jeans und einem knappen Jeanshemd, stand neben ihr und achtete auf den Reis, der in einem anderen Topf kochte. Sobald sie mich sah, knallte sie den Deckel auf den Topf, drehte sich um und ging aus der Küche. Du hast den Tisch noch nicht gedeckt, rief Jolin ihr nach. Das mache ich später. Nein, jetzt bitte, entgegnete Jolin. Zu meinem Erstaunen machte Sarah kehrt und kam zurück. Jolin sah mich mit einem Lächeln an. Siehst du, wie leicht das geht, schien das Lächeln zu sagen. Soll ich sonst noch was tun, fragte Sarah ihre Tante, als wäre ich überhaupt nicht vorhanden. Im Moment nicht, danke. Dann kann ich jetzt gehen? Klar, ich ruf dich, wenn das Essen fertig ist. Sarah vermiet es, mich anzusehen, als sie hinausging. Michelle räusperte sich. Kann ich was helfen, fragte sie. Soll ich schon mal die Getränke einschenken oder den Reis umrühren? Du kannst deine Großmutter wecken, sagte Jolin. Sag ihr, dass das Essen in fünf Minuten fertig ist. Dann ist es doch besser, wenn ich sie erst in fünf Minuten wecke. Michelle wollte uns beide offensichtlich nicht miteinander allein lassen. Nein, sie braucht bestimmt fünf Minuten, um aufzustehen und ich lasse das Essen ihretwegen nicht verkochen. Also mach schon, weck sie auf. Ja, geh ruhig, sagte ich zu ihr. Die Platte? Ich holte eine große Platte aus dem Schrank und reichte sie meiner Schwester. Lieber hätte ich sie an den Schädel geschlagen. Was tust du eigentlich hier, Jolin? Ich mache Abendessen. Warum? Naja, das ist eben meine Art, mich zu entschuldigen. Ich hätte beinahe gelacht. Meine Schwester hatte eine seltsame Art, sich zu entschuldigen. Und das ist der einzige Grund, weshalb du hier bist? Sie zuckte die Achseln, als wäre das, was folgte, gänzlich unwichtig. Ich muss mit Mama reden. Worüber? Das Essen ist fertig, rief Jolin laut. Sie häufte Gemüse und Reis auf die Platte und stellte diese auf den Tisch. Was ist denn das? fragte meine Mutter, als Michelle sie hereinführte. Eine Party? Sie hatte ein blassroser Hemdblusenkleid an. Ihre grauen Locken waren vom Schlaf etwas flach gedrückt. Sie sieht richtig wie meine Mutter aus, dachte ich. Ja, Mama, antwortete Jolin, die Party ist für dich. Es riecht herrlich und es schmeckt noch besser, bemerkte Sarah, als Michelle meine Mutter half sich zu setzen. Ja, Kate ist eine großartige Köchin, meinte meine Mutter. Jolin klatschte meiner Mutter eine Riesenportion Eintopf auf den Teller. Ich habe das Essen gemacht, bemerkte sie. Ach wirklich? Bravo! Jolin hob ihr Glas Wasser. Ich möchte einen Toast ausbringen. Sie wartete. Ein Lächeln bildete sich auf ihren Lippen und gefrohr, während wir zu unseren Gläsern griffen. Auf neue Anfänge. Wir stießen alle miteinander an. Ist das eine Party? fragte meine Mutter. Ja, Großmama, antwortete Michelle. Es ist eine Party. Meine Mutter probierte vorsichtig von ihrem Essen. Es ist köstlich. Kate ist eine großartige Köchin. Jolin hat das Essen gemacht, Großmama, sagte Sarah. Natürlich, Kind. Der Rest der Mahlzeit verging im gnädigem Schweigen. Hinterher lobte meine Mutter mich für das hervorragende Essen. Es war eine wunderschöne Party. Die Party ist noch nicht vorüber, sagte Jolin, während Sarah und Michelle den Tisch abdeckten und das Geschirr in die Maschine räumten. Wir haben noch was Geschäftliches zu besprechen. Was Geschäftliches, Kind? Jolin, bitte. Halt dich da raus, Kate. Das geht dich nichts an. Du weißt doch genau, dass sie kein Wort von dem versteht, was du sagst, sagte ich. Na und? Jolin drehte den Stuhl, auf dem unsere Mutter saß, so dass sie ihr ins Gesicht sehen konnte. Mama, hör mal zu. Es ist keine große Sache. Ich brauche nur etwas Geld. Geld? Geld? du weißt schon, das üble grüne Zeug, das du seit Jahren hortest. Jolin, bitte. Halt die Klappe, Kate. Unsere Mutter sah mich verwirrt an. Das war ein köstliches Essen, Kate. Ich habe das Essen gemacht, sagte Jolin, beide Hände auf den Armlehnen des Stuhls, auf dem meine Mutter saß, ihr Gesicht dicht vor dem meiner Mutter. Du musst mir danken, nicht Kate. Kate ist eine großartige Köchin. Tränen der Wut trat Jolin in die Augen. Kate ist überhaupt ganz großartig, das wissen wir alle, aber um Kate geht es nicht. Also, weißt du noch, was ich eben gesagt habe? Natürlich, Kind, gut, das ist mir nämlich sehr wichtig. Ich habe mich entschlossen, noch einmal zu studieren und Juristin zu werden. Was sagst du dazu? Das ist sehr schön, Kind. Aber dafür brauche ich Geld. Leider habe ich selbst keins, darum bitte ich dich, es mir zu leihen. Meine Mutter lächelte. Es ist nicht sehr viel Geld. Fürs Erste reichen mir ein paar tausend Dollar. Fürs Erste? fragte ich scharf. Ich habe dir gesagt, du sollst dich da raushalten, Kate, warnte mich Jolin. Ich möchte jetzt wissen, was hier wirklich gespielt wird, Jolin, sagte ich. Das Essen war köstlich, Kate, bemerkte meine Mutter und ihr Blick huschte nervös von der einen ihrer Töchter zur anderen. Ich würde jetzt gerne in mein Zimmer gehen. Aber natürlich, Mama, sagte ich rasch. Michelle, würdest du Großmama helfen? Michelle, du bleibst, wo du bist, fuhr Jolin dazwischen. Großmama geht erst in ihr Zimmer, wenn das hier geklärt ist. Herrgott noch mal, wozu das alles? fragte ich. Sie versteht nicht, was los ist. Sie versteht eine ganze Menge. Stimmt's, Mama? Natürlich, Kind. Unsere Mutter rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl hin und her. Ich brauche nur zweitausend Dollar, Mama. Die kannst du doch entbehren. Ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Ist die Party vorbei? fragte meine Mutter. Die Party läuft auf vollen Touren, erklärte Jolin heftig, beinah verzweifelt. Ich glaube, keine von euch hat eine Ahnung, wie wichtig mir das ist. Es ist vielleicht meine letzte Chance. Denk doch mal, wie stolz du auf mich sein könntest, Mama. Du könntest allen deinen Freundinnen von deiner Tochter der Rechtsanwältin erzählen. Natürlich, Kind. Wenn du mir sagst, wo du dein Checkbuch versteckt hast, hole ich es. Mein Checkbuch, wiederholte meine Mutter und sah mich an. Wo ist es? In deiner Handtasche? Jolin war schon aufgesprungen und auf dem Weg zu Sarahs Zimmer. Worum geht's hier eigentlich? fragte Sarah argwöhnisch. Es war das erste Mal, dass sie nach unserer Auseinandersetzung das Wort an mich richtete. Das weiß ich auch nicht, antwortete ich. Jolin kehrte mit der Handtasche unserer Mutter zurück. Ich kann dein Checkbuch nicht finden, wo hast du es? Ich habe ihr Checkbuch, sagte ich und wappnete mich gegen den Wutausbruch, der unweigerlich folgen musste. Du hast es? Wieso? Was tust du damit? Es ist kein Geld da, Jolin. Es ist völlig sinnlos, deswegen zu streiten. Verdammt nochmal, wer hat dich denn zum Vormund bestellt? Können wir uns nicht alle ein bisschen beruhigen, warf Michelle zaghaft ein. Halt die Klappe, Michelle, das geht dich überhaupt nichts an. Sag du ihr nicht, sie soll die Klappe halten, fuhr Sarah sie an. Jolin warf die Arme hoch. Na wunderbar, geht nur alle auf mich los. Ich mache dir einen Vorschlag, sagte ich. Bring mir die Bewerbung, ich schreibe den Check für die Anmeldegebühr aus und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Hör auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Wieso behandle ich dich wie ein kleines Kind? Du willst die Bewerbung sehen, du willst den Check ausstellen, immer musst du über alles die Kontrolle haben. Sie fiel vor unserer Mutter auf die Knie. Bitte Mama, es ist so furchtbar peinlich für mich. Kannst du mir nicht einfach das Geld leihen? Zwing mich nicht zu betteln. Meine Mutter begann zu weinen. Das war eine schöne Party. Hör auf, Mama, sagte Jolin. Bitte hör auf. Sie kann nichts dafür, warf ich ein. Doch, sie kann. Jolin stand auf und begann vor dem Stuhl unserer Mutter auf- und abzugehen wie ein wütender Tiger in seinem Käfig. Das tust du mir nicht an, Mama. Diesmal kommst du damit nicht durch. Was soll das heißen, fragte ich. Was hat sie dir denn je angetan? Nichts, schrie Jolin. Sie tut absolut nichts. Stimmt's, Mama? Hab ich recht? Du tust gar nichts. Ich tue nichts, stimmte unsere Mutter. Wenn dein Mann nach Hause kommt und dich anbrüllt, tust du nichts. Wenn er dich prügelt und dir den Mund mit Seife auswäscht, tust du nichts. Nichts. Wenn er deine Kinder terrorisiert, tust du nichts. Ich tue nichts. Jolin, wozu alles jetzt wieder aufwärmen, flüsterte ich gequält. Weil sie nichts getan hat. Nie. In all den Jahren hat sie nie etwas getan. Und sie hat dafür bezahlt. Sie hat weiß Gott dafür bezahlt. Nein. Ich hab dafür bezahlt. Ich. Jetzt begann auch Jolin zu weinen. Was soll das heißen? Du warst sein Liebling. Er hat dich nie angerührt. Kaum waren die Worte über meine Lippen, da wusste ich schon, dass sie nicht stimmten. Oh nein, sagte ich. Bitte nein. Willkommen im wirklichen Leben, Frau Therapeutin, sagte meine Schwester. Ich habe nichts getan, sagte unsere Mutter und stand langsam auf. Ganz recht, Mama. Du hast nichts getan, wenn er abends in mein Zimmer gekommen ist, um mir einen gute Nachtkuss zu geben. Wenn er nachts aus deinem Bett gestiegen und zu mir ins Bett gekommen ist. Wenn er sonntags mit mir rausgefahren ist. Siehst du die Kühe da drüben? Hat er immer gesagt, wenn er mir die Hand zwischen die Beine geschoben hat. Wenn alle Kühe stehen, heißt das, dass es sonnig wird. Und wenn alle Kühe liegen, dann gibt es Regen. Oh Gott, flüsterte ich schwach. Ich fühlte mich wie innerlich ausgehöhlt. Ich hatte keine Ahnung. Nein, aber sie. Jolin sah meine Mutter an, deren Blick auf das hintere Fenster gerichtet war. Und sie hat nichts getan. Ich habe es nicht gewusst, flüsterte unsere Mutter. Ich habe es nicht gewusst. Erzähl mir nicht, dass du nichts gewusst hast, schrie meine Schwester. Du hast es genau gewusst. Du hast nur so getan, als wüsstest du es nicht. Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe es nicht gewusst. Wie konntest du das dulden? Wie konntest du zulassen, dass er mir diese furchtbaren Dinge antat? Du bist meine Mutter. Du hättest dich um mich kümmern müssen. Du hättest mich beschützen müssen. Er war immer so lieb zu dir, sagte unsere Mutter weinend. So zärtlich. Oh ja, so zärtlich. Ich war neidisch. Ich habe oft gedacht, wenn er zu mir auch so lieb wäre, so sanft. Du hast es gewusst, beharrte Julien. Versuch bloß nicht, mir weiszumachen. Du hättest es nicht gewusst. Erst als du 13 warst, ist mir der Verdacht gekommen, dass da was sein könnte. Und was hatte ich zum ersten Mal auf die Idee gebracht, Mama? Meine ständigen Albträume? Meine schlechten Noten? Das Blut auf meinem Bett lagen? Ein Moment war toten Stille. Sarah nahm Michelle in den Arm und zog sie an sich. Es war der Blick, mit dem er dich angesehen hat, sagte unsere Mutter schließlich. Du hast dich gebückt, weil du was aufheben wolltest. Ich habe den Blick in seinen Augen gesehen und mit einem Schlag alles gewusst. Am nächsten Tag habe ich ihn verlassen. Da war es zu spät. Julien wischte sich die Nase mit dem Handrücken. Es war zu spät. Unsere Mutter sank auf ihrem Stuhl zusammen und nahm den Kopf in die Hände. Aber du hast ihn doch besucht, erinnerte ich meine Schwester. Als er krank wurde, hast du ihn im Krankenhaus besucht. Du hast geweint, als er gestorben ist. Er war mein Vater, sagte Julien. Und dann sagte keiner mehr ein Wort. In dieser Nacht fuhr ich in meinem Bett in die Höhe. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich war schweißgebadet. Im nächsten Moment lag ich auf den Knien vor der Toilette im Badezimmer und übergab mich. Du dreckiges Schwein, flüsterte ich wütend. Du gemeines, dreckiges Schwein. Wieso hatte ich nichts gemerkt? Wieso hatte ich nichts geahnt? Seit Jahren hatte meine Schwester immer wieder Andeutungen gemacht. Die Einzelteile waren alle vorhanden. Ich hätte sie nur sammeln und zu einem Zusammenhängen den Ganzen anordnen müssen. War ich blind gewesen oder nur dumm? Und wie war das mit meiner Mutter? Hatte sie es die ganze Zeit gewusst? Wie Julien ihr vorgeworfen hatte oder war sie gegangen, sobald sie ein Verdacht hatte? Es hatte mehr als eine Stunde gedauert, ehe alle sich beruhigt hatten, nachdem Julien weinend aus dem Haus gestürzt war, so unsicher auf den Beinen, dass sie jeden Moment zu fallen drohte. Bitte bleib, bat ich, neben ihrem Wagen stehend. Du kannst in meinem Bett schlafen. Bitte, Julien. Du solltest jetzt nicht Auto fahren. Es ist besser, wenn du jetzt nicht alleine bist. Statt einer Antwort verriegelte sie die Wagentüren und raste im Rückwärtsgang hinaus auf die dunkle Straße, wo sie beinahe mein geparktes Auto gerammt hätte. Zehn Minuten später versuchte ich sie anzurufen, aber nur der Anrufbeantworter meldete sich. Hallo, hier spricht Julien, gurte ihre Stimme. Schütten Sie mir ruhig ihr Herz aus. Ich liebe dich, sagte ich. Bitte ruf mich an, sobald du zu Hause bist. Zehn Minuten später rief ich noch einmal an und unterließ eine zweite Nachricht. Danach versuchte ich es alle zehn Minuten. Erst nach Mitternacht gab ich auf. Es war offensichtlich, dass sie nicht mit mir sprechen wollte. Was gab es auch noch zu sagen? Hast du was von Julien? gehört, fragte Sarah, die in mein Badezimmer kam, als ich mir am nächsten Mittag mit meinem neu gekauften korallenroten Lippenstift den Mund anmalte. Ich fuhr zusammen. Der Lippenstift fiel herunter und hinterließ einen großen hellroten Fleck auf dem mandelfarbenden Marmor des Schminktischs. Orange wie die Hemden im Todestrakt, dachte ich und wischte hastig mit einem feuchten Tuch den Fleck weg. Dann warf ich den Lippenstift in meine Handtasche und bemühte mich, ruhig und sachlich zu erscheinen. Nein, sie hat sich nicht gemeldet. Was willst du tun? Was kann ich tun? Sarah lehnte sich achselzuckend an die Wand. Sie trug abgeschnittene Jeans und eine der losen indischen Blusen, die sie früher mit Vorliebe angezogen hatte. Ich muss gleich weg, sagte ich, entschlossen, den Rest des Nachmittags nicht an meine Schwester zu denken. Sie würde schon wieder auftauchen, wenn sie sich beruhigt hatte. Das war immer so gewesen. Du siehst gut aus. Danke. Ich versuchte mir, meine Überraschung über das Kompliment nicht anmerken zu lassen und fragte mich im Stillen, ob Sarah irgendwie durch meinen beigefarbenen Armani-Hosenanzug und die helle Seidenbluse hindurch den Büstenhalter und das Höschen in zartrosa Spitze sehen konnte. Wohin gehst du? fragte sie. Ich will mir ein paar Heime für Großmama ansehen, log ich und verachtete mich dafür. Ich dachte, das wolltest du morgen tun. Morgen auch, sagte ich. Seit Monaten hatten wir nicht so viel miteinander gesprochen. Ich fragte mich, wieso dieses Gespräch ausgerechnet jetzt zustande kam. Glaubst du, dass du was findest? Ich hoffe es. Meine Absätze klapperten auf den Fliesen, als ich aus dem Badezimmer ging. Wann kommst du zurück? fragte sie. Bald. In zwei, drei Stunden. Vielleicht auch früher, antwortete ich. Vielleicht auch später, dachte ich. Bleib nicht zu lange weg, sagte sie, als ich in meinen Wagen stieg. Zwanzig Minuten später tauchten die beiden Türme des Breaker's Golf und Beach Club vor mir auf. Ich war früh dran, das wusste ich, ohne auf meine Uhr zu sehen. Robert würde noch nicht hier sein, dennoch sah ich mich verstohlen um, sorgsam darauf bedacht, mit keinem der vielen anderen Hotelbesucher Blickkontakt aufzunehmen. Larry und ich hatten hier in dem großen Speisesaal einmal zu Abend gegessen, kurz nach unserem Umzug nach Palm Beach. Wir hatten gelegentlich davon gesprochen, uns einmal über ein Wochenende im Hotel einzumieten. Aber wir hatten es nie getan. Und jetzt wollte ich mich hier mit einem anderen Mann einmieten. Ich setzte mich in einen Sessel, der halb hinter einer üppigen Hortensienstaude verborgen war. Die leuchtend-rosafarbenen Blüten sprangen mir beinahe in den Schoß. Wie würden die Konsequenzen einer Affäre mit Robert aussehen? Musste es überhaupt welche geben? Selbstbewusst und sicher kam er durch die Tür, lässig die Arme schwingend. Er trug eine dunkelblaue Hose und ein weißes Polohemd, das seinen beeindruckend muskulösen Körper betonte. Das Haar fiel ihm jungenhaft in die Stirn. Die Lippen waren zu einem natürlichen Lächeln gekräuset. Konnte ein Mensch schöner sein? War es möglich, einen Mann so heftig zu begehren und so wenig zu mögen? Mir verschlug es einen Moment den Atem, als die Wahrheit dieses beiläufigen Gedankens mich wie ein Faustschlag in den Magen traf. Die Wahrheit war, dass ich Robert nicht sonderlich mochte und dass ich ihn nie gemocht hatte und eben dies der Grund, war, weshalb ich vor 30 Jahren nicht mit ihm geschlafen hatte und weshalb ich jetzt nicht mit ihm schlafen konnte. Selbstsicher schritt Robert durch das Foyer, den Blick gerade ausgerichtet, weder nach rechts noch links schweifend. Er sah mich nicht. Es überraschte mich nicht. Ich war unsichtbar für Robert, war immer unsichtbar für ihn gewesen. Wie konnte man auch einen anderen sehen, wenn man beim Blick in die Augen des anderen immer nur das eigene, herrliche Bild sah? Das war die Wahrheit. Das war die Realität. Ich beobachtete, wie Robert mit dem Mann am Empfang sprach und sich dann flüchtig in der großen Hotelhalle umsah. Steh auf, befahl ich mir. Steh auf und zeig dich, sag ihm, dass du es dir anders überlegt hast. Stattdessen kroch ich tiefer in den Sessel hinter der Topfpflanze, obwohl ich wusste, wie kindisch das war, dass ich ihm, auch wenn ich nicht mit ihm hinaufging, wenigstens die Höflichkeit einer Erklärung schuldete. Aber irgendetwas hielt mich in meinem Sessel fest, als hätte ich dort Wurzeln geschlagen, denn trotz meiner jüngsten Erleuchtung und neu gefundenen Entschlossenheit wusste ich, wenn ich diesen Sessel verließ, wenn ich Robert gegenüber trat, dann wäre ich verloren. Ich hätte keine Chance gegen ihn. Darum blieb ich in dem Sessel hinter der üppigen Hortensie und beobachtete, wie der Mann, der nun niemals mein Liebhaber werden würde, die Anmeldung unterschrieb, den Zimmerschlüssel entgegennahm und mit einem selbstsicheren Lächeln zu den Aufzügen ging. Und dann rannte ich zum Hotelang, als wäre der Teufel hinter mir her, als ginge es um Leben und Tod. Und vielleicht war es ja auch so. Sobald ich zu Hause war, rief ich bei Jolene an. Immer noch meldete sich nur der Anrufbeantworter. Ich versuchte es in dem Motel in Starkey, in dem sie gewöhnlich an den Wochenenden abstieg. Der Manager teilte mir mit, er habe Jolene schon seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen und legte auf, ehe ich ihn nach Namen anderer Motels in der Gegend fragen konnte. Ich überlegte, ob ich die Polizei anrufen sollte oder vielleicht im Gefängnis, aber ließ dann beides. Was wollte ich denn sagen? Was konnten sie schon tun? Sie hat wohl nicht angerufen? fragte ich meine Töchter. Sie schüttelten die Köpfe. Ich dachte an Robert, fragte mich, ob er immer noch im Hotel saß und auf mich wartete, ob er vielleicht Champagner bestellt hatte, ob er langsam ungeduldig wurde, verdrießlich, ärgerlich. Hat sonst noch jemand angerufen? fragte ich. Wer denn zum Beispiel? fragte Sarah. Ich weiß auch nicht. Mir fiel auf, dass sie sich die Haare gewaschen und sich umgezogen hatte. Sie trug eine überraschend schicke beige Hose und einen passenden Pulli dazu. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Warum nicht? Sie versuchte sehr, die Gleichgültige zu spielen und es wäre ihr auch fast gelungen. Und du, Michelle, hast du Lust auf Kino? Ich kann nicht, antwortete sie. Ich gehe doch zu Brooke. Ach ja, richtig, das hatte ich vergessen. Ich sah mich um. Wo ist Großmama? Schläft sie? Hallo, Schatz, sagte meine Mutter, als hätte sie in den Kulissen gestanden und nur auf das Stichwort für ihren Auftritt gewartet. Mit der Handtasche unter dem Arm kam sie in die Küche. Hab ich richtig gehört? Wir gehen ins Kino. Sarah wählte einen sehr populären Film aus und das Kino war fast voll, obwohl es die Nachmittagsvorstellung war und draußen die Sonne schien. Wir fanden ziemlich weit vorn noch drei Plätze. Ist dir das recht so, Mama? fragte ich. Sie sagte nichts. Sie hatte, seit wir das Haus verlassen hatten, nicht ein Wort gesprochen. War sie auch so still, während ich weg war? Sarah nickte. Nur ab und zu hat sie plötzlich geschrien. Sie hat geschrien? Ja, ab und zu. Schst, zischte jemand, als es im Saal dunkel wurde. Das erste Mal schrie sie während der Vorschau. Es war ein durchdringendes Heulen, ähnlich dem einer Sirene, und es erschreckte mich fast zu Tode, ganz zu schweigen von den Leuten um uns herum, die alle von ihren Sitzen in die Höhe fuhren. Mama, geht's dir gut? Sie starrte mit aufgerissenen Augen zur Leinwand und gab keine Antwort. Das nächste Mal schrie sie ungefähr zehn Minuten nach Beginn des Hauptfilms. Wieder sprang die Leute um uns herum aus ihren Sitzen auf, während in den weiter entfernten Reihen gekichert und zornig gezischt wurde. Zwei Leute am Ende unserer Reihe standen auf und setzten sich woanders hin. Bitte entschuldigen Sie, flüsterte ich in die Dunkelheit. Es tut mir wirklich leid. Mama, was ist denn los? Tut dir was weh? Möchtest du gehen? Schst, zischte jemand laut. Meine Mutter sagte nichts. Sie lehnte sich in ihrem Sitz zurück, scheinbar ganz ruhig, als wären die bösen Geister nun ausgetrieben. Ich versuchte, mich zu entspannen, auf das zu achten, was auf der Leinwand geschah, aber es gelang mir nicht. Ständig wartete ich auf den nächsten Schrei, innerlich darauf gefasst, meine Mutter sofort aus dem Saal zu bringen, wenn es wieder losging. Aber es wiederholte sich nicht. Sie nickte ein und erwachte erst, als der Abspann lief. Wie geht's dir? fragte ich sie, als die Lichter anging. Glänzend, antwortete sie. Wenigstens hatte sie mich von Robert abgelenkt. Das wurde mir klar, als wir zum Ausgang gingen. Ich überlegte, wie lange er wohl im Hotel gewartet hatte. Wir gingen in ein kleines italienisches Restaurant in der Nähe. Es war hell erleuchtet und in den italienischen Nationalfarben ausgestattet. Rot, weiß und grün. Wir bestellten eine große Pizza mit allem und dazu einen gemischten Salat mit Gorgonzola-Soße. Und hast du ein Heim für Großmama gefunden? fragte Sarah, während wir auf unser Essen warteten. Was? Ich starrte durch das Fenster hinaus zum Parkplatz. Ich hab gefragt, ob du was für Großmama gefunden hast. Nein, ich sah die fremde Frau mir gegenüber an, die einmal meine Mutter gewesen war. Im grellen Licht des kleinen Raumes war die Leere ihrer Augen unübersehbar und die harten Schatten verliehen ihren Zügen etwas Gespenstisches. Sarah biss von ihrem Stück Pizza ab. Käse und Tomatensauce tropften auf den Teller. Wie hat dir der Film gefallen, Großmama? Ich habe es nicht gewusst, antwortete meine Mutter mit furchtsamem Blick. Du weißt nicht, ob dir der Film gefallen hat? Ich habe es nicht gewusst, wiederholte meine Mutter. Sie ließ ihre Pizza fallen und krabschte mit beiden Händen in die Luft. Ich beugte mich über den Tisch, umfasste die Hände meiner Mutter und zog sie herunter. Es ist gut, Mama. Es ist alles gut jetzt. Was ist denn los? fragte Sarah. Ich habe versucht, dich zu schützen, sagte meine Mutter. Ich habe immer versucht, dich zu schützen. Sie stand halb von ihrem Stuhl auf. Das weiß ich, Mama. Es ist die Aufgabe einer Mutter, ihr Kind zu beschützen. Es ist ja gut, Mama. Es ist alles gut. Niemals hätte ich zugelassen, dass jemand meinen Kindern was antut. Das weiß ich, Mama. Bitte setz dich wieder. Komm, setz dich wieder hin. Ich zog sie wieder auf ihren Stuhl. Ich habe Angst, sagte Sarah. Du brauchst keine Angst zu haben, Schatz. Großmama ist nur ein bisschen durcheinander. Du brauchst keine Angst zu haben, Jolin, flüsterte meine Mutter und hob die Hand, um Sarahs Wange zu streicheln. Mami ist ja da. Ich beschütze dich. Nach dem Essen führten wir meine Mutter zum Wagen und setzten sie auf den Rücksitz. Sobald ich den Motor anließ, ging das Radio an und berieselte uns mit Countrymusik. Wie kannst du nur diesen Mist anhören, fragte Sarah und schaltete die einzelnen Sender durch, hier ein Trellern, dort ein Akkord, alles schon wieder verklungen, ehe ich es aufnehmen konnte. Ist ja egal, dachte ich und schnappte ein paar abgerissene Worte auf. Er entkam offenbar. Sarah schaltete schon zum nächsten Sender. Warte mal, was war das? Es dauerte ein paar Sekunden, ehe sie die Nachrichtensendung gefunden hatte. Ein dramatischer Gefängnisausbruch ereignete sich heute in der staatlichen Strafvollzugsanstalt von Florida in Rayford. Colin Friendly, der wegen Mordes an 13 Frauen zum Tode verurteilt wurde und verdächtigt ist, weitere Frauen getötet zu haben, gelang der Ausbruch, als er in eine benachbarte Anstalt verlegt werden sollte. Oh Gott! Die zuständigen Behörden gaben sich auf Fragen über den genauen Ablauf der Ereignisse zugeknöpft, aber offenbar hat der berüchtigte Todeskandidat seinen dreisten Ausbruch am helllichten Tag mithilfe seiner Frau, der früheren JoLynn Baker aus Palm Beach bewerkstelligt. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. JoLynn hat ihm geholfen auszubrechen? fragte Sarah ungläubig. Offenbar gelang es Colin Friendly, einen seiner Wächter mit einem Messer zu überwältigen, das in das Gefängnis eingeschmuggelt worden war. Die Polizei hat die Großfahndung nach dem Fluchtwagen eingeleitet, einem roten 1987er Toyota mit dem Kennzeichen YZT642, der der Ehefrau des Mörders gehört. Wenn Sie diesen Wagen sehen, sollten Sie sich sofort mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Keinesfalls sollten Sie eigenmächtige Maßnahmen ergreifen. Colin Friendly ist bewaffnet und gilt als äußerst gefährlich. Ich verstehe das nicht, sagte Sarah. Weshalb sollte JoLynn so was tun? Weil sie völlig wahnsinnig ist, schrie ich und schlug mit der Faust aufs Lenkrad. Auf dem Rücksitz begann meine Mutter zu schreien. Sobald wir zu Hause waren, rief ich bei Brooke an und verlangte Michelle. Ich wollte ihr sagen, sie solle ein Taxi nach Hause nehmen oder, noch besser, bei Brooke übernachten. Sie ist nicht hier, erklärte Brooks Bruder neselnd und gelangweilt. Sie haben was von einer Party gesagt. Und wo ist die Party? Bei wem? Keine Ahnung. Ich legte auf, unschlüssig, was ich jetzt tun sollte. Mach dir keine Sorgen, Mama, sagte Sarah. Du kennst doch Michelle. Sie kommt bestimmt pünktlich um Mitternacht nach Hause. Ich sah auf meine Uhr. Es war gerade acht. Noch fast vier Stunden bis Mitternacht. Ob ich es so lange aushalten konnte? Warum bist du so unruhig? fragte Sarah mit einem ersten Anflug von Furcht in den Augen. Ich würde mich einfach wohler fühlen, wenn ich wüsste, wo sie ist. Meine Mutter begann zu weinen. Sie schwankte unsicher von einer Seite zur anderen. Ich möchte gern nach Hause, sagte sie. Beruhige dich, Mama. Es ist alles in Ordnung. Ich bat Sarah, ihre Großmutter zu Bett zu bringen und bei ihr zu bleiben, bis sie eingeschlafen war. Dann ging ich ins Schlafzimmer und rief die Polizei an. Mein Name ist Kate Sinclair, sagte ich leise, um nicht von Sarah gehört zu werden. Entschuldigen Sie, antwortete der Beamte am Telefon. Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich wiederholte meinen Namen etwas lauter und buchstabierte ihn. Meine Schwester ist JoLynn Baker, fuhr ich fort. JoLynn Friendly, verbesserte ich mich sofort. Ihre Schwester ist JoLynn Friendly? Unterdrücktes Gelächter in seiner Stimme verriet mir, dass er mir nicht glaubte. Ja, und ich habe Angst, dass Colin Friendly hierher kommt. Und wo ist das? Wieder dieser amüsierte Unterton. Ich gab ihm meine Adresse. Und wie kommen Sie darauf, dass Colin Friendly nach Palm Beach kommen könnte? Ich berichtete ihm von Collins Anruf und Brief. Haben Sie das der Polizei erzählt? fragte der Beamte. Nein, es wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Ich, haben Sie den Brief noch? Den habe ich zerrissen, bekannte ich verlegen. Können Sie einen Moment am Apparat bleiben? Er klingte sich aus, ehe ich Einwände erheben konnte. Ich nahm die Fernbedienung und schaltete den Fernsehapparat ein. Prompt erschien Colin Friendlys Mördergesicht auf dem Bildschirm und wurde dann von Aufnahmen meiner Schwester im Gerichtssaal abgelöst. Wo seid ihr? zischte ich. Wo zum Teufel seid ihr? Der Polizeibeamte meldete sich wieder. Wir schicken Ihnen jemand vorbei, sagte er. Um ein Uhr morgens saß ich immer noch vor dem Fernseher, starrte in Colin Friendlys mordlustig lächelndes Gesicht und hörte mir Berichte über seine Gräueltaten an. Die Polizei war da gewesen und wieder gegangen und Michelle war immer noch nicht zu Hause. Um halb zwei rannte ich rastlos im Wohnzimmer hin und her und überlegte, ob ich Larry anrufen sollte. Um zwei war ich in Tränen aufgelöst und dachte daran, noch einmal bei der Polizei anzurufen. Sie hatten mir versprochen, die Umgebung zu überwachen, obwohl sie überzeugt waren, dass Colin Friendly auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung war. Bisher hatte ich nicht einen Streifenwagen vorbeifahren sehen. Um halb drei, als ich endlich Michelles Schlüssel in der Haustür hörte, war ich so fertig, dass ich nicht wusste, ob ich sie in die Arme schließen oder anschreien sollte. Ich tat beides. Ich rannte ihr mit ausgestreckten Armen und völlig verheultem Gesicht entgegen. Wo zum Teufel bist du so lange gewesen? Ich drückte sie so fest an mich, dass sie nicht antworten konnte. Ist dir klar, wie spät es ist? Sie begann sofort zu jammern. Es tut mir so leid, Mama. Wir waren auf einer Party und ich musste warten, bis mich jemand mitgenommen hat. Du hättest ein Taxi nehmen können oder mich anrufen können. Ich hätte dich abgeholt. Es war so spät. Ich dachte, du schläfst schon. Ich wollte dich nicht wecken. Kannst du dir eigentlich vorstellen, was für Angst ich um dich gehabt habe? Es tut mir leid, Mama, wirklich. Es ist halb drei Uhr morgens. Es kommt bestimmt nie wieder vor. Geh zu Bett, sagte ich. Wir reden morgen. Es tut mir wirklich leid, Mama. Ich weiß. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Noch einmal drückte ich sie fest an mich. So, und jetzt geh schlafen. Ich sah ihr nach, als sie davon ging. Dann holte ich mir ein Glas Eiswasser. Durch das Küchenfenster blickte ich hinaus zu den Sternen am dunklen Himmel, suchte den hellsten und sprach einen Wunsch aus. Ich wünsche mir, dass alles wieder normal wird, sagte ich und ging ins Wohnzimmer zurück, an der Frühstücksnische vorbei, die weniger als acht Stunden später in Blut schwimmen würde. Überraschenderweise schlief ich sehr gut. Nichts störte meinen Schlaf, keine Träume, keine nächtlichen Geräusche, kein blindes Erwachen, keine quälenden Gedanken über falsche Entscheidungen oder schlimme Erinnerungen. Als ich am nächsten Morgen die Augen öffnete, war es acht Uhr und die Sonne schien durch die Vorhänge. Und wieder ein Tag im Paradies, sagte ich, schwang die Beine aus dem Bett und ging ins Bad. Während ich duschte, mich ankleidete und mit meinem Haar herum experimentierte, bis es nicht mehr wollte und nur noch strähnig herabhing, verdrängte ich erfolgreich alle düsteren Gedanken. Nur widerwillig verließ ich schließlich das schützende Gehäuse meines Schlafzimmers und trat in den Flur hinaus, die Hände über meiner Brust gekreuzt, als müsste ich mein Herz schützen. Ich starrte die Haustür an. Auf der anderen Seite wartete die Morgenzeitung, von deren erster Seite mir zweifellos das Gesicht meiner Schwester entgegenblicken würde. Ich schloss die Augen und wandte mich von der Tür ab. Nicht bevor ich einen Kaffee getrunken habe, sagte ich laut und streckte die Arme aus, als könnte ich so die Realität auf Abstand halten. Ich sah zum Fernsehapparat hinüber. Vielleicht waren meine Schwester und Colin Friendly bereits geschnappt worden. Wie lange konnten sie sich versteckt halten? Sie waren nicht gerade das unauffälligste Paar und hätten auch Aufmerksamkeit erregt, wenn ihre Gesichter nicht monatelang die Titelblätter der Zeitungen und Boulevardblätter geziert hätten. Jolins klappriger alter Toyota war kaum das ideale Fluchtfahrzeug. Bestimmt hatte inzwischen jemand sie gesehen. Aber ich schaltete den Fernseher nicht ein, ganz egal, welche Neuigkeiten es gebe. Sie würden nicht gut sein. Stattdessen griff ich nach einer Kaffeetasse, nahm eine mit einem rosa Flamingo drauf, unter dem in schwarzer Schrift Beautiful Palm Beach stand und goss mir von dem dampfenden Kaffee ein. Mensch, entspann dich, sagte ich laut. Der Tag hat noch gar nicht angefangen. Mit wem redest du? fragte jemand hinter mir und ich fuhr zusammen. Der Kaffee schwappte aus der Tasse wie Lava aus einem Vulkan. Er verbrannte mir die Hände und rang heiß durch mein gelbes T-Shirt. Der braune Fleck, der zurückblieb, hatte eine unangenehme Ähnlichkeit mit getrocknetem Blut. Geht's dir nicht gut? rief Sarah und lief zu mir. Sie nahm mir die Tasse aus den Händen und stellte sie auf den Tisch. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Sarah rannte in die Küche, holte einen feuchten Lappen und tupfte mein T-Shirt ab. Es tut mir wirklich leid, sagte sie wieder und ich sah die Tränen, die sich in ihren Augen sammelten. Ist ja gut, Sarah. Mir fehlt nichts. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Es tut mir so leid. Ich sah ihr in das schöne Gesicht. Ich wusste, dass sie sich für mehr entschuldigte als den vergossenen Kaffee. Ich weiß, sagte ich. Mir tut es auch leid. Ich weiß nicht, was manchmal in mich fährt. Ich werde einfach so wütend. Ich sagte nichts. Ich hab dich lieb, sagte sie. Ich dich auch. Wirklich? fragte sie. Wirklich. Sarah biss sich auf die zitternde Unterlippe. Wie kannst du mich lieb haben, wo ich doch so unmöglich bin? Du bist nicht unmöglich, Sarah. Aber Michelle fühlt sich nie so auf wie ich. Michelle ist eben anders. Sarah versuchte zu lächeln, aber es gelang ihr nicht. Gibt es was Neues von Jolin? Ich schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, es zu hören. Sarah nahm die Fernbedienung vom Tisch und schaltete den Fernseher ein. Sie orgelte mehrere Sonntagmorgenpredigten durch, ehe sie auf eine Nachrichtensendung stieß. Plötzlich starrte ich auf einen klapprigen alten roten Toyota, der vor einem schäbigen Motel stand und von Horden von Polizeibeamten umgeben war. Mein Gott, sagte ich atemlos und beugte mich vor. Wie die Polizei berichtet, wurde das Fahrzeug, von dem man glaubt, dass es bei der Flucht Colin Friendlys gestern Nachmittag aus dem Gefängnis benutzt wurde, inzwischen gefunden, begann der Sprecher. Der rote Toyota, Baujahr 87, der vermutlich Jolin Baker, der Ehefrau des verurteilten Serienmörders gehört, wurde in einem Waldstück in der Nähe eines Motels am Stadtrand von Jacksonville, Florida, heute Morgen sichergestellt. Jacksonville? fragte Sarah, meine Gedanken wiedergebend. Sie sind nur bis Jacksonville gekommen? Soeben wird gemeldet, fuhr der Sprecher fort, unfähig seine Erregung zu verbergen, soeben wird gemeldet, dass die Polizei in dem Waldstück hinter dem Motel in Jacksonville eine männliche Leiche gefunden hat. Es wird angenommen, dass es sich um Colin Friendly handelt. Mein Gott, was ist mit Jolin? fragte Sarah. Wir werden weiterberichten. Nun zu den... Er ist tot? fragte Sarah. Colin Friendly ist tot? Ich kann es nicht glauben. Was ist denn passiert? rief Michelle, die sauber gekleidet in Shorts und T-Shirt ins Zimmer kam. Colin Friendly ist tot und niemand weiß, was mit Jolin ist, berichtete ihr Sarah. Was? Vielleicht steht was in der Morgenzeitung, meinte Sarah. Wo ist sie? Sie ist noch draußen. Ich hole sie. Sarah lief schon zur Haustür. Das Telefon läutete. Michelle rannte in die Küche, um abzunehmen. Es war Larry. Du hast es gehört? fragte er, nachdem Michelle mir den Hörer gereicht hatte. Eben, ja, in die Nachrichten. Weiß man etwas über Jolin? Nein, nichts. Okay, hör zu. Ich fliege jetzt sofort zurück. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Beeil dich, sagte ich nur. Colin Friendly ist tot? wiederholte Michelle. Anscheinend. Gut. Die Haustür wurde geöffnet und geschlossen. Was steht in der Zeitung? rief Michelle. Sarah antwortete nicht. Ist die Zeitung nicht gekommen? fragte ich und bog um die Ecke zur Frühstücksnische. Was ich dann sah, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Meine große Tochter, ein weißem T-Shirt und schmuddeligen Shorts, die Zeitung in der schlaff herabhängenden Hand, die vom Weinen verquollenden Augen unter dem mehrfarbigen Haar weit aufgerissen und Tränen nass, der Mund geöffnet, der Kopf weit zurückgebogen, an ihrem Hals, ein langes Messer mit gezackter Klinge. Oh, die Zeitung ist schon gekommen, sagte Colin Friendly. Sein lachendes Gesicht war an Sarahs tränenfeuchte Wange gedrückt. Einen Arm hatte er um ihre Taille gelegt, den anderen um ihren Hals geschlungen. Das Messer in seiner Hand lag genau an ihrer Halsschlagader. Aber sie wissen ja, wie das mit der Presse ist. Man kann sich wirklich nicht auf das verlassen, was sie melden. Ein Moment lang kam alles zum Stillstand. Das Brummen des Kühlschranks, das Zwitschern der Vögel im Garten, das Blut, das durch meine Adern ran, sogar mein Atem. In der künstlichen Stille nahm ich Colin Friendlys auffallend blaue Augen war, sein welliges Haar und das höhnische Lächeln, das merkwürdig konservative blaue Hemd und die schwarze Leinhose, die lose um seinen drahtigen Körper hing, die kräftigen Hände, die langen, schlanken Finger, die den schwarzen Griff des langen Messers hielten, dessen gezähnte Klinge an den zarten Hals meiner Tochter gedrückt war. Wer ist da? fragte Michelle aus der Küche und kam in die Frühstücksnische. Beim Anblick des albtraumhaften Bildes erstarrte sie, aber nur einen Moment, dann stürzte sie zur Schiebetür, die vom Wohnzimmer in den Garten führte. Hier geblieben, rief Colin Friendly, sonst schneide ich ihr jetzt gleich die Kehle durch. Michelle blieb abrupt stehen. Braves Mädchen, sagte Friendly. So und jetzt komm schön hierher, geh zu deiner Mama, so ist's brav. Michelle kam langsam auf mich zu. Sie bewegte ihre Füße so schwerfällig, als wartete sie durch Schlamm. Ich packte sie und zog sie an mich. Sprechen konnte ich nicht. Der Anblick meiner älteren Tochter mit einem Messer am Hals machte mich so hilflos, als wäre ich gefesselt und geknebelt. Wo war die Polizei? War es möglich, dass die Beamten im Streifenwagen Colin Friendly bemerkt hatten, als er sich im Gebüsch versteckt hatte und vielleicht in diesem Moment Verstärkung anforderten? Wir haben gedacht, sie wären tot, sagte Michelle zu Colin Friendly. Er lachte. Tja, das hatte ich gehofft. Sarah schrie auf. Neue Tränen schossen ihr aus den Augen. Bitte lassen Sie sie los, sagte ich, endlich meine Stimme wiederfindend. Sie klang dünn und ängstlich. Sie loslassen, fragte er ungläubig. Kommt nicht in Frage. Sie ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Es tut mir leid, Mama, sagte Sarah weinend, doch ihre Lippen bewegten sich nicht. Friendly packte sie fester um die Taille. Ist das nicht süß, wie die kleinen Mädchen immer nach der Mami weinen, wenn sie in der Patsche sitzen? Wendy Sabatello hat auch nach ihrer Mami geweint und Tammy Fischer genauso. Ach, und die Kleine, für die sie sich so interessiert haben, Amy Lokisch, die hat auch nach ihrer Mami geschrien. Das gibt mir immer einen ganz besonderen Kick, wissen Sie? Sie sind ein Ungeheuer, flüsterte ich. Tja, nun, das hast du doch von Anfang an gewusst, Mami, stimmt's? sagte er. Ein Glück für mich, dass ihre Schwester ihnen nie geglaubt hat. Wo ist Jolin? Die Fahrt hierher war ihr zu viel. Geht's ihr gut? Er grinste. Ja, glauben Sie denn, ich würde der einzigen Frau, die zu mir gestanden hat, was antun? Der einzigen, die an mich geglaubt und mir bei der Flucht geholfen hat? Sarah versuchte, sich aus der Umklammerung des Killers zu lösen. Er presste ihr das Messer noch fester an den Hals, bis ein Blutstropfen unter der Klinge hervorquoll. Oh Gott, stöhnte ich. Ja, der gehört auch zu den bevorzugten Nothelfern, sagte Friendly. Dauernd höre ich seinen Namen. Gott und Mami, die liegen so ziemlich Kopf an Kopf. Warum sind Sie hierher gekommen? fragte Michelle. Was wollen Sie von uns? Ganz schön frech, die Kleine, was? Friendly zwinkerte mir zu und grinste breit. Ich freue mich schon auf dich, Süße. Ich bin bestimmt dein Erster, fügte er hinzu, während ich gegen einen Brechreiz kämpfte. Und dein Letzter. Er lachte, seine Macht über uns auskostend. Er hat nicht ein einziges Mal gestottert, dachte ich. Deswegen bin ich hergekommen, Schätzchen, fuhr er fort. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Von euch allen, sogar von der lieben Mami hier. Seine Stimme war wie ein Lasso, das uns umfasste, zusammenband zu ihm hinzog. Ich habe im Knast kaum an etwas anderes gedacht. Ihr habt mich am Leben erhalten, könnte man sagen. Euretwegen habe ich nicht aufgegeben und natürlich, weil ich mein kleines Schatzkästlein wiederhaben wollte. Ihr Schatzkästlein, wiederholte ich, während ich mich fragte, ob die Polizei irgendwo in der Nähe war und versuchte, Zeit zu gewinnen. Ja, die Schachtel mit meinen ganzen Andenken, Tammy Fischers Fußkettchen, Mary Postlewaids Schlüpfer, Amy Lokaschs rote Plastikspange, ein ganzer Haufen Souvenirs. Ich habe den Kasten im Hinterhof von meiner alten Wohnung in Lantaina vergraben. Wird nicht schwierig sein, ihn zu holen, vor allem jetzt, wo die Bullen glauben, dass ich nach Norden unterwegs bin. Wie sind Sie hierher gekommen? Na, mit dem knallroten Schrotthaufen von Ihrer Schwester konnte ich nicht gut fahren, das werden Sie verstehen. Da habe ich mir ein Auto ausgeliehen. Der Fahrer hatte nichts dagegen, wozu braucht eine Leiche auch ein Auto? Er grinste breit. Das ist der Kerl, den Sie im Wald gefunden haben, den Sie mit mir verwechselt haben, wahrscheinlich, weil ich von seinem Gesicht nicht viel übrig gelassen habe. Er war so nett, mit mir die Kleider zu tauschen, ehe er abgekratzt ist. Sarah sank wimmernd in Friendlys Armen zusammen. Hey, werd mir nicht ohnmächtig, Kleine, sagte er, jetzt noch nicht. Er zog das Messer bis zu ihrem Kinn hoch, als wollte er sie rasieren. Ein schwaches Geräusch, halb unterdrückter Schrei, halb Seufzen, entfloh Sarahs Mund. Habt ihr das gehört? fragte Friendly. Diesen niedlichen, kleinen Seufzer. Das scheint in der Familie zu liegen. Ihre Schwester hat genauso gesäufzt, sagte er zu mir, unmittelbar bevor ich ihr die Nase eingeschlagen habe. Mein Gott. Na bitte, da ist er schon wieder. Sie haben meine Schwester getötet? Hab ich gesagt, dass ich sie getötet habe? fragte er lässig. Ich hab nur gesagt, dass ich ihr die Nase gebrochen habe. Was haben sie mit ihr gemacht? Es ist schon komisch, wie manche Leute reagieren, wenn sie wissen, dass sie gleich sterben, sagte er, ohne auf meine Frage einzugehen. Die einen kriegen eine Mordsangst und fangen an zu schreien und zu heulen und führen sich auf wie die Verrückten. Dann gibt's andere, die wollen diskutieren. Auf die geht man eine Weile ein und lässt sie glauben, dass sie einen vielleicht umstimmen können. Und dann werden sie ein bisschen ruhiger und machen sich Hoffnungen. Und dann kommt der irre Moment, wenn sie merken, dass man sie trotzdem umbringen wird. Da sieht man dann, wie die Hoffnung in ihren Augen untergeht, wie ein Schiff im Ozean. Da fangen sie dann im Allgemeinen zu betteln an. Er lachte das Lachen eines Wahnsinnigen. Es durchschnitt die Luft wie eine Machete. Ich glaube, das gefällt mir am allerbesten. Er wiegte sich leise hin und her mit träumerischem Blick, in Erinnerung schwelgend. Sie nennen dir alle möglichen Gründe, warum du sie nicht töten sollst. Sie wollen leben. Sie sind jung. Sie haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie haben Kinder oder eine verwitwete Mutter, um die sie sich kümmern müssen. Lauter solchen Scheiß. Janet McMillan zum Beispiel hat wegen ihrer zwei kleinen Kinder gejammert. Und ihre Freundin, Amy Lokesch, die hat sich um ihre Mutter Sorgen gemacht. Hey, wollen Sie immer noch wissen, wo sie ist? fragte er unvermittelt und fuhr fort, ehe ich etwas erwidern konnte. Erinnern Sie sich, ich habe sie an den Osbornsee geschickt. Ich nickte. Da ist sie auch, aber nicht im Wasser. Ich habe sie neben diesem Häuschen eingebuddelt. Im Sommer finden dort immer Ferienlager für Kinder statt. Sie haben es bestimmt gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Ich hatte das kleine, von Bäumen umgebende Holzhäuschen sofort vor Augen. Ein, zwei Monate noch, dann tanzen die Kinder auf ihrem Grab. Wieder kamen mir die Tränen. Ich weinte um Amy, um ihre Mutter, um meine Töchter, mich selbst, Jolin. Haben Sie meine Schwester getötet? fragte ich. Wenn ich es getan habe, dann hat sie es verdient. Die war wirklich zu nichts zu gebrauchen, nicht ein Penny von dem Geld hat sie mitgebracht, das sie mir versprochen hatte. Aber Sie sind bestimmt so nett, mir das Geld zu geben, bevor ich ihr abhaue. Haben Sie meine Schwester getötet? wiederholte ich. Ja, hab ich, sagte er ganz locker. Und soll ich Ihnen mal was sagen? Sie hat nicht gebettelt und rumdiskutiert oder versucht, es mir auszureden. Nichts dergleichen. Sie hat nur diesen niedlichen, kleinen Seufzer von sich gegeben und mich mit ihren großen, grünen Augen angeschaut, als hätte sie von Anfang an gewusst, dass das passieren würde. Es hat gar keinen echten Spaß gemacht, sie umzubringen. Aber bei euch wird das bestimmt anders. Ohne die Umklammerung zu lockern, in der er sah erhielt, griff er in seine Hosentasche und zog den Traurink heraus, den meine Schwester sich gekauft und mit so viel Stolzen Trotz getragen hatte. Für mein Schatzkästlein, sagte er. Ich bemühte mich, meine wachsende Panik zu bändigen. Ich musste überlegen, was ich tun konnte, um meine Töchter vor diesem Ungeheuer zu schützen. Es war mittlerweile klar, dass die Polizei uns nicht zur Hilfe kommen würde. Aber wir waren zu dritt. Er war allein. Und wenn er auch meiner Tochter ein Messer an die Kehle hielt, so waren wir doch nur Schritte von der Küche entfernt, in der es Messer auch für uns gab. Vielleicht gab es eine Möglichkeit, ihn abzulenken, ihn zu überwältigen, zu überraschen, ehe er reagieren und Sarah das Messer in den Hals stoßen konnte. In diesem Moment sah ich sie. Zuerst erschien sie in meinem Augenwinkel wie ein Staubkörnchen, wurde größer wie ein Schatten, nahm Form und Gestalt an. Die grauen Locken lagen unfrisiert und vom Schlaf plattgedrückt an ihrem Kopf. Das Nachthemd fiel lose von ihren Schultern. Ihre Füße in den Hausschuhen bewegten sich lautlos über die Fliesen hinter Colin Friendly. Ihre braunen Augen waren klar und zielgerichtet. Großmama, schrie Michelle, unwillkürlich. Was? Colin Friendly wirbelte herum. Und dann explodierte alles. Ich sah den Golfschläger in den Händen meiner Mutter erst, als er durch die Luft auf Colin Friendlys Kopf hinuntersauste. Er traf den Mann mit Knochensplitternder Wucht, schob einen Wangenknochen in den anderen, rasierte ihm fast das Haar von der Kopfhaut. Ein Blutstrom ergoss ich aus Friendlys rechtem Ohr. Ich stürzte mich auf Sarah und riss sie schreiend aus der Umklammerung des taumelnden Wahnsinnigen. Das Messer fiel ihm aus der Hand, als der Golfschläger ihn ein zweites Mal traf, an sein Kinn prallte und ihm den Kiefer zertrümmerte, sodass seine Zähne wie Maiskörner aus dem Mund flogen und das Blut wie aus einem Springbrunnen über sein Kinn spritzte. Und schon traf ein dritter Schlag ihn, landete mit der Präzision eines Hammers mitten in seinem Gesicht und riss ihn zu Boden, wo er mit zerschmetterter Nase in einer Pfütze seines eigenen Bluts auf die Knie fiel. Er sah uns an, meine Töchter und mich, wie wir dicht aneinander gedrängt dastanden und wollte lachen. Aber es kam kein Laut aus seinem Mund, nur Blut. Dann fiel er vornüber. Ich rannte zu meiner Mutter, die den Golfschläger fallen ließ und küsste sie, drückte sie fest an meine Brust. Ich beschütze euch, flüsterte sie, als Sarah und Michelle zu uns eilten und uns umfing. Ich beschütze euch. Als endlich die Polizei eintraf, hatten ihre Augen sich verschleiert. Sie begrüßte die Beamten mit einem höflichen Lächeln und nickte an meiner Schulter ein, als ich mich bemühte, ihnen zu berichten, was geschehen war. Die Medien ließen sich diesen Knüller nicht entgehen. In den folgenden Wochen wurden wir von Horn von Reportern aus aller Welt belagert. In unserem Vorgarten schlugen Fernsehkameras Wurzeln, verbreiteten sich wie Wildwuchs um das ganze Haus, eroberten jeden Winkel und jede Nische, späten durch jedes Fenster. Überall verfolgte man uns mit Mikrofon, Blitzlichter blendeten uns, Menschen tuschelten hinter unserem Rücken. Auf die zahllosen Fragen, die man uns stellte, gaben wir immer nur eine Antwort. Kein Kommentar. Das war einfacher, als erklären zu wollen, dass wir keine Antworten wussten. Selbst heute, vier Monate später, fehlen mir die Antworten. Immer noch habe ich größte Mühe zu begreifen. Das Einzige, was ich mit Gewissheit weiß, ist, dass meine Schwester tot ist. Ich fuhr ins Gerichtsmedizinische Institut, aber man erlaubte mir nicht, die Leiche anzusehen. Nicht einmal eine Fotografie wollte man mir zeigen. Die Tote habe schwere Verletzungen im Gesicht, erklärte mir der Polizeibeamte. Erinnerte man sich hier an mich, so wie ich mich an meinem Besuch mit Donna Lokisch erinnerte? Als ich mir damals widerstrebend die Fotografie des jungen Mädchens angesehen hatte, dass Tod auf einem Stahltisch in einem hinteren Raum lag, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass eines Tages meine Schwester auf demselben Stahltisch liegen würde. Oder belog ich mich auch hier wieder selbst? Hätte ich es vielleicht von Anfang an gewusst? Was hatte ich noch von Anfang an gewusst? Das frage ich mich heute. Hatte ich tief im Innern nicht vielleicht doch gewusst, was damals in unserer Kindheit zwischen Jolin und meinem Stiefvater vorgegangen war? Hinweise hat es genug gegeben, all die fehlenden Teile des Puzzles, das meine Schwester gewesen war. Wenn ich heute zurückblicke, erscheint es mir undenkbar, dass ich sie übersehen haben konnte. Immer wieder hatte Jolin Andeutungen gemacht. Ich hätte nur hinhören und sie zusammensetzen müssen. War es möglich, dass ich sie absichtlich ignoriert hatte? Als Therapeutin hätte ich es wissen müssen. Ihre Leiche wurde eingeäschert. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Eine Zeit lang war es, als hätte sie nie existiert. Als hätte es dieses exotische Geschöpf namens Jolin nie gegeben. Und vielleicht bin ich damit der Wahrheit näher, als ich ihr je kommen werde. Von dem Zeitpunkt an nämlich, als mein Stiefvater sich zum ersten Mal an ihr verging, hörte die wahre Jolin, die Joanne Linda, als die sie zur Welt gekommen war, aufzuexistieren. Sie wurde verdrängt von einer verstörten jungen Frau mit einem Hang zur Theatralik. Ohne Selbstachtung. Die von Kindheit an gelernt hatte, dass missbraucht werden, geliebt werden heißt. Tatsache ist, dass Jolin nie bei einem Mann Geborgenheit gefunden hatte. Nicht bei ihrem Vater und nicht bei ihren drei Ehemännern, die alle nur das bestätigten, was sie in der Kindheit gelernt hatte. Dass es in Ordnung ist, die zu verletzen, die man liebt, dass gefährliche Männer häufig die attraktivsten sind, dass harte Fäuste überzeugender sind als gute Worte. Colin Friendly war lediglich die Steigerung seiner Vorgänger. Man könnte sagen, dass die Heirat meiner Schwester mit ihm der einzig logische Schritt war. Hätte irgendetwas sie retten können? Hätte ich es gekonnt? Ich habe meiner Schwester nie gesagt, dass ich sie liebe. Und sie hat mir nie gesagt, dass sie mich liebt. Wie konnten zwei Schwestern so viel voneinander wissen und so wenig von sich selbst? Aus meiner großen Radiosendung ist natürlich nichts geworden. Robert rief an, um mir mitzuteilen, dass die maßgeblichen Leute des Senders sich dagegen entschieden hätten. Angesichts all der Publicity sei dies wahrscheinlich nicht der günstigste Zeitpunkt für mich, mit einer derart exponierten Arbeit zu beginnen. Es erscheint mir heute beinahe undenkbar, dass ich jemals ernsthaft daran gedacht habe, meine Ehe mit Larry wegen eines Mannes wie Robert aufs Spiel zu setzen. Ich liebe meinen Mann und ich habe ihn immer geliebt. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. In letzter Zeit haben Larry und ich verschiedentlich davon gesprochen, aus Florida wegzugehen und nach Pittsburgh zurückzukehren. Wir haben hier nie richtige Freunde gefunden und Larry sagt, empfehle der Wechsel der Jahreszeiten. Sein Golfspiel sei unter aller Kanone, behauptet er. Außerdem kann er keinen Golfschläger mehr sehen, ohne an meine Mutter und Colin Friendly zu denken. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Colin Friendly die Attacke überlebt hat, obwohl es mich eigentlich nicht wundern sollte. Leute wie Colin Friendly überleben immer. Es sind die Unschuldigen, die untergehen. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass das oberste Gericht von Florida sein letztes Gesuch um Hinrichtungsaufschub abgelehnt hat. Wenn ich das, was Jolin mir erklärt hat, noch richtig im Kopf habe, bleiben ihm jetzt noch das Berufungsgericht. Die nächste Instanz in Atlanta und der oberste Gerichtshof. Es ist ein langer Prozess. Er wird sich vielleicht jahrelang hinziehen. Meine Mutter ist jetzt in einem Pflegeheim und genießt dort ein gewisses Ansehen, obwohl sie nicht zu begreifen scheint, wieso. Seit dem Morgen, als sie Colin Friendly mit dem Golfschläger niedermetzelte, hat sie kein Wort mehr gesprochen. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie keinerlei Erinnerung an den Zwischenfall hat. Ich bin nicht einmal sicher, ob sie mich noch erkennt, obwohl sie sich immer freut, wenn ich sie besuche. Sarah und Michelle begleiten mich oft auf diesen Besuchen. Die beiden sind viel in meiner Nähe, was angesichts dessen, was wir gemeinsam durchgestanden haben, ganz normal ist. Ich koste jede Minute davon aus, zum Teil auch deshalb, weil ich weiß, dass es nicht mehr lange so bleiben wird. Ich kann sie nicht ewig behüten. Ich kann ihnen nur sagen, wie sehr ich sie liebe. Die Polizei hat die Überreste Amy Lokeschs in einem Grab neben dem Jugendlagerhäuschen im John-Prince-Park gefunden, genau an der Stelle, die Colin Friendly beschrieben hat. Sie hat auch sein sogenanntes Schatzkästlein gefunden, voll mit kleinen Dingen, die seinen Opfern gehörten. Alle waren säuberlich etikettiert, mit Namen und Todestag des jeweiligen Opfers versehen. 19 waren es insgesamt, darunter ein Lockenwickel, der Friendlys Mutter gehört hatte. Damit kann die Polizei nunmehr unwiderlegbar beweisen, dass Colin Friendly für das Verschwinden sechs weitere Frauen verantwortlich ist. Sechs weitere Fälle abgeschlossen. Ich denke, das ist alles. Ich werde wahrscheinlich noch einige persönliche Dinge herausstreichen, ehe ich diesen Bericht der Polizei übergebe. Ich bin mir nicht sicher, ob er ihren Erwartungen entspricht, aber ich habe mich bemüht, Fakten, Zusammenhänge und Erklärungen zu liefern. Ich habe mein Gedächtnis erforscht und meine Seele bloßgelegt. Sicher gibt es immer noch Lücken, aber ich habe mein Bestes getan und ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Wie dem auch sei, es ist Zeit, Vergangenes ruhen zu lassen und nach vorn zu schauen. Wie dem auch sei, dass ich statistisch bereit bin. Vielen Dank.